hallo leute und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen real life online live stream heute wieder mit am start mit karl heinz ja wir werden heute mal ins all fliegen bzw wir werden unser bestes probieren dass es abgeht ins all ich hoffe ist das stream gestartet ja in letzter zeit nämlich youtube immer streaming probleme ich weiß nicht ich habe immer so angst dass das stream gestartet ich schaue lieber immer nach dass alles klappt perfekt und ja ja karl heinz wir gehen von der schule auf jeden fall mal gleich mal gucken was er heute anstellen ich habe auf jeden fall richtig bock drauf leute wenn ihr auch richtig bock drauf hat lasst mich ein bisschen wieder positiv im wert und lasst jetzt schon mal kostenlos ein abo da und aktiviert das glöckchen da verpasst ihr auch nichts mehr auf meinem kanal wir starten durch leute und ab geht die luci fritsch von der schule wieder jahre karl heinz hat heute am freitag drückt der schulbank wissen warum weil das wochenende ist der einzige tag wo karl heinz schulbank drückt es ist leider so gut manu rosthaut nochmal raus direkt vorm stream vielen dank dass so eine weltraum expedition schon mal gemacht ist aber ewig her eine weltraum mod habe ich leider für 5m nicht gefunden habe ich leider nicht gefunden ins weltraum sowie im single player geht es leider nicht aber ich habe ein paar bruchteile dafür dass wir wenigstens ein bisschen heute spaß haben werden ich hoffe es funktioniert heute alles so ich mir vorstelle diese weltraum mod leider man kriegt die nicht auf 5m zum laufen ich habe auch heute alles probiert was ging du kriegst nicht zum laufen leider es geht nicht die kannst du nur im single player benutzen aber wenn mal jemand irgendwie auf die idee kommt für 5m eine richtig richtig krasse wie im single player diese diese weltraum zu machen wo du von planet zu planet fliegen kannst lass mich wissen dann installieren wir die auf jeden fall mal drauf auf dem server aber das gibt es auf 5m leider nicht hat doch keiner gemacht die single player mod die kriegst du leider nicht hin habe ich schon reingeguckt geht leider nicht das skript läuft nicht auf servern schade aber ja so ist das aber vielleicht ich habe mir mal überlegt mit karl heinz und können ja auch von single player wieder auf expedition gehen das wäre auch mal eine geile idee so wirklich wo wir von planet zu planet reisen so leoharly rlo vier minuten für vier minuten verspätung vielen dank an leoharly rlo oder was ist wenn ich eigentlich 100 minuten zu spät kommen brauchst du einfach 100 euro aus oder wie ich frag gar nicht so ich schaue noch connor vor vier stunden hat schon einfach vier stunden schon unnated husten wir haben ein problem dafür 14 euro mit fies vor ganzen vier stunden aber ich habe heute mal früh angekündigt heute habe ich mir richtig richtig früh angekündigt aber wisst ihr was heute auch ist ich bin heute ich hoffe euch fällt es nicht auf ich bin heute schon richtig wasted ich habe schon seit sechs uhr morgens auf bin und heute den ganzen tag irgendwas gemacht habe das ja und das bin ich nicht gewohnt um sechs uhr aufstehen das bin ich halt nicht gewohnt ich probiere gerade irgendwie alles umzustellen schlaffrhythmus pipapo das muss ich erstmal rein kriegen das ganze so das erste was wir heute angehen werden ist wir werden mit karl heinz erstens mal einen flugführerschein machen wir werden uns erstmal ein flugzeug kaufen dass mal karl heinz lernt wie fliegt man überhaupt und dann müssen wir weiter gucken wie kommen wir ins hall wie kommen wir rein da das ist wir heute gucken aber wir schauen mal also fahrrad muss auf jeden fall umsteigen auf ein sportliches fahrzeug aber das ist ja eben in der schule und karl heinz mit einem großen sportwagen kommt kommt er direkt und ruft die polizei das bringt sich gar nichts aus dem grünen müssen jetzt erstmal umsteigen dann schauen mal ob wir genug geld haben für einen für einen flugführerschein müssen wir heute machen ich hoffe ich schaffe den auch und dann müssen wir gucken ob wir genug geld haben um schon erstmal ein flugzeug zu kaufen kleines dass karl heinz mal üben kann wie man überhaupt fliegt ich denke mal so ein space shuttle fliegt sich ja auch nicht so viel anders als ein flugzeug das fliegt sich ja komplett anders absturz inkommen der absturz mit karl heinz der philip seidel kennst du mich doch den philip seidel kenne ich ja auch wieder am schlüssel vielen vielen dank auch am start dieses fahrrad der karl heinz und fahrrad fanz kann doch polizist guck mal hallo heute bin ich mal sehr vorbildlich unterwegs ist das sie stehen ja war ganz schön sneaky wie heißt das nie genau blitzen sie raus oder wie ja was ja voll unfair die armen trieder vorbei ich wünsche viel spaß der beste spot wenn sie sein auch Gar nicht. Sneaky. Schau mal, da wäre ich schon eingefahren mit Karl-Heinzen-Auto. Da wäre ich 100% eingefahren, da wäre ich schon mit 500% durchgerast. Aber der steht heute den ganzen Tag hier und blitzt die Leute. Soll ich erstmal durchfahren mit einem Supersportler. Ja, da sehe ich mich. Heute Absturz-RP. Mal gucken, oh, warte, der hier vorne. Ist das einer? Ne, ich sag schon, das ist ein Kopfloser. Ich hab ihm nochmal Bescheid gegeben, dass hinten einer blitzt. Ah, ist das schön. Ah, hier, hier könnte ich Gas geben. Vergiss nicht mal, wie ein Radl fährt auf RLO. Boah, Alter. Was hat der denn für Felgen dran? Der ist offen. Hätte ja sein können. Es hätte, es hätte sein können, Leute. Dann stelle ich das Ding hier irgendwo ab. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das später noch. Wir wollen heute fliegen lernen. Vielleicht bauen wir die dann noch, das Fahrradl. Ich lass es mal hier stehen, auch ganz entspannt. Lukas, das kennst du mich noch, die Nachrichten werden wieder mehr. Die kennst du mich noch, kennst du mich, die werden wieder mehr. Das ist genau das exakt selbe Kennzeichen vom 1000 PS Golf damals. Das einzige, was anders ist, sind die Felgen. Aber dieses Andy Oop oder N-I-Oop, das ist genau das Kennzeichen, was wir mal hatten, wenn wir den 1000 PS Golf gefahren sind. Ach, das ist so schön, dass ich den habe. Vor allem das Kennzeichen habe ich einfach gesaved. So, mit was fahre ich denn heute? Ähm, ja gut, den fahren wir heute nicht, den Formel 1 Wagen. Den fahren wir lieber nicht, da kriegen wir über Probleme mit. Wir haben den nächsten Mal gefahren, aber die Kops dann gar nicht so geschmackig drauf. Das kann ich auch verstehen. Not Carl. Was hast du denn für ein Auto? Oh, ähm, ja gut, der LKW, den stellen wir heute auch mal rein. Den LKW fahre ich heute sicher nicht. Wir fahren heute nämlich was Größeres. Oh, wir fliegen heute was Größeres. Das ist im Grunde, lieber Mann, nichts. Äh, okay, der rennt gerade im Winter, ja. Hä? Ist das nicht der Mechaniker vom... Ey, das ist doch der Mechaniker vom Auto... Äh, vom Autos, das ist schon von... Vom Los Santos Customs. Geht ja online, so sieht er doch aus. Einen Dixi-Klo könnten wir fahren, oder? Schon mal. Soll ich mit dem Dixi-Klo fahren? Hallo? Hallo? Ich fahre ein Dixi-Klo. Warst du jetzt ein Kind? Nee, sie sind aber auch an so einen ähnlichen gefahren, so ganz gleich. Ich fahre ein Dixi-Klo. Du bist mein Freund. Mhm. Komm mal her, wo man auspackt. Ja, es ist gerade ein Auto. Ich bin der Jonas Hartmann. Das ist Karl-Heinz. Ach so. Hey. Hi. Hey, die Drifti ist überhaupt ein... Verlegen gerade, was Pfeifchen heute schön ist. So, arbeiten. Hm? Ach. V8, das macht Krach in der Nacht. Guck mal aufs Kennzeichen. Guck mal. Ob ich da mir die Chayas von der Shisha-Bar holen kann? Ich weiß ja nicht. Das ist der Sound, ob ich springe. Ähm, bestimmt. Glaube ich auch. Daumen sind gedrückt. Danke. Daumen sind der. Hier Glück. Danke. V8, das macht Krach in der Nacht. Da brauchen wir diesen geilen V8-Zahn von diesem einen Wagen da vorhin. Och, bitte sag jetzt nicht, ich werde jetzt angehalten. Ich dachte gerade hinter mir Kopf, Alter. Boah, Alter, Bruder. Mein Herz wird in die Hosen gerutscht. Unser Chissus-Mobil. Wobei der Sound von dem Auto auch laut ist, aber nichts geht über das Safety-Car. Ja, vom Sound her ist Safety-Car immer noch top. Ich hatte gesagt sogar Nice-Car. Da kriegen wir alle Chayas. So, mal gucken. Also Geschäft, ich brauche, äh, Mubbellose brauche ich heute. Wir brauchen Proviant, wenn wir heute wirklich, äh, mit dem Ding fliegen werden. Da sind wir ein bisschen. Oh, ich werde so Probleme kriegen, wenn ich damit fliege. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich werde so Probleme kriegen. Wettet wie, äh, Wolf wird Probleme kriegen. Ich kriege ja keine Probleme. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Geld, um den Flugschein zu machen. Um mir ein kleines Flugzeug zu kaufen, wo ich üben kann. Wenn ich, wenn ich zu wenig Geld habe, gehen wir zum, zum Kord Rasen nähen, hätte ich gesagt. So, Yoshi, der 4. Xio, du bist nie zu spiel. Die Zuschauer sind zu früh. PS, kennst du mich noch? Äh, Yoshi, der 4. Wie sagt man? Ja, Yoshi, der 4 sagt mir dann irgendwas. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, toll, ein Blitzer. Ah, sind mir 4 Dollar. Geil, danke, Bruder. So, und Johannes Valentin. Karl-Heinz ist Beste. Ja, Alter, mit Karl-Heinz immer Spaß und lustig. Also, sieben Best hat auch raus. Alles, vielen Dank. Beste lustige YouTuber, die ich kenne. Auch Dankeschön. Ist schon wieder ganz rot. So, und nochmal, weißt du, schön ist. Drei Stunden im Stau zu stehen. Alter, Philipp, sei mit 30 Euro, Alter. Bruder, vielen Dank. Und Zinsverspätung hat auch raus. Moin, bin auch wieder am Start. Auf den ganzen Abend, Dankeschön. Lukas 1 zu 7. Kennst du mich doch? Kennst du mich heute? Ich kenne dich nochmals. Lukas 1 zu 7. Habe ich mir eingeprägt, den Namen. Solange du den so lässt. Außer es gibt noch einen zweiten Lukas 1 zu 7. Dann haben wir ein Problem. Weil Lukas ist ein Name, der ist sehr weit verbreitet. So, ich stelle den Wagen aber hier hin. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir unseren Führerschein legal machen können. Vor allem jetzt am Abend. Oh, das wird so lustig, wenn ich das jetzt mache. Also, einfach Kind macht Flugzeugführerschein. Aber anders, ist ja blöd, weil ich muss ja irgendwo lernen. Ich muss ja irgendwie fliegen lernen. Das geht ja sonst gar nicht. Ob die mich annehmen? Ob die Karl-Heinz sein Datum checken auf dem Ausweis? Ich weiß ja nicht. Auf dem Ausweis steht drauf, dass Karl-Heinz jetzt 14 ist. Wobei, kann man mit 14 eigentlich nicht eh so einen kleinen Flugschein machen? Ich glaube, Segelflug kannst du machen. Leute, wer von euch kennt sich aus mit Segelflugzeugen? Wer kennt sich aus? Kann man mit 14 Segelflugzeug fliegen? Ich glaube, ja. Mit 14 Segelflugzeug. Ist, glaube ich, Mindestalter. Außer ich bin blöd. Oder 16. Aber ich glaube, nein, 14. Ich glaube, das kannst du mit 14 machen. So, Flugschule zum Öffnen. Ich bin dabei. Soll ich machen? Was kostet der Sp... Oh, 20.000 Dollar. Ey, wenn ich die Prüfung nicht bestehe. Wenn ich die Prüfung nicht bestehe, dann sind einfach 20.000 Dollar weg. Dann sind die einfach weg. Ja, moin. Mit 15. Okay. Eine schreit 16, die andere 15. Andere sagen einfach nur ja. Alter, haut wer raus. Firefighter. Ja, moin. Lass alle ein Like da und abonniert alle ganz pleins. Ich hoffe, du wirst mich nicht vergessen. Firefighter ist das auf jeden Fall nicht. Ey, Bruder. Vielen Dank. 15 mit ehrenhaften Fies. Drückt mir die Däumchen, dass wir die theoretische schaffen. Die Theorie kostet 20.000. 60.000 für Verkehrspilot Praxistest. Aber gut, ich brauch 30.000 Privatpilot Praxistest. Aber wenn ich da durchfalle, ist das Geld weg. Schau mal. Sollst du durchfallen? Sollst du durchfall? Bekommst du dein Geld nicht zurück. Wenn ich durchfalle habe, kriege ich mein Geld nicht zurück. Alles klar, starten wir durch, Leute. So. Welche Sauerstoffanteile hat die Luft in einer Höhe von ungefähr 6.000 Feet? Ich glaube, das waren... War das... Och nein. Oh, Bruder. 72 Prozent. Entweder es waren... Waren es 5 Prozent oder 72 Prozent? Sauerstoffanteil? Ich glaube, es waren 72. Ich habe die Fragen ja auch selbst geschrieben. Ich weiß es nur so circa. Welche Landungsart desisierste? Eine mittelharte Landung, eine harte Landung, sanfte Landung, eine Landung ohne Fahrwerk? Ich glaube, es war die mittelharte. Weil wenn du zu sanft landest, kann es unter Umständen nicht passieren, dass du erschwankst, wenn Wind ist oder so. Irgendwas habe ich da mal gehört. Ja, eine Landung ohne Fahrwerk ist natürlich sehr sicher. Ich glaube, es war die mittelharte. Welche Antriebsart hat ein Flugzeug? Turboprop, Kolbentriebwerk, Strahltriebwerk, alle. Ja gut, Kolbentriebwerk gibt es. Wobei, es gibt Kolbentriebwerke, ne? Aber es gibt keinen Turboprop, oder? Wobei, ach nee, kack, ich weiß es nicht mehr. Kolbentriebwerke? Gibt es Kolbentriebwerke? Nee. Turboprop? Das ist, das ist so lang her, Alter, das ist, das ist so lang her. Wann es jetzt Turboprop, äh, äh, Turbopropeller macht keinen Sinn. Naja, ich sag mal, Strahltriebwerk ist eines, was ich gerade kenne. Aber das ist ja so lang her, als ich den gemacht habe, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ein Höhenruder Ausschlag nach oben bewirkt. Ähm. Ein Verlagerung, das ist Schwerkunkts, da sind Rechtsstaatfehler drin. Eine Verlagerung des Schwerkunkts nach vorne. Na, wer hat denn das geschrieben? Ja, ich war das. Ne, also wenn ich das Höhenruder, den Höhenruder nach oben bewirkt, das, also ich tue dann nach, warte mal, ein Höhenruder Ausschlag nach oben. Höhenruder geht nach oben, dann müsste die Nase eigentlich nach oben gehen, ne? Warte mal, Höhenruder. Geht nach oben. Nach unten. Warte mal, wenn es nach unten kippt, geht es nach, ne, warte mal. Wenn es nach oben ausschlägt. Ein, ein Heben der, ich glaube es war das Heben der Flugzeugnase. Ja, musste Heben sein. Vielleicht, das war der erste, das wäre, das war Heißluftballon. Das weiß ich, eine fliegende N, was? Nein, was habe ich da alles reingeschrieben, Heißluftballon? Äh, was würdest du machen, wenn ein Triebwerk ausfallen würde? Die nächsten Flughafen aussuchen, weil man nur dort landen kann, das Flugzeug direkt nach unten bringen, zu schnell landen. Ja, ne, eine freie Fläche finden und langsam im Gleitflug landen. Ha, Flugzeug ist ein bisschen mehr versagt, ich würde das nehmen. Eine freie Fläche finden und langsam im Gleitflug landen, oder? Ja. Das Triebwerk ausfällt. Wobei da steht, wenn ein Triebwerk ausfallen würde, ist das halt wieder so dumm. Welche Arten von Flugzeugen gibt es nicht? Tourer Flugzeug gibt es nicht. So. Was passiert, wenn man sein Handy nicht in den Flugmodus schaltet? Der Autobilot kann gestört werden. Flugzeug schützt aus, die Frequenzen können in den Funkverkehr im Cockpit stören. Ja, eigentlich nicht so richtig die Frequenzen können in den Funkverkehr im Cockpit stören. Mittlerweile eh nicht mehr. Früher mal vielleicht, dass das so war, aber mittlerweile geht das kaum noch. Aber es kann passieren. Es kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist ganz gering. Was würde mit einem Flugzeug passieren, wenn die Antriebskraft stärker ist, dass der Luftwiderstand? Dann würde es beschleunigen. Es wird schneller. Warum wird das Licht in der Kabine beim Start der Landung gedimmt? Damit sich die Augen im Falle der Navigation nicht erst... Das ist es. Das ist es. That's it. Oh, ich habe es bestanden. Oh, geil. 20.000 Dollar nicht rausgeschmissen. Geil. Ich habe 20.000 Dollar nicht rausgeschmissen. Ich bin gerade happy, ich habe es bestanden. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Führerschein angucke, Brieftasche? Weil sie haben ja letztes Mal die ganzen Führerscheine weggenommen. Ah ne, ihr seht es auch nicht. Ich sehe es erst, wenn ich den Links gemacht habe, wenn ich die praktische mache, logischerweise. Aber da muss ich noch ein bisschen Geld abholen. Weil es ist ja sauteuer, Alter. Ich muss jetzt nochmal 30.000 Flocken zahlen. Wenn ich das jetzt nicht bestehe, dann ist das auch noch draußen. Guckt mal. Es ist draußen stockfinster. Wenn ich das nicht bestehe, stürze ich zum einen ab, darf im Krankenhaus aufwachen. Und zum anderen... Warte, ich hoffe, es ist überhaupt da, Alter. Nicht, dass wer nicht im Krankenhaus ist, dann regt ich dort einfach ab. So 30.000 Dollar. Ja, moin, wenn ich jetzt abstürze am Gerechtigungsverlust, Leute. Es ist gerade noch nichts los um die Uhrzeit. Guckt mal, es ist weder ein Medic da, noch ein Feuerwehrleister. Das heißt, wenn ich abstürze, ist alles weg. Ah, nein. Soll ich das trotzdem durchziehen? Weil ich habe... Oder soll ich... Ich kenne ja mal Wolfi. Ich weiß nicht. Hm. Ja, dann ist halt alles weg, ne? Vielleicht zur Sicherheit... Ich weiß nicht. Soll ich vielleicht irgendwie meine Rubelhose mal befragen, ob ich das machen soll? Wenn ich gewinne, soll ich machen. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe verloren. Aha. Verloren. Und jetzt verlegen sie sich ja wieder, ne? Rubelhose sagt nein. Wobei es Rubelhose mittlerweile Gegenteil takt. Also wir müssen anders denken. Also ja. Ja, okay. Dann machen wir definitiv. Ach, der Chat sagt auch ja. Ach, wenn ich jetzt sterben sollte, weil ich so irgendwie irgendwas Blödes mache. Es kann so viel schief gehen. Ich bin so nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Das ist so ein Propeller-Maschinenchen, Alter. Das ist ein Propeller-Maschinenchen. Wenn ich da jetzt mit abstürze, war es das mit mir. Das ist der Sound auf der Spende. Ich will irgendwie nicht, aber ich werde gezwungen. So, warte. Der Bullenbeißer führt zu Dank für die ganze Situation. Will dich hier unterstützen, weil ich auf YouTube mich den Aten kann. Grüße. Dankeschön Bullenbeißer fürs Resum auf Prime, auf Twitch. Auch vielen Dank. Jasmin Schicks. So, danke fürs SIP auch werden. Danke, Robert, meine erste Spende von XNinoX. So, endlich wieder Kalia von Johannes Valentin. So sieht es aus. Die Schweizer-Jungs. Kalia, der Astronaut. Ja, schauen wir mal, was heute abgeht. Mal gespannt. So, jetzt geht es aber los. Rein da. Wobei, soll man vielleicht Helikopterprüfung zuerst machen. Nein, 30.000 Dollar kommt privat. Pilotprüfung, ich hoffe. Oh. Okay, Leute. Ich darf es jetzt nicht verkacken. Sollte ich verkacken. Dann ist mein ganzes Gedächtnis weg. Es ist niemand da, der mir helfen kann. Der selber füllt sich erst. Wenn ich Glück habe, kann es sein, dass dann einer online kommt. Aber ich mache jetzt meinen Pilotenschein als Karl-Heinz. So, wir sind da. Folge der Linie zum nächsten Punkt. Ich sehe gerade, vollgetankt ist das Ding halt auch nicht gerade. Ich weiß gar nicht, muss ein Flugzeug getankt werden? Ich glaube nicht. Und doch, wir haben es dann mitten im Flug, wir haben es dann merkt, wenn wir eine Landung machen müssen. Ah, los geht's, Leute. So, ab nach oben. Ja, das sagt er so, so easy. Das Problem ist, ich muss mit dem Ding halt auch wieder landen. Das ist halt... Ja, komm, wir probieren es. Komm, ab geht die Luzi. Wir fliegen, Leute. Es ist so weit. Also, bis jetzt noch, okay. Wir sind abgehoben. Abgehoben. Mit dem Jumbo-Chat. So, Fahrwerk haben wir schon eingefahren. Der einzige Punkt, der mich jetzt noch gerade ein bisschen fertig macht, ist, dass wir den Horizont nicht gut sehen, weil gerade Nacht ist. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, wird es jetzt... Ja, ich mag das halt nicht. Noch weiter nach oben, sagt er mir. Ah! Windbojen! Ah, Windbojen, ne, Windböen. Hilfe! Er zieht. Ich halte es ausgleichen. Ah, wobei, so lässt sich gut fliegen. So ist es angenehm. Soll ich den Horizont auf dem Ding, ist ja auf dem Radar? Ich glaube, wir sind ja auf dem Radar, den Horizont, weil ich so ein bisschen kippe. Ja, trotzdem. Einfach ein, äh, 14-Jähriger im Flugzeug. Ich ziehe das durch. Jetzt kommt aufhören mit der Air One. Bitte fliegen Sie rechts ran. Ja, hier ist die US Air Force. Sofort rechts ran fliegen. Das ist unser nächster Punkt. Ja, eigentlich, ich glaube, das wird jetzt easy. Das Einzige, wo ich gerade ein bisschen Schiss habe, ist die Landung. Weil ich, äh, wobei ich bin letztes Mal, bin ich ja diesen fetten, äh, diesen fetten Cargo-Plane gelandet. In First Person sogar. Das sollte hinderung. Ich habe halt nur keinen Bock, Gedächtnisverlust zu bekommen, weil ich zum Bild bin. Ach, Gott sei Dank, ist der Tag. Wir sind schon im Training. Warte, können wir eine Barrel machen? Uh, Barrel, Barrel, noch eine Barrel, noch eine Barrel, ja, tschau. Naturtalent, Karl-Heinz. Karl-Heinz kommt in das Naturtalent. Looping vielleicht auch nochmal. Wollen wir mal ein Looping probieren. Wobei, vielleicht nicht so, nicht so weit unten. Den, 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 den hole ich mir mit links, hole ich mir den. Ah, nee, geht nicht. Ah, nee, geht nicht. Ah, nein. Okay, ich nehme es zurück. Das war die ganz schlechte Idee, die Barrel-Roll da zu machen. Eh. Ah. Ah, passt. Zurück am Kurs. Ja. Ich würde aber gerne Looping probieren. Ich glaube, das funktioniert mit dem Ding. Ich glaube schon. Komm, einprobieren wir. Und. Nee, nee, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Abbruch, Abbruch. Ich habe jetzt einen halb Looping, halb Barrel gemacht, weil ich keinen Bock gerade hatte. Weil ich dachte, ich schürze gleich ab. Aber hey. Naturtalent Karl-Heinz kann es also. Das kann man sogar First-Person-Fliegen. Das ist angenehmer. Ach, Leute, ist doch nicht schön. Bald sind wir schon im All. Nicht bald. Wenn die Copster sehen, dass ich einen Führerschein habe. Für den Flugführerschein. Die werden so lachen. Die Fluglizenz. Für Privatflieger. Hallo, Umser. Der Punkt. Ja. Ich war fast verflogen. So. Einmal durch. Und jetzt ist es Zeit, nach unten zu gehen. Jetzt schon. Ein bisschen früh, ha? Oder war das schon die, das war glaube ich schon die Prüfung. Das war sogar, das war die Prüfung schon. Jetzt müssen wir nur noch nach unten fliegen. Und was Ding noch sagt, der Landmann, da habe ich den Führerschein, glaube ich, geschafft. Und jetzt nochmal eine Barrow. Ui. Gibt es eigentlich Gesetze, was man darf im Flugverkehr und was nicht? Darf man eigentlich eine Barrow fliegen, wenn man es kann? Also jetzt mal so an die Leute, die fliegen. Oder muss man sich dann irgendwelche Gesetze halten? Beziehungsweise ein Gesetz, das dir sagt, du darfst mit einer Cessna keine Barrow fliegen. Oder du brauchst vielleicht ein Sportflugzeug dafür. Auch mal interessant zu wissen, ob man das darf. Äh, warum fliegt der mich? Hä? W-w-w-w-w-w? Ah, da oben ist der Punkt. Denkt mich schon, warum fliegt der mich in die Gebäude rein? Was ist denn da los? So, dann runter. Ja. Oh, wir landen schon. Landeanflug. Äh, wo ist der letzte Punkt? Oh, ne. Da ist er. Fast nicht gesehen. Darf man nicht. Ich fahre mal das Fahrwerk aus. Oft ganz entspannt. Und jetzt lassen wir mal den Motor auslassen. So, ja. Ausgefahren habe ich schon. Habe ich schon mitgedacht selber. Und jetzt nur noch landen. Oh, bitte geh nicht hoch, Alter. Bitte geh einfach nicht hoch. Oh. Oh. Hätte ich schon mitnehmen müssen. Okay, jetzt aber landen, K1. Lande. Ah, wir sind unten. Der Vogel ist gelandet. Ganz ohne Probleme. Jetzt kann ich eigentlich nur noch irgendwo reinmetteln mit dem Ding. Am Boden. Und irgendwo reinfahren. Oder war es das mit mir? Die meisten Unfälle von Flugzeugen passieren am Boden. Jetzt müssen wir sehr aufpassen. Nur zum Gatefahren. Schaut, der Tank ist auch schon fast leer. Ja, aber nur fast, ne? Das ist ja das Fiese, hier unten damit rumzugucken. Und? Schließt ab, schließt ab, schließt ab, schließt ab. Ja. Bestanden. Oh, ich habe kein Geld mehr. Super. Aber passt schon. Ich muss jetzt wieder Geld abholen. Dann müssen wir mal gucken, ob ich so ein Fluggerät mir kaufen kann. Weil ich brauche heute ein Flugzeug noch. Das brauchen wir noch. Und jetzt kann ich mal gucken. Wartet mal. Ich habe mich, ich habe mich getraut. Äh, Führer statt ansehen. Schaut mal. Plain. Einfach den, die Fluglizenz. Die private Fluglizenz. Wir haben jetzt insgesamt 50.000 Dollar dafür ausgegeben. Nur, dass ich hier meine Fluglizenz bekomme. Und irgendein Cop, höchstwahrscheinlich bei irgendeiner Kontrolle sagt, Ach, guck mal, der hat eine Fluglizenz, die wir haben gleich wieder ab. 100 pro, dass es passieren wird. 100 pro. Aber mit dem Space Shuttle hoch. Ich habe eine private Fluglizenz. Jetzt schreibt TG. Ja, ich bin einfach so froh, dass ich gerade nicht gereckt bin, Alter. Ich bin gerade einfach so happy. Sagen wir mal vor, es ist noch immer niemand da von Dings. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Und dann gucken wir mal. Ein bisschen Kohlen holen. Und guck mal, was das billigste Flugzeug ist, was wir uns jetzt leisten können. Wobei, ich weiß nicht, ob die Idee so geil ist, jetzt ein Flugzeug zu kaufen, wenn halt echt keiner da ist und ich abstürze damit. Aber ich habe das Gefühl, ich werde heute nicht abstürzen. Ich hoffe es zumindest. So, schauen wir mal. Eine Million? 1,6 Millionen haben wir. Passt. Dann zahle ich mir mal. Das kostet so ein Flugzeug 300.000. Maximal so. Ich weiß nicht, was... Also mehr als 300.000 würde ich nicht ausgeben für ein Flugzeug. Auf einmal die Preise Skyrocket. Einfach ein Flugzeug 1,5 Millionen. Wobei, ich glaube, diese Privatjets kosten viel. Ich glaube, da muss er 3 Millionen oder so hinblechen. Das wäre ich nicht... Das habe ich auch gar nicht. Das kann ich gar nicht ausgeben. Aber so ein klein... So, wie ist das? So ein kleines Flugzeug. So ein Chessnau oder so. Dieser ist noch nicht so teuer. Vielleicht 150.000? Maybe? Auf gut Glück. Wir fahren mal rein. Ich schaue es gleich mal an. So, Marco Obermüller. Dank für 20 Cent und nochmal für 90 Cent. Pivas ist der Beste. Till. Erste Spende kannst du mich bitte grüßen. Heißt Till. Ich grüße Till. Natürlich. Marco Obermüller nochmal am Rausschmeißen. Vielen Dank. Marcel Bonk und Pivas ist der Beste. Und Marcel Rockerson wird gewonnen. Dankeschön. Wesen wie einer hat sich Prime geholt. Einfach... Ich finde das so geil, dass die Leute sich einfach auf Twitch Prime holen. Und ich das einfach vorlesen kann. So. Elite Toast. Auf einen schönen Steam. Dankeschön, Elite Toast. Vielen Dank. Turbopropflugzeuge sind Propellerflugzeuge. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ich war mir aber unsicher. Aber ich habe immerhin trotzdem irgendwie bestanden. Das passt schon. Es ist schon lange her, dass ich diese Prüfung gemacht habe. Hauptsache bestanden. So. Auf geht's zum Flugzeugshop. Wenn ihr euch das mal gedacht habt, was mit Karl-Heinz den Führerschein macht, würde er Flugzeug fliegen. Oh, Alter. Was ist denn hier vorne los? Puh. Oh, nee. Das ist der LAPD-Helikopter. Oh, ganz schön weg. Da ist auch eine High-Speed. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist schlecht. Oh, nee. Oh, nee. Die heißt, die heißt ja schon, die R1 startet hier gleich. Und wie die R1 da startet. Upsi. Ich habe das erste Mal hier in der R1 starten gesehen. Aber zum Glück, ne? Zum Glück war das jetzt keine Cops, die vor mir waren. Warte, kann man hier kaufen oder ist das drüben? Ich glaube, drüben ist der Shop, ne? Hier ist nur Garage. Oh, nein. Ich muss dorthin, wo die R1 ist. Oh, nein. Oh, Bruder, ich will nicht. Ja, wir müssen zur R1 rüber. Ah. Oder ich habe den gerade getunt in den Dings, so wie es aussieht. Okay, jetzt muss ich nur gucken, was ist der Cop da? Ich glaube, der ist halt nicht abgehoben, kann das sein? Abgehoben? Nee, der ist nicht abgehoben. Ich glaube, der chillt da noch drin. Was ist das? Wir machen, wir stellen das Ding hier irgendwo ab und tun so, als würden wir ganz normal shoppen gehen. Ich muss ja gar nicht vor Online shoppen. Ich würde mir das nur mal angucken. Und das Auto, da hat mich wer hingefahren. Er hat es ja nicht gesehen, dass ich gefahren bin. Der hat mich irgendwie hingebracht. So ein Marcel-Oberstötting hat mich da hingebracht. Ah, schon weg. Cool. Jetzt schauen wir uns mal die Preise an. Ich war, glaube ich, schon lange nicht mehr hier. Oh, schau mal, 112.000, kann nicht mehr so teuer. 350.000 für den Dodo. 45.000 für den Duster. Der ist ja richtig günstig. Das Ding kostet halt weniger als der Führerschein. Das ist traurig. Ja, 3,5 Millionen. 38.000. Ey, schau mal. So ein Chessner, 88k. Das ist nur noch. 1,5 Millionen. Nimbus für zwei. Ey, die können wir sogar leisten, den Chat hier. Guck mal. Die können wir sogar leisten für 800k, wie ich das möchte. Aber ich will den nicht. So Sportflieger könnten wir uns auch leisten. Was kommt denn so am meisten an so ein Ding ran, was ich eigentlich haben will? Gibt es da nicht irgendwie so etwas Anfängerfreundliches? Warte, die Helikopter kosten ja mega viel. Guck dir das an. Eine Million der einige. 500.000. Aber ich habe mir die Preise schlimmer vorgestellt, muss ich euch ehrlich sagen. Überleg mir gerade, was ich mir hole. Das Ding kostet halt zu viel. Ich überlege gerade wirklich, Legit mit das Ding hier zu holen. Weil es kostet nur 40.000. Und ich kann damit halt überall fliegen, aber es ist halt langsam, ne? Aber es ist halt irgendwie lustig. Aber was ist ein Zweisitzer, seht ihr? Da können zwei Leute drin sitzen. Ich will das halt auch ein Zweisitzer, aber... Cuban. Wobei, der fliegt sich, glaube ich, kacke, ne? Boah, ich weiß echt nicht, was ich mir holen soll. Also entweder ein Duster, der übelst billig ist. Der aber richtig geil aussieht, wie ich finde. Dann so eine Cessna-Verschnitt. Die wir gerade vorhin geflogen sind. Bin ich jetzt auch nicht so... Wobei, die Wasser ist ein anderes Ding. Da kannst du das Fahrwerk nicht einfahren. Ne, boah, ey, das ist ja gut. Was sind wir denn vorhin geflogen? Mit dem sind wir geflogen, das hier. Ist aber zu teuer. Mein Sportflieger wäre möglich. Aber das, was das Problem ist am Sportflieger, das ist ein Einsitzer. Der wäre zwar übelst geil, aber ich will irgendwie... Irgendwie was haben, wo halt zwei Minimum drin sitzen können. Ich weiß nicht. Da kannst du das Fahrwerk nicht einfahren. Wobei, ich finde, das Ding sieht halt schon geil aus. Das kann man auch tun, sicher. Kein Duster. Ja, gut, der Duster ist halt langsam, habt ihr schon recht. Ich überlege gerade zwischen Kubin für 112.000. Wo wir, glaube ich... Warte, ich glaube, der hat sogar hinten Platz, ne? Ah, nee, hat er nicht. Oder... Wir müssen ja ein bisschen aufs Geldbeutelchen schauen. Oder das Ding hier. Ich feier... Ich finde das Ding ja ganz geil. Das ist so schneller. Was ist denn das Bessere? Oder das... Ja, gut, das kostet 500... Warum kostet das 550? Achso, weil hinten Plätze frei sind. Das ist ja riesig, glaube ich, ja. Da kannst du hinten drin sitzen. Das kostet ja so viel. Ah, gut, das ist mir zu teuer. Also mir ist das alles... Als es da so über 200.000 geht, das hier ist mir... Das ist mir zu teuer. Eigentlich bleiben dann nur der hier übrig für 88.000. Ja, das da bleibt übrig. Und der Kubin für 112.000. Aber von allen Flugzeugen finde ich tatsächlich... Den hier am geilsten. Für 88.000. Ach, komm, wir nehmen den, oder? Ja, wenn wir kaufen, dann... Das stimmt. Also die Frage, wo kann man das Ding tunen lassen? Boah, ist das langsam rückwärts gegangen. Ah, jetzt rollt er langsam los, ja. Man kann irgendwo die Sachen tunen lassen. Ich weiß nicht, wo. Ah, hier? Nee, hier ist Verkaufspunkt. Ich bin zufrieden damit. Ich habe ja einen guten Kauf gemacht. Bei Glück kam es ja sogar ein bisschen schneller als das andere. Und ich frage, wo zum Teufel tune ich das Teil? Soll ich einfach mal Mechaniker anrufen und fragen, ob man das tunen kann? Ich würde das Ding jetzt umlackieren in schwarz oder so. Wäre richtig nice. Oh, warte, wir haben Lackierungen. Ah, da kannst du ja die Dings ändern. Geil. Kofferraum, Motorhaube. Oh, man kann die Motorhaube öffnen. Das ist ja mal richtig geil bei den Türen. Türen gehen ja richtig lustig auf bei dem Ding. Aber die Motorhaube finde ich cool. Das ist einfach mal eine Motorhaube, die man öffnen kann. Ja, wenn wir jetzt offiziell, Leute, haben wir jetzt für 88.000 Dollar official ein Flugzeug gekauft. Ich bin sehr froh drüber. Ja, sonst rufe ich mal die Mechaniker an und frag mal. Wir fliegen mal eine Runde damit. Ich will mal gucken, wie sich das Ding fliegt. Sollen wir da abheben die? Wir fliegen auf dem Runway. Ich bin nämlich gespannt, ob das besser fliegt, als dass ich vorhin geflogen bin. Weil das andere hätte... Was hätte ich dafür bezahlt? 500.000? 600.000? 700.000? Irgendwie sowas. Und der hier hat nur einen Bruchteil davon gekostet. Aber vom Fahrverhalten unten fährt er sich fast gleich. Da könnte ich schon der andere 100 irgendwas Topspeed unten am Boden. Aber mir kommt vor, der ist schneller. Oh, der ist viel schneller. Huch! Alter! Der ist ja mal viel besser. Also, ich finde den super schneller. Aber einfahren kann ich nichts, ne? Na gut. Also das Fahrwerk kann es halt nicht einfahren. Das einzige Negative. Aber sonst... Ich glaube, sogar schneller kann das sein. Dass er schneller fliegt. Mir kommt das so vor, dass der... Das kann er auch. Oh, das kann er sogar besser. Der ist ja viel wendiger in der Luft. Wui! Schau mal, der bleibt sogar so. Guck mal, Alter, der ist ja viel besser als der andere. Ey, für 28.000 ist das ein Schnäppchen gewesen. Und schau mal, wir können sogar so fliegen. Der andere ist immer so runtergegangen. Mit dem kann ich einfach kopfüber fliegen. Also, wir haben das Geld gut investiert, Leute. Und das richtig gut investiert. Zehn von zehn Sternen würde ich dem Ding jetzt geben. Für den Preis. Und schneller fliegen tut er auch noch. Also, jetzt lande ich das Ding. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie... Oder wir landen zum Autohaus. Wo kann ich den tunen lassen? Ja, hallo. Ich wollte mal tunen. Wir landen nochmal. Und das andere Coole ist, wir müssen nichts einfahren oder ausfahren. Das Ding landet von automatisch, weil das Ding immer ausgefahren ist. Also, die Frage, landet sich das gut oder landet sich das kacke? Aber er ist auf jeden Fall schneller. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Er ist schneller und günstiger. Ja, alles top. Beste Preis, Leistung. Ich glaube, da haben wir den Deal unseres Lebens gerade gemacht, preisleistungstechnisch. Also, nur einparken drüben. Der andere war bei 2,21 Spitze. Ja, aber da haben wir doch einen Stunt geflogen, oder? Glaub ich. Vermute ich. Aber er fliegt sich halt besser. Auch wenn er langsamer ist, er fliegt sich besser. Und er kommt irgendwie schon nach vorne, vielleicht nicht zu sagen, dass er weniger ist. Ich weiß nicht, aber er fliegt sich besser. Das ist schon mal ein großer Vorteil, dass du weniger bist. So, kriege ich das Ding eingepackt? Ja, hier, kriege ich das eingepackt. Oh, nee, mein Auto steht ja hinten. Oh, nee. Ich habe ja mein Auto hinten stehen lassen. Ach. Oh mein Gott. Ja, in der Zwischenzeit kann ich mal mal den Mechaniker fragen. Ähm. Würde gerne mein, mein, mein Ding tunen lassen. Schauen wir mal, ob die da sind. Mechaniker? Wo sind das nochmal Kontakte? Nee, wo waren das? Job, hier. Mechaniker. Gerne meinen Flieger tunen lassen. Können sie mir dabei helfen? Danke. Also können sie mir dabei helfen? So, schau mal. Er hat zum Glück, er hat ein Skateboard dabei. Also wir haben unser Übungsflugzeug, haben wir schon mal. Von unserem Plan heute. Das ist schon mal sehr gut. Ja, warum das Scrolls? Das ist immer auch vorgesen, genau. Feuerwehr 51 Dank für einen Euro vorhin. Vielen, vielen Dank. Dankeschön noch an Firefighter, aber auch vorgelesen. Die Eiscreme. Was geht? Kennst du mir noch alles, das Weihnachten, Bruder? Vielen Dank, den kenne ich noch. Das ist Andel am liebsten Brot mit Quark. Oh mein Gott, Alter. Dankeschön, Fox17, Kawasaki-Fan. Ich liebe deine Leistung. Du bist ein mega sympathisches Hündchen. Danke schön, Kawasaki-Fan. Vor 27 Minuten, das lese ich jetzt erst vor. Und der echte, excuse, ist meine erste Spende, aber nicht die letzte. Vielen Dank an der echte Kali rockt das heute. Ich hoffe. Ich hoffe, das klappt so ich mir das vorstelle. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob die Mechaniker noch zurückrufen oder anrufen. Weil die waren noch gerade da, oder? Oder war das an der Stadt? Nee, das war Mechaniker. War das Stadtwerke. Nee, Mechaniker sind da, sechs Stück. Einfach mehr Mechaniker da sind als Medics. Äh, Medics, ich bin mein Feuerwehr gerade. Weil der Wagen ist ja so geil zum Fahren. Also zwar will ich mich zu der Mechaniker, aber ich will das Ding noch tun. Ich will das ein bisschen herrichten. Also bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Also ich warte ja schon lange, liebe Mechaniker. Oh, was ist das? Ist das Mechaniker? Das ist ein Kopf. Das ist kein Kopf, oder? Das sieht mir nicht mehr im Kopf aus. Oder ein Zivi. Ach, schaut, ob es ein Kopf ist. So. Wo er gerade steht, seht ihr, wenn er das Licht angeht, oder? Was ist das denn gerade an? Ja, was macht der? Ist das jetzt ein Kopf? Ich weiß nicht, mir kommt vor, dass es ein Kopf ist. Ist das kein Zivi? Ja, ich rufe dann die Cops an, weil ich dem hinterher fahre. Ach, wie schneller ist er, oder? Ja. Ist doch wie er Faden gekriegt. Willst du rauszufinden, wer das ist? Er denkt sich, ich möchte ihn entführen, oder sowas, in der Art. Aber er war eigentlich so, bis ob es ein Kopf ist. Aber ich glaube, das ist kein Kopf. Das hat mich schon angehalten, oder? Ja. Ich kam mir kurz vorhin in seinem Blaulicht an, für eine kurze Zeit. Das ist genau so, als ich mich so eingebildet habe. Ich glaube, er fährt gerade Richtung PD, oder? Ja, ich glaube, er fährt gerade PD, oder? Keine Ahnung. Ich falle mir jetzt so lange nach, bis er, bis er nachgibt. Bis er, bis er mich auf den Sack, wenn ich so auf den Sack gegangen bin. Bis er anhält und mich fragt, was er soll. Also noch stört es ihn nicht? Ah, geil. Nee, der fährt nicht zu den Cops. Der fährt weiter. Oh, ist das kurz? Oh, da fahre ich jetzt lieber nicht lang. Da steht mich unser Ehrenbruder, steht da vorne. Hier, weil er steht doch hier, ne? In der, an der Section steht er doch. Stehe er gar nicht hier. Was hat er da vorne? Aufholen! Guck, wo er, wo er langfährt. Ich glaube, er ist Mechaniker, oder? Der fährt zu mich, nee, der fährt er doch nicht. Wo fährt er denn hin? Was will er denn? Komm, der fährt zu langsam. Ja, Jungs, ich habe da, ich habe da ein Kind hinter mir, was nicht, was nicht aufhört, mir nachzufahren. Wer sich echt nicht fragt, was er soll, ne? Er fährt im Kreisel. Er hat gar keinen Bock mehr, jetzt haut er ab, jetzt probiert er zurück da durch. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich dadurch jetzt einen Unfall verursache, würde ich halt so halt lachen. Oh nein. Oh nein, sehe ich Kontakt? Er haut ab! Nicht mit mir! Drauf kommt, wer du bist! Jetzt geht er langsam Panik. Weil wir zuerst noch ganz normal gefahren sind. Oh nein! Was wäre ich jetzt vom Unfall? Weil wir zuerst ganz in der Verspannung gefahren sind. Jetzt geht er Panik. Guck! Egal, ich rufe ich der Polizei, sag's euch. Gleich haben wir das Ganze für die hinter uns. Ich werde verfolgt von einem Jesus-Mobil. Warum finde ich das ganz so lustig, einfach ein Random zu verfolgen, der jetzt richtig Panik schiebt, als es fast auf jeder Kurve rausfällt. Ich will sowas einfach lustig. Der ging bei den AMG, kommt der nicht an, der ist viel zu schnell. Uiuiui, knappe Sache. Nein, nein, komm, gib Gas hinterher. Wir wollen draufkommen, was der macht. Er kommt weg, er kommt weg, nein, ah, da ist er wieder, schau. Alles in der Kontrolle. Wir sind vollständig, verfolgt sich schon seit dem Airport. Seit dem Airport verfolge ich ihn. Ich frage mich doch, wann er endlich mal anhält und mich fragt, was das soll. Aber mach doch noch nicht. Mein Tank ist nur immer, ja, ein Viertel voll. Ich werde den Tank noch nutzen. Auf einmal ist das so ein Privat-Investigation-Cop, der nicht geleakt werden darf. Ob er sich gemobbt fühlt? Ich glaube, ich glaube, der Bruder hat irgendwo Pflanzen angebaut und probiert mich einfach loszuwerden, dass ich die Seebruder da anbaut. Dann muss ich halt seine Pflanzen jetzt bewässern oder sowas. Hab ich das Gefühl. Aber mein Tank ist eigentlich leer, das ist dann unlustig. Aber vielleicht ist der eine auch bald leer. Vielleicht muss er bald tanken. Wenn ich Glück habe, muss er bald tanken, dann haben wir es. Aber es ist jetzt auch keine Beschwerde. Ja komm, fahr. Er fährt gerade nur einen Kreisel. Ah, Kreisel? Ja. Oh, jetzt drückt er durch. Ich guck. Jetzt presst er alles raus aus dem Garn, was geht. Schau euch das an. Wie er durchdrückt. Alter, der drückt durch. Aber nicht mit mir. Mein AMG hat noch ein paar PS unterm Sitz. Na, da waren die PS, die kleinen Pferde noch. Was ist jetzt los mit ihm? Also er wird langsam wegen Radarfall. Ja, ja, ja. Ich glaube, er fährt jetzt Hauptplatz und parkt sich ein und fragt jetzt, was das soll, oder? Oder auch nicht. Okay. Okay. Ja, Mann, mein Tank ist jetzt leer. Interessiert das halt nicht. Das kann doch nicht sein. Wie kann das möglich sein, dass es ihn nicht interessiert? Und das ist nicht mal eine Bohne. Er muss doch irgendwann mal Ausstellung und fragen, was los ist mit mir. Was ist mit mir falsch? Aber er fährt einfach weiter. Der Bruder fährt, wenn ich ihm jetzt, die Frage ist, wenn ich ihm jetzt fünf Stunden hinterher fahre. Wenn ich das schnell auftanke, das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Kanister dabei habe. Aber der müsste ja auch bald leer sein bei dem hier vorne, oder? So viel hier oben fahren. Also ich kann das den ganzen Tag machen, bis er sich beschwert. Ich weiß, das ist den ganzen Tag. Ich glaube, er geht jetzt tanken, oder? Oh, bitte, Bruder, fahrt tanken. Ich muss auch tanken. Nein. Er fährt halt einfach weiter. Was ist seine Intention? Ich will es wissen. Mein Tank ist gleich leer. Ja, jetzt ist mein Tank leer. Jetzt muss ich abdingsen. Bis zum bitterem Ende. Komm, bis zum bitteren Ende. Er hat auch schon Probleme. Guck mal, er ruhrt doch auch schon weg, oder? Hat er auch schon Probleme vorne? Oh, komm. Ich will nur so viel über dich erfahren. Ich habe kein Kanister dabei. Nein. 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 Er darf nicht wegkommen. Er darf nicht wegkommen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Er darf nicht wegkommen. Er darf nicht wegkommen. Da vorne steht er. Da vorne steht er. Er muss tanken. Guck. Er tankt auch gerade. Er tankt auch gerade. Da ist er. Hallo. Na, wo müssen sie hin? Äh, eigentlich bloß zur Tankstelle. Ja, ich auch. Ups, Entschuldigung, die Dame. Es tut mir sehr leid. Es war nicht mit Absicht. Es war nicht mit voller Absicht. Oh, aui. 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 Die Falle ist ja Streife. Nein, ich kann nicht ins Auto einsteigen. Aui. Kann man dir helfen, Planner? Da ist ein Mann im blauen Mustang. Der hat mich gerade gehauen. Der hat sie gehauen. Ja, so ein Mann in einem blauen Mustang an der Tankstelle vorne. Wieso hat er dich blauen? Ihm weiß es nicht. Ich wollte nur fragen, was der macht. Er hat mir auf einmal gehauen. Absichtlich oder unabsichtlich? Ja, mit voller Absicht. Er hat mich ausgelacht, dass er weggefahren. Okay. Er ist da vor der Tankstelle. Der müssen sie festnehmen. Er hat mir nicht voll wehgetan gerade. Er hat voll Aua gemacht. Ja, ruhig dich erstmal. Der muss schnell hinfallig, dass der gleich weg ist. Er ist hier vorne. Hier vorne rechts an der Tankstelle ist der. Gut, das schauen wir mal. Ja, guck, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ich hab doch gesagt, jetzt ist er weg. Er hat in mich gehauen. Genau hier. Er hat durchgehauen. Ja, genau hier mit so einem blauen Mustang ist er gefahren. Ja, äh. Hast du... Könntest du das kein Zeichen, oder? Keine Ahnung mehr. Weißt du, wie der Mann ausgesehen hat? Ja. Er hatte so riesengroße Stiefel. So Cowboy-Stiefel hat er an. Dann hat er ja einen Cowboy-Hut. So lange Hose. So eine braune lange Hose hat er angehabt. Und so ein... So ein... Komisches T-Shirt. So mit einer Aufschrift drauf. Okay, weißt du, was auf dem T-Shirt drauf stand? Nö. Oh, hat sich angerufen. Perfekt in die Uhrzeit. Tut dir denn irgendwas weh? Musst du ins Krankenhaus? Nee. Ich hab nur wegrennen können. Ist alles okay jetzt. Also er hat nach dir geschlagen, aber nicht dich geschlagen. Haufen. Doch, schon, aber es ging jetzt nie so schlimm. Wo hat er dir denn hingeschlagen? Ja, aufs Maul hab ich bekommen. Aufs Auge? Aufs Maul. Aufs Maul? Mhm. Der hat mir voll gekallt aufs Maul und er hatte so einen großen Cowboy-Hut, hat er aufgehabt mit so Cowboy-Stiefel. Also, ein Cowboy... So ein richtiger Mustang-Fahrer, weil da denkt er halt auf ein Pferd. Okay. Ein blauer Mustang, GT. Dann schau ich mich mal an, vielleicht sehe ich ja da was. Okay. Ja gut, dann ist er nicht mehr da, dann steige ich hier aus, da muss ich gucken. Aber danke. Aber während sie, stell dann angefangen, hätten sie ihn auch erwischt, weil der stand genau hier. Und bin ich weggerannt. Achso, dann war das, dann hab ich die... Ja, der stand hier. Und dann bin ich hier weggerannt. Ja, da bin ich gerade dran vorbeifahren, aber das hab ich nicht so gesehen. Ja, aber der hat mich geschlagen, und deshalb bin ich da weggerannt. Vielleicht kommt er wieder... Vielleicht ich dich in einem Brin fahren. Nö. Okay. Der Mustang-Fahrer, der arme Bruder. Wie ich hier gerade beschrieben hab, ein Cowboy-Hut. Cowboy steht da nichts davon an, er hat ein ganz normales T-Shirt an. Jetzt die Frage, wie komm ich an mein Jesus-Auto wieder ran, weil das steht jetzt da offen. Ja, die sehen das, wenn ich damit wegfahre. Das ist problematisch. Ich wollte damit für Ablenkung sorgen, und das ist ja festgelebt, in der Zwischenzeit kann ich noch Dinge mitnehmen, aber jetzt ist er halt... Ja, weg, ihr seid problematisch. Mann, ich hätte so gern gesehen, wo er hingefahren ist, aber der hat sich... Der war überhaupt richtig gechillt drauf an sich. Der ist einfach gefahren und gefahren, der hat sich ja nur gefragt, ob ich mit der Haffer. Opsache, der Wagen steht da hinten. Ja, hat sich was einfallen, dass ich das jetzt mache. Vor allem, die Mechaniker haben sich bis jetzt nicht bei mir gemeldet. Was soll denn das? Mechaniker, was ist denn da los bei euch? Ich muss... Ich wollte zu den Mechanikern fahren, das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte zu den Mechanikern. Ja, ich probiere mal, ob ich das Ding aufbekommen will, äh... Ne? Das wird aufgefüllt, ist so halbwegs. Ah, nee. Weiß nicht, ich wollte nur mein Ding tunen, wollte ich machen. Ich wollte mal... Mein Gerät wollte ich tunen. Ja, so viel dazu. Wollen wir mal auf das Ding. Wenn einer fragt, ich tue nur Autos betanken, ich mache einen Tank liefers. Schau, wie wir um die Enke kommen. Ich bin ein Müllbeutel, ich bin gar nicht da. Ich bin ein Müllbeutel, schau mal. Ich sieb's hier nur. Schau, wie er jetzt um die Runden fährt, dein Bruder. Der weiß ganz genau, was mein Auto ist. Schau mal, jetzt versteckt er sich da hinten gleich. Jetzt fährt er weiter. Ich bin Müllbeutel. Müllbeutel-RP. Och, jetzt kommt er daher. Jetzt muss ich mir eine Story einfallen, dass mir das Auto daherkommt. Ich glaube, er sieht mich nicht. Hat er sein Auto offen lassen? Ich glaube, er hat sein Auto offen lassen. Wenn ich jetzt ganz schnell bin, klaue ich ihm das. Hat er offen lassen? Wenn ich jetzt flicks schnell bin, dann kriege ich das Auto. Ich glaube, er sieht mich nicht hier. Er sieht mich nicht. Ja. Er hat offen gelassen. Er hat ihn nicht zugesperrt, oder? Glaub ich. Soll ich mal ganz flicks nehmen? Wobei, dann habe ich so viele Probleme am Arsch. Aber ist ja so lustig. Warte, wenn er jetzt nach vorne geht. Oh, jetzt hat er mich gesehen, glaube ich. Ja. Was sagt er? Oh, nee. Jetzt kommt eine... Ja, jetzt kann ich nicht. Jetzt kann ich gar nicht. Jetzt kommt eine zweite Einheit. Mann, Alter. Ich will doch nur... Ich will doch nur weg hier. Ich will doch nur weg hier. Aufpassen! Entschuldigung. Ist das dein Auto? Ja, aber ich warte auf jemanden, bis der kommt und den auffüllt. Ich bin nicht gefahren. Ich wurde gefahren. Du wurdest gefahren. Ja, der macht aber gerade ein Nickerchen. Der kommt gleich wieder. Ja, ich stehe hier aber schon zwei Minuten. Ja, ich aber auch. Ja, du bist aber gerade erst zu mir hergekommen. Ja, nee. Der wollte mich abholen, weil ich jetzt weg gewesen bin. Er ist weg gewesen. Ja, der war da, wollte mich abholen, ist er weg gewesen. Ich war doch vorhin da drüben. Der wollte mich abholen. Ich glaube halt, dass das... Weil ich gebe ihm immer meine Sachen. Mein ganzes Hab und Gut hat er. Dein ganzes Hab und Gut. Hast du denn züglich einen Namen von dem Herrn? Wolf? Wolf. Und Vornamen? Ja, Wolf Wolfi. Wolfi, der ist... Der macht Aufsicht für mich. Der macht Aufsicht für dich? Ja, und er fährt meine Autos, weil ich ja nicht darf. Hast du da irgendein Dokument? Oder hat er noch... Tatsächlich hab ich da ein Dokument, ja. Okay. Warten wir mal. Ähm... Ähm... Das ist mein Vormund. Ähm... Bitteschön, ähm... Welche, welche, welche... Ja, ich stand ja... Nee, keine Ahnung. Ich... 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 Ich war vorhin drüben mit seiner Tankstelle, weil da so ein Typ war und der wollte mich halt äh... Verprügeln und so. Und der wollte mich eigentlich abholen und dann steht das Auto da. Ja. Er wollte mich eigentlich abholen. Okay. Das Dokument ist echt. Ja. Sag ich doch jetzt echt. Ich mach ja keine Faxen. Ja. Ja, sonst warte ich einfach, wird schon kommen. Wenn nicht, können sie mich sonst wohin bringen? Sonst rufe ich sie an und sie bringen mich wohin, weil ich bin ja echt alleine jetzt. Ja, wo soll ich dich denn hinfahren? Ja, weiß nicht. Will ich jetzt zum Hauptplatz, dass ich hier alles rüberlatschen muss? Nur falls er nicht kommt, dann kann ich anrufen, oder? Nee, du willst mich anrufen? Ja, nee, ich kann ja beim LAPD dann anrufen, so Taxi-Service-technisch. Nee, da musst du lieber das Taxi... Okay, dann rufe ich ein Taxi an, dann setze ich mich in den Müll dabei. Ich kann dich aber auch ganz schnell mit rübernehmen. Ja, wie jetzt? Ja, aber wenn er jetzt kommt, dann stehe ich halt nicht da, dann kann er mich woanders abholen. Ja, dann fahrst du mich rüber, hast recht, ist besser. Okay, dann... Aber jetzt halt nicht abschleppen, weil nicht, dass er jetzt gleich wiederkommt. Ich weiß aber nicht, wann er wieder da ist. Er macht sicher nur ein kleines Nickerchen. Weil nicht, dass das Ding ja abgeschleppt wird. Okay. Das ist die beste Lüge ever. Sorry, will ich das Fahrzeug jetzt machen? Weiß ich nicht. Guck mal, ob es offen ist, oder wenn nicht, vielleicht auf den Parkplatz stellen. Überhaupt, mach ich. Ich habe ja einen Schlüssel dafür, ich kann ja aufmachen. Wir teilen uns ja die Schlüssel. Nee, wir waren eh offen. Der hat offen gelassen. Ja, aber eh offen. Und da ist aber zu. Upsi. Hoppala. Das zahlen sie jetzt aber, ne? Das zahlen sie jetzt aber. What the fuck? Was ist denn da passiert? Ja, mir geht's gut. Aber dem Auto. Was war das denn für ein Hoppser? Der Tank ist leer. Der Tank ist leer. Okay. Sagst du, als wäre der Tank leer? Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, das kann sein. Das kann passieren, wenn der Tank leer ist. Vielleicht ist es ja leer. Kollege, geh mal ein bisschen zur Seite. Machen sie auf, wir fahren zum Hauptplatz. Boah, dann hätte ich ja mal eine Zapfsäule stellen sollen in den Magen. Das ist dann eine Autobombe. Das ist aber eigentlich nicht so eine schlechte Idee. Dann kannst du den Kanzahn mal einstecken. Ah, stell mal vor, wir stellen so ein Auto, ohne Tank, gegen eine Zapfsäule. Das ist eine Autobombe, weil das Ding fährt automatisch rückwärts. Hast du dich eingeschneit? Ja. Gut. Auf geht's. Jui. Auf zum Hauptplatz. Jui. Aber das heißt, so könnte man eine Autobombe auf RLO machen. Und du machst halt echt alles leer, stellst den Wagen halt wirklich vorne hin, direkt an diese Zapfsäule, und der nächste Bruder, der einsteigt, fährt automatisch rückwärts in das Ding rein. Was machst du so ganz alleine, wenn er nicht da ist? Ja, er hat geprügelt hier am Dings war jetzt halt, ne? Und dann halt, ja, gucken. Ja, das hast du sehr schön erzählt. Eigentlich wollte ich ja den Benzinkanister holen, das war ja leer dann. Deshalb war ich ja bei der Tankstelle überhaupt. Und da war dann dieser blöde Typ, der mich da verprügeln wollte. Ja, okay. Ja, wir haben es mir nie mehr zum Dings beschafft, ne? Ist er jetzt weg, seitdem ich rufe ihn sonst mal an. Vielleicht rufst du mich auch, wenn der andere da ist. Vielleicht ist er auch einfach abgehauen, ich weiß nicht. Ja, der ruft ihn mal an. Nuked 2021-21, danke fürs Prime-Sub. Enemy, 93 Dank für den Euro. Lennox B haut einen Euro raus. Tommy DeLorg haut auch Prime raus. Jetzt hauen sie alle Prime raus. Also sieben was, danke für den Euro. Karaoke, Kadi, hallo Xil, bin auch wieder da. Hab eine Idee, Rundumflug-Service bei Karl-Heinzer. Das wär's. Genau, einfach hier absetzen, da ist nämlich mein Fahrrad. Da steht immer mein Fahrrad, mit dem veralte ich mich eigentlich. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Danke, ebenfalls, tschüss. Oh, jetzt war ich fast drüber. Alter. Ups. Ah, du bist ja gar nicht Wolfi, warum siehst du so aus? Nee, ich bin nicht Wolfi. Aber Wolfis Freundin ist hier. Warte, deine Freundin? Ah ja, stimmt, ja, deine Freundin. Karl ist dein Ernst? Heißt du, da ist ja die Hexe wieder, die kennen uns ja schon. Okay. Wollt ihr jetzt eigentlich ein Kind kriegen oder nicht? Nein, du reichst und der Timmy auch. Okay, weil ich hätte schon gerne einen Bruder, einen kleinen oder so. Da hast du einen, einen großen. Den da? Ja, den da. Ich mag den nicht, der sieht komisch aus und stinkt. Das hat er ja gerade eh nicht gehört, oder? Oh, oh, oh. Ich durfte eben nicht sagen. Ich habe nur Spaß gemacht, aber er hat es eh nicht gehört. Wahre Geschwisterliebe. Guck mal, wie angespannt der da steht. Guck, der ist richtig angespannt gerade. Das funktioniert schon richtig gut hier. Das klappt schon. Jetzt muss ich noch ganz schnell gucken, wie ich das schaffe mit dem Dingsenbumsen. Eingewöhnungsweise. Welche Dingsenbumsen? Ja, die Mechaniker haben ja noch nichts gesagt, aber ich brauche die Mechaniker, weil die rufen nicht zurück, weil die blöd sind. Und wofür brauchst du die? Will ich das wissen? Führers-Tuned von einem Flugzeug? Von einem was? Ich habe meinen Flugzeugführerschein bestanden. Ach, du Scheiße. Folgendes Problem, die Polizei hat mir letztes Mal jegliche Art und Führerschein abgenommen, deshalb darf ich mir jetzt nochmal meinen Flugschein. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich bestanden, habe ich mir ein Flugzeug gekauft und jetzt brauche ich das Flugzeug, will ich jetzt lackieren in Karl-Heinz-Stil, in schwarz-weiß. Karl-Heinz-Ui. Ja. Dann fliegt vorsichtig, ne? Ich werde es probieren, aber ich brauche erstmal eine Mechaniker, aber irgendwie melden sie sich nicht. Fliegt nicht zu schnell. Fliegt nicht zu schnell. Fliegt nicht zu schnell. Nee, nee. Was ist dran so lustig? Wenn die Kops kommen. Hui. Warst du nicht zu schnell, hab ich das so pass? Die also sieben Straßenverdauer und also auch das ist die Rüst. Dankeschön. Dschugalo. Ehrlich wie gesagt Karl-Heinz, der einzig echte, ja. Ich schaue mal zum Auto zurück. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich damit weiterfahren. Aber das war die beste Lüge ever, dem Polizisten einfach zu erzählen, dass er schlafen gegangen ist. Das ist so fies eigentlich. Aber es hat funktioniert. Die haben mich einfach gehen lassen. Aber die habe ich auch nicht gesehen, dass ich damit gefahren bin. Aus dem Grund können sie mir auch nichts nachweisen. Wobei die den Arschbett nehmen können. Wir sind in keinem. Ja gut, hätten sie aber zu wenig Hinweis gehabt, dass sie den Arschbett nehmen. Äh, Pi, was ist das beste? Dankeschön, nochmal für 3 Euro. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Marco Obermüller. Dankeschön, auch für 99 Cent und nochmal für. Müller steht da, aber ich glaube, es soll Mülle heißen. Oh, ich kann hier für 25 Stollen mein Auto waschen, super. Perfekt. Steht das auch noch da? Ja, steht auch da. Guck mal, ist die noch da? Wenn ich jetzt Glück habe, dann machen die jetzt keine Private Investigation. Ich kann damit einfach wegfahren, ja? Wenn ich jetzt Pech habe, kann es dazu kommen, dass die Cops mich jetzt richtig hart hopsen nehmen mit dem Auto, weil ich damit ja nicht fahren darf. Ah, schau mal. Ich glaube, jetzt habe ich gleich gehopst, ne? Haben die mir die Story wirklich abgekauft. Ja, moin, die haben mir die Story abgekauft. Ja. Die Cops haben einfach die Story abgekauft. Die bin ich mal geguckt jetzt. Ehrenhaft. Das ist richtig ehrenwert. Hat die mir das einfach abgekauft? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die warten jetzt und gucken, ob ich da wieder zurückkomme. Ja, geil. Auto ist wieder beschafft. Das heißt, wir können zum Mechaniker fahren und dort fragen, warum die mir nicht antworten auf meine Frage nach dem Flugzeug. Ich muss das nämlich tunen. Ich möchte das hertunen. Dass wir damit heute üben können, bevor wir in Space Shuttle steigen und auf zum Mars fliegen, Alter. Muss ja. So, jetzt muss ich weiter vorlesen, ja? Ähm. Raffnix. Danke für 1,50 auch. Kälte, cool. Danke für 1,07 Euro. Vielen Dank. Und, äh, ach, Andy oder ach, Andy. Mit der Laubnis der Eltern können Jugendliche meist mit 14 Jahren mit den Segelfliegern fliegen. Oh, krass. Also stimmt's doch. Also, mit 14 darfst du Segelflieger fliegen mit der Laubnis der Eltern. Ich glaube, in Österreich gibt's da nicht ein Jagdding mit 14, dass mit 14 eine Waffe schon tragen darfst. Also, wenn du Jäger bist mit 14. Da darfst du so ein Repetiergewehr oder sowas haben mit 14, wenn du halt jagen gehst. Wenn du im Jagdclub bist. Irgendwas habe ich da auch mal gehört. Also, das ist schon ganz komisch. Waffengesetz in Österreich sind sowieso sehr komisch. Will und kann man nicht verstehen, aber ist halt so. Also, das mit der Schrotflinte verstehe ich nicht. Ob man eine Schrotflinte einfach so kaufen darf. Aber 18. Eine Pistole, mit der du eigentlich treffen musst, wo du weniger Schaden anrichtest. Musst du einen Waffenschein machen. Aber auch so eine Schrotflinte, mit der du mehr Schaden machen kannst. Irgendwo du einfach drauf ballerst und du triffst dein Ziel immer. Es ist halt Schrotkugeln. Und es ist halt, ja, muss keiner verstehen auf dieser Welt. Ist heute so. Es ist heute so. Wir kommen in Österreich. Hier sind Schrotflinten ab 18. Egal, erwerblich. Mit einem, ich glaube, zwei Tages Cooldown. Oh ja. Das wäre ich mal gewSTEid, dass die mich nicht. Uiuiui, da haben wir jetzt ein Problem. Da haben wir jetzt ein Problem. Er hat mich nicht gesehen. Ja, der hat mich nicht gesehen, der Bruder. Oh, aber ganz schnell einparken. Aber ganz schnell einparken, das Ding. Er hat mich nicht gesehen. Ja. Warte, wir haben ja ganz schnell den Return gemacht hier. Oh ne, wie komme ich denn da wieder hoch? Ich muss hier raus. Ich muss hier wirklich raus. Oh ne, ey. Oh ne, suchen die mich jetzt? Ne. Man, jetzt komme ich hier nicht runter. Kacke. Wir haben das gesehen. Ja, ich probiere mal hier hoch zu gehen. Irgendwie kommt man doch hier runter, oder? Irgendwie muss das doch klappen hier. Irgendwie, ja, ich glaube hier vorne kommen wir irgendwie runter. Es ist so schwer mit K1 ein Auto zu fahren, ohne dafür hops genommen zu werden. Ich komme, glaube ich, hier. Kann ich hier runter? Oh ne, warte, ich springe hier runter. Oh ne, das ist ein Kopter, das ist ein Kopter. Der hat mich gesehen. Ne, hat er nicht. Ah, hat mich nicht gesehen. Ja. Ja. Oh ne, jetzt sieht er mich drauf. Jetzt sieht er mich. Spick, spick. Spick da der Herr Polizist? So, runter da. Wupp. Geil. Er hat geparkt durch das Problem. Ja, egal. Ich sage ihm einfach, äh, ja, der Herr Wolf ist wieder mit mir zusammengefahren und der, geht sich ja Schuhe kaufen. Sie können mir nichts nachweisen. Herr Wolf ist gerade Schuhe kaufen. Jetzt weiß ich, was da los ist, dass die mir nicht mal mein Flugzeug hier antworten. Das können wir echt nicht wahrsteinern. Wollen wir mal. Genau. Hallo. Hallo. Wie hat alles hergelaufen? Der frühe Vogel fängt den Wurm und der Wurm, der ist nicht da. Was kriegen Sie denn für den, äh, Schalter? Boah, cool. Ist das ein Polizeiauto? Darf ich mich mal da hinten reinsetzen? Ja. Dann kommen Sie mal kurz. Ich probiere mal. Darf ich da hinten rein? Hier? Hier hinten reingucken. Der ist abgeschlossen. Kann ich mal, ich will mal da hinten in diese Kabine rein, da, wie das aussieht. War da noch nie drin. Dann machen Sie mal auf. Gerne. Dann aufmachen. Dann haben Sie einen angenehmen Arm noch. Dann aufmachen. Dann machen Sie mal auf hinten. Ist noch immer nicht offen. Doch. Nö. Mensch, Weinberg, du bist so eine Feuerwehr. Nö. Jetzt ist es offen. Boah, cool. Schaut mal, ich bin im echten Polizeiauto hinten drin. Wow. Fantastisch. Richtig cool. Das erste Mal beim Leben, dass ich das von innen sehen kann. Ich würde dich ja eher da vorne auf dem Fahrersitz sehen, du. Nee. Ja, warum? Naja, sieht bestimmt cool aus. Tino. Was denn? Cool. Keine gute Idee. So, bitte. Ich habe die Scheibe hinten aufgemacht. Ist das schlimm? Ja, aber vorne gibt es eine Kriste, die man drücken kann. Okay. Ja, ich kriege die nicht mehr hoch. Ja. Hat einer von euch Werkzeugkasten? Ja. Cool. Ja, gerne. Wie viele möchten Sie denn? Darum sitzen Sie alle, wir machen nichts. Ich habe Sie angerufen. Geil. Hier. Ja, wo du angerufen? Nee, ich habe sie angeschrieben. Wo warten Sie? Warten Sie? Jetzt passen Sie auf. Oi. Ich habe Ihnen einen Dispatch geschrieben vorhin. Nein, wir brauchen mehrere Autos, muss er reinpassen. Dann hat dann der weggedrückt. Oder ich habe ihn nicht... Vielleicht habe ich ihn gar nicht angefragt. Das kann sein. Warten Sie mal. Das glaube ich auch, ja. Nee, ich habe den versendet. Ich sehe es gerade. Ich habe versendet. Okay. Es gibt ja... Was war der Inhalt von der... Ja, das ist mir etwas zu Privates. Das möchte ich woanders klären. Okay. Das war auch eine Ernstgemeinschaft. Was haben Sie schon gecheckt? Was stand denn da drin? Äh, ich wollte... Mein Flugzeug wollte ich lackieren. Und ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Jetzt sagt die so, Sie kennen sich da ja aus, oder? Ja, das kann man bei uns machen. Also beziehungsweise unten am Flughafen. Können Sie da mal vorbeikommen und mir helfen? Ja, wann? Jetzt dann, oder? Jetzt dann, ja. Okay, ja, ich trommel mal kurz den Kollegen noch mit rein. Cool. Dann packen Sie vielleicht noch eine Tuba dabei, dann können wir ein Konzert spielen mit der Trommel. Okay. Was hast du denn so für ein Flugzeug? Ahhhh. So ein Mammut-Dingsbums. Keine Ahnung. Mamm. Ja, weil das müssen wir eigentlich vorher einzahlen. Dann müsstest du uns sagen, was da haben. Mei, 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 mei. Ja, aber wie soll ich eins, wenn ich nicht mal weiß, was man da alles machen kann. Wie soll ich das machen? Man kann eigentlich nur primären Lack, sekundären Lack. Ähm, den, wie heißt der? Ähm, Perlack. Und noch den, ähm, den Nachbrenner kann man machen. Okay, was kostet das alles zusammen? Da muss ich eben schauen. Was war das? Mammut, oder wie hieß der? Mam, 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 mei. Mami, Mamut, Mami. Mami, okay. Mo, Mo, Yon, keine Ahnung. Was mit M. Mayu. Mama, irgendwas. Keine Ahnung. Mammut. Oder Mam, Mama, Mama, Bahama. Mam, Mami. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr. Jep. Missen Sie gucken. Ich schaue mal schon. Mammut, wo es? Ich glaube, so heißt das Mammut Hat der 88.000 Dollar gekostet? Genau, 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 der ist das Jawohl Ich rechne es mal schnell aus, was es kosten würde Maximal Cool, dann rechnen Sie mal aus Boah, cool Über den Lack kratzen Über den Lack kratzen Über den Lack kratzen Über den Lack kratzen Oh, jetzt sind die Schuhe Das wollte ich nicht Über den Lack kratzen Popo kratzen Popo kratzen Entschuldigung Wir werden dann bei 21.120 Können wir alles machen Okay Mach mal 20 und dann ist gut Okay, okay, machen wir Ich habe einen gezahlt Okay Dann bis gleich Ja Okay, bis gleich Tschüss Boah, das ist aber voll aggressiv angelehnt Boah, cool Na, los geht's Dann fehlen jetzt nur noch zwei Bist du mit kleiner? Nö Kannst du noch einen nehmen, Sergej, in die Hand? Ja, ja Wer ist das, Sergej? Ich bin Sergej Achso Heißen sie so Und dann noch einer Warum nennt man sie so? Verstehe ich nicht Tschüss Kinder können so True sein Okay Weck da Ich sage nur die Wahrheit So Der arme Bruder Das Jerome Auf einem guten Stream Kannst du mich grüßen? Das Jerome, natürlich Survey Und wieder raus Oh, survive So, survive Stimmt, ist auch wieder am Start Ich sage nur Survey dazu Survive Ich habe das Gefühl, die Polizei wird mich jetzt direkt hops nehmen Sobald ich hier rausfahre Die wird mich direkt hops nehmen Seid ihr auch derselben Meinung? Also ich bin mir sehr sicher Oh ja, ich höre sie schon Adi, das war der andere Typ mit dem selben Auto Ein bisschen Ein bisschen Schleifpapier Ein bisschen Papyrus Ja, auf geht zum Flughafen Mal das Ding aufmotzen Oh, voilà Entschuldigung Ich bin echt Oh, super Furchtbar leid Keiner darf und Dings hier Ist ja richtig geil gewesen Aber immer hat keiner von der Rettung Oder von der Die müssen ja echt mal kommen, Alter Ich will ja heute nicht abrecken Ich habe heute noch viel geplant, Leute Das ist erst Streich Nr. 1, das ich hier vorhabe Das große Ding kommt ja erst Oh, Alter Militärhelikopter Militärhelikopter Hoch, drei Stück Drei Stück Militärhelikopter Was da wohl los ist? Ah, ist ein Weg Rechts rein da Yes Ich bin gespannt, wie das Ding aussieht Glaubt ihr, man kann es komplett schwarz machen? Das ist ja richtig geil Komplett schwarzes Flugzeug Ist ja richtig unter Ich muss mal vorbeurten Ein bisschen ausparken Hat er gesagt, ne? Ja klar Muss man Jetzt wird er machen lassen Alter Parking like a pro Mamatus heißt das Ding Ah Mit dem Kennzeichen Halt die Fresse HFS Halt die Fresse Ja, mal schauen, was wir dran machen können Also wenn wir das Komplett Black lackieren Sieht jetzt richtig geil aus Da kommen sie schon Und die Frage ist, wo sie das machen Oh, da musst du aufpassen Dass du nicht in den Ruto reinkommst Da bist du direkt tot Bei dem Teil Alter Gar kein Bock jetzt Aber da ist er Unser Private Chat Alter Guck mal, was wir hier Licht haben Hier vorne zwei Stück Hier auch nochmal zwei Stück Und hier nochmal zwei Stück Also damit können wir Auf jeden Fall genug sehen Boah Das Ding ist echt nice Und die schönen Antennen Die wir dran haben Warte, für was sind eigentlich Diese Antennen wichtig Ist das einfach zum Zum Kommunizieren Nee, ne Die müssen noch einen Nutzen haben Weil sie sind irgendwie Das auf jeden Fall Muss das einen Nutzen haben Hier oben Glaub ich Umsonst ist das so nicht da, oder Ja, egal Wir warten jetzt auf den Typen Vom Von der Garage Da tun wir das Ding Komplett schwarz-weiß Oder wir machen es Komplett schwarz Dann gehen wir nämlich richtig unter Was vielleicht aber auch Kontraproduktiv sein könnte Wenn wir damit fliegen Und wir sehen das Flugzeug Nicht mehr Haben auch ein Problem So in der Nacht, weißt du Wenn das einfach untergeht Weil wir sehen es ja dann Selber nicht mehr Dann siehst du noch die Sterne Und das Flugzeug komplett schwarz Wir bräuchten so einen Flug Ähm Fluglots mit Funk Das wäre nice Ja, hier die Cessna Auf Ähm Landeband 2 Bitte Ah, da kommen sie glaube ich Ja, da kommen sie Ich hoffe Bitte sei kein Polizist Ja, da sind sie Schau Mechaniker Mit dem Mechaniker Mobile sind sie unterwegs So muss das So ja, das war ein Tidammer Von Euro und Manuel Rost Ausbildung zum Ultraleicht Flugzeugpiloten ab 16 Äh, 3-Achse Lizenz ab 17 Alles klar Sehr gerne Geile für das Schießhaben Vielen Dank Hallo Hallo So, dann fahren wir mal kurz rüber Oder? Ja, soll ich da mitfahren? Ja klar Ah cool Sie kennen sich aus wie sowas fährt? Bitte? Sie kennen sich aus wie man mit sowas fährt? Ja, keine Ahnung Wird schon schief gehen Haben sie eine Fluglizenz? Ja, habe ich mal irgendwo gemacht Achso, ja cool Ich auch Ich habe die heute gemacht Jetzt gibt es doch kein Alter Ja, 14 Anscheinend nicht Ja, 14 Da kann man schon mal Flugzeug fliegen Ja, warum nicht? Ja, ich feier es Ich finde es cool Umso früher, desto besser Oh, bitte fahren sie da nicht rein Erfolge mit einem Flugzeug Oh Ja, ja, ein bisschen So, dann schauen wir uns mal hier kurz im Katalog an Welche Ja, sie können den Motor abstellen Sonst ist es ja sehr laut Ja, 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 ja Irgendwie Will er nicht Will der Motor nicht ab? Jetzt Na endlich Okay Hat hier keiner aus hier Das ist echt laut Das muss man echt sagen Also du möchtest den Nachbrenner auch haben, oder? Was will ich haben? Den Nachbrenner Das Ja gut, wie beim Propellerflugzeug Der Nachbrenner funktioniert Weiß ich zwar auch nicht, aber ja Keine Ahnung Den Upgrade-Propeller nehme ich Ja, okay, okay Mhm So, und dann haben wir noch Lackierung Ja Können Sie den mal probieren Komplett in black machen So all black everything Geht das bei dem Ding? Ja, ich glaube schon Boah Ui Geil, oder? Und Siegründer Können Sie auch noch machen? Ja Schauen wir mal kurz Müsste gehen Okay, das ist Das ist heftig Das sieht aus Sieht aus wie VIP Ich bin Ich bin VIP einfach Du bist Okay Jetzt bin ich VIP Ja, also Sieht wie so ein richtiger VIP-Chat aus Oder nicht? Ja, das sieht wohl Richtig gut aus Können Sie mal matt machen? Matt? Ja Wie das aussieht Matt? Boah, wir könnten Militärflugzeug draus machen Mach es denn immer so Militärfarben Also so grün praktisch, oder? Ja, ja So matt grün mal probieren Wie das aussieht Ah, was bin ich bei Äh Falsch Hier So Boah, das wäre aber auch nicht schlecht Sieht auch gut aus, ja Das ist das Stil Ich glaube, wir kriegen den roten Streifen nicht weg Ja, den können wir Warten Sie mal Können wir vielleicht probieren Spielen Sie mal mit den Mit den Mit den Liverys durch Wenn Sie es haben Probieren Sie es mal Okay, der Streifen bleibt drin Ja gut, aber ist aber nicht so schlimm Das geht schon Ich finde sogar Rot und Ding passt irgendwie Mit Militärfarben Sieht echt cool aus, ja Irgendwie hat es was Ähm Sollen wir nochmal Auf Militärfarben gehen Ja, probieren Sie mal Alles auf Militär Wie das aussieht Sie müssen dafür eh nichts zahlen Wenn Sie da machen, oder? Beim Vorschau Ja, das geht, das geht schon Alles im Rahmen Katalog, okay Hm Und wenn Sie das andere auch nochmal so machen Wie sieht das aus? Oh, das sieht aber schon So Wobei das andere sah sogar noch Krasser aus Als das andere schwarz ist Hat was Ja, das sieht irgendwie noch cool aus Finde ich auch Boah, das ist echt schwer Das sieht auf jeden Fall geil aus Gutsi, stimmt Also entweder haben wir es so Oder dann So Weil ich glaube, ich nehme echt Komplett Black Das hätte schon was Wenn ich das Komplett Black mache Machen Sie nochmal Komplett Black Ja Fühlt sich ja schon richtig So Und So Ja gut Das ist schon am besten Ja Das will ich schon am meisten Ja, ich nehme das so Und Scheibentönung gibt es nicht, oder? Doch, aber auch Können Sie das mal probieren Wie mir das aussieht? Boah, das funktioniert wirklich Ja klar Oh ja, cool Dann machen wir volle Scheibentönung rein Aber volle Ganz dunkel Jetzt ist ganz dunkel Ja, ja Nehmen wir Nehmen wir Nehmen wir mit Perfekt, perfekt Ja gut, dann Montieren wir mal alles, oder? Okay Den Upgrade Propeller auch? Mhm Okay? Ja Dann fahren wir rüber Und dann kannst du kurz drauf warten Ja Boah, Alter Sieht so heftig aus Ich hoffe, die gibt es hier mal Komplett Schwarz, Alter Ich finde den Komplett Schwarz Sieht schon gut aus Aber nicht den Matt Ich finde den so besser Wenn der so glänzt Aber richtig geil Auch mit dem Streifen drin Das sieht schon geil aus Mit dem Grün sah es eher nach Gucci aus Aber ich muss die Katze rauslassen Gut Dann packe ich erst mal ein Das Ding Vielen, vielen Dank Jawoll Chip, 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 chip Chip, 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 chip Dann wünsche ich noch einen schönen Tag Weil ich muss mal gucken Weil jetzt Polizei hier ist Nicht, dass die jetzt blöd guckt Tschüss Ich muss die Katze rauslassen Die will raus Wartet mal, Leute Nur ganz kurz bitte Zwei Sekunden Na komm, geht Na komm, geht Komm So Ja, Robert Unser Unser Chat ist fertig So Ist die Frage, ob die Polizei jetzt gerade guckt Eigentlich können sie Wobei sie können ja eigentlich nichts machen Ich habe mich damit jetzt fliegen Gehe, oder? Außer jetzt eine R1 einschalten Hm Ja komm, lass mal fliegen Komm, lass mal fliegen Ist das geil Aber ey, ich finde die Farbe Die hat was Also wenn es war Extras hat es nicht Na, aber Lackierung Könnte halt hier den Code umändern Und ich finde das sieht so richtig wie der Pi mäßig aus Schaut mal wie hier drüben Dieser Private Chat Seht ihr den schwarzen Private Chat? Der sieht so richtig wie der Pi aus Jetzt mit den getönten Scheiben und allem Boah Wir sind richtig wie der Pi unterwegs Ja, jetzt ist die Frage Leute Sollen wir Sollen wir Richtung Space Shuttle Mit dem Ding Sollen wir mal Richtung Space Shuttle Oh, warte, wie tun wir das Ding mal auftanken Stimmt eigentlich Wie soll das Ding mal auftanken Leute, lasst mal ein Like Da werden wir Richtung Space Shuttle fliegen sollen damit Da müssen wir nämlich wohin Wo wir das Space Shuttle abholen können Und da kommen wir auch nur mit dem Flieger hin am besten Da kommen wir nur mit dem Flieger am besten hin Deshalb ist das eine Win-Win-Situation Dass ich hier gekauft habe Hier den Flieger Das ist wirklich Win-Win Ja, haut mal fett auf den Like-Button, Leute Haut mal rauf Auf 5000 Haut mal drauf für Space Shuttle Ja Das wird echter Pilot werden Echter Astronauten-Pilot Klasse Echter Astronauten-Pilot Äh Ich hab das Gefühl Da sollten wir besser nicht so knapp dran machen So Äh, ja, jetzt muss das Ich muss das selber auftanken Wo sind wir überhaupt der Tank Hier ist der Tankstutzen Der ist ja der Tankstutzen Perfekt Ja, Leute Lasst auf jeden Fall die Likes hier sprudeln Wir fliegen jetzt dann gleich mal straight Richtung, äh, Dings rüber Richtung, Richtung Space Shuttle Jetzt geht's dann los, Leute Die Frage ist, ob ich davon aufgeralten werde Oder nicht Müssen wir mich, äh, wohin fliegen Wo es ziemlich illegal ist zu landen Und ich hoffe, wir werden hier abgeschossen Hahaha Dort, wo wir hinfliegen, haben wir jetzt gleich Äh, brenzlig vielleicht So Schauen wir mal Äh, grüßen wir mal bitte meinen, äh, Messie-Freund Nils Los bis zur Weste Dann Nils, der Arme Der Arme Nils Äh, Elite Toast Auf und schönes Team Danke schön, Elite Toast Vielen, vielen Dank Habe ich das Ding jetzt vollgetankt? Ich hoffe Das Ding, das Das zieht sich ja saumäßig wie Sprit Schauen wir mal, wie viel ist denn da drin Boah, Alter, der Hebel ist ja richtig alt und rot Ich gebe euch mal So ein Stick ist da drin Wie bei so einem Heli Okay, ist voll Das ist einfach wie so beim Heli So ein Stick einfach nur drin Also gar kein richtiges Chockwheel ist da So ein Steuer-Dings Okay, los geht's, Leute Wir fliegen jetzt Richtung Shuttle Schnallt euch an Es wird eine, ja, okay Weite Reise Es geht Ich habe halt nur die Angst, dass ich runtergeschossen werde Oder so Das ist Ich darf mich dort eigentlich nicht aufhalten Ah, komm, wir ziehen durch Es ist doch immer keiner von Krankenmuster Also wenn ich heute draufgehen sollte Mit dem Fliegen Dann wisst ihr, Leute Ich habe alles gegeben, was ging Ich habe alles riskiert Ab geht's Boah, der fliegt jetzt echt besser Also schneller, oder? Weil das hat gesagt Der andere flog 200 irgendwas, ne? Mal schauen So, Dankeschön an XXX Also dieser Name Hi X-Thing, komm Dester Streamer wieder Kelvin H Ah, Kevin H Kevin Hartmann Kelvin Ich denke schon an Kelvin von The Forest Weiß ich nicht Da, wenn es soweit ist Kommt er Okay, so schön ist es jetzt auch nicht, ne? Aber Leute Wir fliegen Mit unserem Private Chat Der sieht echt heftig aus In Schwarz Also komplett Schwarz Hat das Ding was Ich glaube So kriegt man die ja gar nicht Im Online Modus Im Online Modus Kannst du ja die Farben Vom Flieger glaube ich Sogar gar nicht ändern Das ist jetzt wie so Ein gemodeter Flieger Im Online Modus Schon geil Auch der Streif Macht's aus Wer der Streifen nicht da Wär es dann nur halt so geil Finde ich Wird daraus echt Gucci Ding machen können Muss ich nur hoffen Dass die, dass die Landung Jetzt hinaus Äh, der Blitz von Ghost Guten Abend Hier Danke schön Äh, Blitz von Ghost Luca Leon 1981 Mi26 No Und Nuke 2001 Der Hon Äh, VIP Und Primesab Dankeschön Adi Mit drin hat Ich auch dafür Neuro Lennox Behaut Euros Vielen Dank Hommit Den Lock Haben wir Vorgesen No Sieben Boste Mal glaube ich Auch Vorgesen Ich hätte Alles Vorgesen Ich hoffe Ja Sieben Straßen Bei Node 1 Ich glaube Das habe ich Alles Vorgesen Hier Alles Vorgesen Perfekt Ja Auf Zum Space Shuttle Mit Eine Burrell Noch Eine Burrell Sind Gleich Da Oh Ich glaube Die war Etwas Zu Viel Ups Ja Oh Nein Da Ist Ein Düsenjäger Oben Er ist Die US Airbus Fliegen Sie Rechts Ran Werde Ich Abgeschossen Von dem Ich hoffe Nicht Werde Ich Merken Leute Werde Gleich Merk Amüsiert Werden Na Schauen Mal Ich Wurde Nicht Anvisiert Das Sind Sogar Mehr Ob Das Gut Geht Upsi Ich Weiß Nicht Ob Das Gut Geht Ich Weiß Was Ich Tue Einfach So Ich Möchte Weg Fliegen Okay Ich Möchte Ja Nicht Hier Landen Ich Möchte Auf Der Airbase Gar Nicht Landen Leute Alles Gut Ich Bin Nur Ein Kind Was Ich Verflogen Hat Jetzt Turnen Wir Ich Habe Das Gefühl Das Immer Hinter Wir Sehen Aber Nicht Mehr Wo Ist Er Weg Okay Jetzt Proben Wir Zu Land Leute Auf Der Airbase Da Holen Wir Uns Unser Space Shuttle Holen wir Hier Ich Bin So Gespannt Jetzt Wer Ich Abgebaddert Wenn Ich Jetzt Lande Auf Ein Oh Nein 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 Ich Möchte Gar Nicht Landen Ich Möchte Gar Nicht Landen Bruder Alles Gut Ich Tue Nur So Ich Tue Nur So Ich Möchte Gar Nicht Jetzt Mal Ziehen Komm Zie Durch Ich Ich Wurde An Airbase Anvisiert Ich Hoffe Ich Werte Jetzt Echt Ungeknallt Dann Habe ich Riesen Groß Problem Wunder Gehts Landeanflug Leute Da Kommt Der Erste Militär Wagen Oh Ja Oh Ja So Ich Einfach Durchziehen Wie Erkläre Ich ihm Das Wie Erkläre Ich ihm Das Ich Ich Pack das Ding Einfach Mal Irgendwo Ein Hier Auf Ganz Entspannt Ne Opala Ich Habe Was Mit Opala Ich habe Eine Zaube Mit Genau So Ich glaube Hier bleibt Was Stehen Hallo Äh Hallo Hallo Ich Glaube Ich Hab Mich Verflogen Bin Bin Ich Hier Nicht In Texas Ist Das Nicht Der Texas Flugplatz Negativ Mein Sprit Ist Leer Ich Musste Hier Landen Ich Mach Hier Mal Zu Jetzt Komme Ich Ir Vom Fleck Ich Hab Notlandung Einlegen Müsse Ich Woll Eigentlich Texas Alles gut Ihr könnt Die Waffen Weg Legen Ich Bin Ganz Friedlich Ich Habe Nichts Dabei Ich Habe Chicken Burger Noch Dabei Ich Habe Ein bisschen Tierfutter Dabei Ein bisschen Schokolade Habe Ich Noch Dabei Nehmen Sie An Weil Es Ist Gerade Eine Sehr Unschöne Situation Ja Ist Kein Schönes Willkommens Geschenk Aber Bin Ich Jetzt Bin Jetzt Nicht In Texas Ich Bin Jetzt Hier In Wo Bin Ich Jetzt Ich Habe Keine Ahnung Wo ich Gerade Bin Militärischen Sperrgebiet Ich Sehe Weit Und Breit Keine Sperre Also Irgendwie Lügen Sie Mich Doch An Oder In Am Sperrgebiet Müsst Doch Über Sperre Ligen Oder Nicht Ich Habe Keinen Einzigen Sperr Gesehen Dann Veräppeln Sie Mich Oder Wie Nein Wenn Sie Veräppeln Wollen Brauchen Sie Auch Äpfel Verstehen Sie Ich Will Viel Interessantes Sehen Aber Ich Dachte Das Militäres Sperrgebiet Also Verraten Sie Mir Ein Geheimnis Selber Schon Hier Sind Existieren Aliens Wirklich Ja Und Gibt es Silent Hill Wirklich Ja Alle Fragen Beantwortet Jetzt Bin Ich Happy Jetzt Kann Ich Immer Gut Schlafen Genau Haben Wir Irgendwo Ein Alien Was Wir Zitieren Können So Was Wir Uns Angucken Können Haben Wir Nicht Nein 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 Aber Warten Wo bin ich Der Jetzt Dann Einmal Hier Einsteigen Wo Einsteigen Okay Aber Mein Flieger Krieg ich Dann Wieder Oder Kriege ich meinen Flieger Dann Wieder Ja Der Bleibt Sie Stehen Bestimmt Okay Oh da ist es Da ist es Da steht sie Boah cool Boah Das ist ein Das Das ist ein Raumschiff Oder Ist das ein echtes Raumschiff Kann man sich da reinsetzen Da kannst du dich auch reinsetzen Ja Okay das ist cool Wenn Wenn du uns versprichst Dass du Keinen Blödsinn machst Ich mach keinen Blödsinn Okay Das ist ein echtes Raumschiff Damit kann man bis zum Bis zum Master In Aliens fliegen oder Ja so in etwa Oh cool Oh okay Das ist heftig Das ist heftig Wer ist denn da Damit schon alles geflogen Wir dürfen damit nicht fliegen Ja aber wer ist damit schon geflogen Noch niemand Ja doch Das war schon im Weltall Ja sieht mich sehr benutzt aus Sehr ramponiert Sieht etwas alt aus Aber ich gucke mir das mal an Darf ich mir das mal Vom Näheren angucken Ja aber bitte nichts anfassen Nicht auf irgendwelche Knöpfe drücken Oder sonst irgendwas Aber ich darf das anfassen oder Ja Okay Zur Info Ich hab den Ich hab den Admins In Homelader Nur gesagt Sie sollen auf das Ding Aufpassen Weil natürlich Das Ding gibt es nicht Auf RLO Ist jetzt kein Scripted RP Wir haben nichts Ich hab dir nicht gesagt Ich hab gesagt Sie sollen auf das Ding Heute hier aufpassen Dass das keiner klaut Weil das Problem ist Wenn wir so eine Aktion schieben Dass ich hier So was fliegen darf Oder mal kann Und irgendwer kriegt davon Irgendwie Wind Und ein Kopfhärter vorbei Der stellt da uns 50.000 Barrieren auf Dass der mit mir wegkommt Und schleppt das Ding ab Ich hab den Ich hab Also das ist Homeland Das ist Homeland Die machen das Aber ich hab Ich hab dir nicht gesagt Was die machen sollen Was sie sagen sollen Es ist Ich hab dir nicht gesagt Sie sollen sich scripted aufstellen Und hier mit den Mit den Dings rumfuchteln Das ist Ich hab auch nicht gesagt Sie sollen mit den Chats fliegen Das ist alles Von denen aus Ich bin doch grad geflasht Dass die auch mit den Chats Und alles fliegen Aber ich hab gesagt Sie sollen drauf aufpassen Dass das Ding Heute nicht geklaut wird Aber ey Das sieht so heftig aus Das ist so riesig Das Teil ist Wie viel PS hat das Ding? Das wissen sie nicht Das wissen sie nicht Das wird in Schub gerechnet Auf wie viel Schub? Ziemlich viel Ja das müssen sie doch wissen Arbeiten sie hier Ja aber wir sollen das Nur beschützen Beziehungsweise bewachen Ja cool Ich will mich mal reinsetzen Ich will mich mal von innen angucken Ah das ist von der NASA Äh wartet mal ganz kurz Wenn das Ding von der NASA ist Und ihr seid Militär Das macht ja keinen Sinn Habt ihr das Ding geklaut Oder was? Da steht fett NASA drauf Ich hab noch nie Mitarbeiter von der NASA gesehen Ihn ne Waffe haben Oder lagert ihr das ja nur Oder wie ist das? Ja Das ist ja Weil das hier auf einer Militärbasis steht Achso Ja gut Ah das ist die Luke Guck mal da kann ich reingucken Guck mal Da ist eine Leiter drin Oh wo geht denn diese Leiter hin? Geht das dann nach? Warte mal Ist das Kann man da hinten auch drin sitzen? So richtig Ist das Fenster Oder was ist das? Aber das sieht echt schon Ramponiert aus Guck mal Da habt ihr schon mit Klebe Pant Habt ihr danach gearbeitet? Guck dir das mal an Die Reifen sind auch nicht mehr Die neuesten Guck dir die mal an Die sind doch richtig abgefahren Die haben nicht mal mehr Profil Ah Was denn los? Mach nichts kaputt Ich mach nichts kaputt Ich will mich nur reinsetzen Kannst du mal aufmachen Kannst du mal aufmachen Kriegst du das auf? Weiß ich nicht Ob das aufgeht Vielleicht wollen wir hier So drauf drücken Irgendwo Mal gucken Let me push a button Ich mein sonst Könnte ich mal probieren Äh Warte ich schau mal auf die Kann ich mal auf den Flügel gehen? Ich will mir den Flügel mal angucken Komme ich irgendwie Auf den Flügel drauf Ich komm nicht auf den Flügel Ja ihr könnt noch nicht Ein Kind einfach anbieten Dass es reingucken darf Und dann ist er nicht zu Offen Vielleicht dieser rote Knopf Warten sie mal Der rote Knopf da oben vielleicht Ah Da war ein roter Knopf Da war ein roter Knopf Da muss man drauf drücken Hier sieht man aber kaum Weil der schon so kaputt ist Jetzt gucken wir uns das mal an Aber sie müssen die Tür glaube ich Aufschieben Ich bin zu klein dafür Kriegen sie die Tür auf? Oh cool Oh cool Das gucken wir mal von hinten an Geben sie mal Gas Geben sie mal Geben sie mal voll den Geben sie mal voll den Schub Ich werde es mal von unten Angucken Da tatsache ich mich auch mal rein Darf ich mir jetzt mal Jetzt gucke ich mir das aber nur an Ich drücke auch keinen Knopf Wir versprochen Ja okay Oh Der hat ein komisches Geräusch Gemacht Das ist normal Boah Ich sitze im echten Cockpit Boah Leute Jetzt guckt mal Ähm Was ist da gerade passiert? Oh ne Werden wir angegriffen? Was ist denn jetzt passiert? Da ging gerade irgendwas hoch hinten Die lassen einfach das Kind da drin alleine sitzen Ja gut Vielleicht wird die Basis gerade angegriffen oder so Hä? Hat das auch gerade Es hat irgendwas explodiert da hinten Sollen wir diese Situation nutzen? Unmutig glaube ich Da ging gerade irgendwas hoch Komm ich da durch? Ich bin drin Da hinten ist irgendwas hochgegangen Ja gut aber was erwarten sie sich Wenn wir mich jetzt alleine da drin lassen Hätten die volle zugeparkt Wäre ich weggekommen Hahaha Wir nutzen es Und äh Wer hat uns jetzt mal an die Warte mal Was steht hier alles drauf? Also Wie funktioniert denn das Ding überhaupt? Knopf 1 So Das Radar funktioniert Das Radar funktioniert Super Wie sieht der Plan aus? Also hier stehen irgendwelche Sachen drauf Die ich von hier aus nicht lesen kann Wobei ich kann irgendwas lesen Äh Energy Low oder sowas Ach keine Ahnung Aber was soll ich jetzt drücken? 1 2 3 4 5 Einfach auf diese 1 2 3 4 5 Aufklicken Und dann geht das oder? Okay Das schiebt Das schiebt Oh mein Gott Zieh hoch den Vogel Zieh hoch Oh mein Gott Zieh hoch Hoch Ich bin der Luft Auf zum Mond Ich bin der Luft Leute Ich war fast gekracht Aber das sehe ich da oben gekommen Also wir sehen uns mal den Mond an oder? Der ruckelnde Mond Der wird mal anvisiert Ey das ist ja voll geil Du kannst ja wirklich Da hast du so ein Dings hast du da So ein Wie sagt man So ein Dash Overlay So ein komisches Guck mal Dieses Glas hier vorne Kannst du richtig geil anvisieren Wenn du hinfliegen willst Lüffst du mal rüber So Ich will mal schauen Was das Ding Warte So Zieh Was das Ding An Leistung hat So 315 Sind wir gerade 340 360 Alter Das wird schnell 400 500 Komm Zieh noch ein bisschen mehr 570 Ich habe Damit schaffen Aber wenn ich jetzt Ich muss da mal Na oben Und dann runter Alter ist das schnell Alter Schwede Ist das Ding schnell Ja Head-Up Display Genau das wollte ich sagen Die ganze Zeit Dieses Head-Up Dings Bums Head-Up Display Ich muss das mal Probieren Wie schnell das Ding Fliegt Oh 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 Nein 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 Wir stürzen ab Wir stürzen ab Nein nein Nicht abstürzen Karl-Heinz Nicht abstürzen Scheiße 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 Karl-Heinz Stütz dich ab Karl-Heinz Stütz dich ab Was machst du denn Nein Hä ich fliege Rückwärts Hä was ist denn los Mit dem Gerät Irgendwas stimmt Irgendwas stimmt Mit Hasin Nicht Alter Alter ich bin kurz Abgestürzt Okay ich darf Nicht so stein Mit dem Ding Hochfliegen Ich stürze uns ab Mit der Kiste Alter ich bin grad Im Sturzflug gewesen Ich hab mein Leben Vor mir gesehen Ich hab mein Leben Vor mir gesehen Mit 500 Alter ich hab ganz kurz Mein Leben vor mir gesehen Schau mal wie schnell Das ist Das ist so krank schnell Alter Mit fast 600 Über den Hauptplatz Holy moly Alter das war grad Dass ich den hoch Gefangen hab Weißt du wie knapp Das grad war Ich bin grad rückwärts Geflogen Ich bin grad Wirklich Ländlich rückwärts Ich muss echt gucken Wie weit ich damit Jetzt hochkomme Und dann den Sturzflug rein Aber er sieht grad Ich muss echt auf Also sie sieht grad echt Schlecht Als ich damit fliege Aber es ist glaub ich Das schnellste Flugzeug Was wir am RLO Hab ich mein Der guckt 600 kmh Sind wir grad geflogen Vorhin Schau mal dass die Schau mal was hier ist Das ist der Nürburgring Da vorne So ich muss nur gucken Wie weit ich fliegen kann So und dann müssen wir mal gucken Wie schnell das Ding Wirklich fliegen kann Oh jetzt ruf mich an Officer Milchschmidt Oh nein Okay jetzt muss ich aufpassen Und jetzt nimmt er ab So jetzt runter Jetzt vollgas aufnehmen Mal gucken ob ich schon wieder fliegen können Alter 600 Komm 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 600 Ja 640 670 670 Ich bin grad 670 Kmh geflogen Boah der Milchschmidt ruft an Da muss ich abheben Hallo Ja Karl Heinz Was los Was machst du Ähm Nix Und sie Sicher Ja warum Wieso wird uns dann Wieder mitgeteilt Hast du wieder was geklaut hast Ich hab nix geklaut Ganz sicher Ja Du bist nicht ganz zufällig Gerade irgendwo in der Luft unterwegs Nein Wo bist du denn Äh ich mach grad Urlaub Und wo Äh Bahama Äh Dingsbums Auf den Bahama Dings Das heißt Du kannst mir jetzt ohne Probleme Äh Ich kann ihnen Urlaubsbilder schicken Wenn sie wollen Ich mach grad Urlaub Wenn sie mir jetzt eine GPS Koordinate senden Würde ich dann ohne Probleme Sie dort antreffen Ja kann ich machen Ich muss erst mal Ich muss erst mal mein Boot wieder raussuchen Weil ich bin grad mit dem Boot Bisschen unterwegs Am Am Dings Am Äh Sie wissen schon Ne Wollen sie nicht Ja doch Ich bin ja Auf den Bahamas Mit dem Boot unterwegs Herr Schmidt Natürlich wissen sie das Und da muss ich jetzt erst mal irgendwo ran Mit dem Boot Ich fahr grad so ein Kinderboot Fahr ich grad Schick mir mal eine Position Ja ich sende ihn ein Tschüss Ne hat der Herr Schmidt auch schon Wind davon bekommen Ja nochmal zur Info Weil sehr viele geschrieben Das Fahrzeug haben wir natürlich bereitgestellt Das ist klar Aber das gibt's auf Airbus Das kannst du nicht kaufen Aber die Homelander Die haben ihr RP komplett selber entworfen Gerade Die haben Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Was ich hab überlebt Nein 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 Da bin ich Schmids Das Triebwerk ist ausgefallen Der Schmids Es ist keiner da Der mir helfen kann Ich bin zu weit weggeflogen Nein Ich bin zu weit weggeflogen Weil das Ding so schnell ist So wo war denn das jetzt So wo war denn das jetzt Ich kann ja die Map nicht aufmachen Jetzt muss ich 22 Minuten warten Bis ich äh Bis der Respawn verfügbar ist Das machen wir jetzt die ganzen 22 Minuten Ich hoffe dass er online kommt Ich mein es ist jetzt 20 Uhr 30 Wenn wir Glück haben kommt einer und holt uns ab Aber wird knapp Es wird knapp Dann warten wir mal ab Das Ding ist Wenn einer da ist Vom FD oder von den Medics Aber eigentlich FD nur Dann äh ja Dann holen sie einen Schon ab Dann holst du halt ein Admin Der bringt dich rüber Aber die müssen halt auch einen holen dann Und wenn keiner da ist Hab ich halt Pech gehabt Und ich glaube es ist heute auch keiner da Warum auch immer heute keiner da ist Aber Ich hab selber gewusst Und ja ich hab 200.000 Öcken dabei Ich bin so ein Trottel Ich hab 200.000 Öcken dabei Herr Milchschmidt Ich mach Urlaub Herr Milchschmidt Mir geht's gut Ich send ihn gleich Gleich ein Bild Von meinem Boot Der Milchschmidt Und von den Koordinaten Wo ich grad bin Die Koordinaten hätten mir jetzt vielleicht den Arsch gerettet Aber ja So schön kann es gehen Der arme Bray Ja ich würde sagen wir warten Vielleicht kommt noch einer Vielleicht aber auch nicht Aber ich glaube er sieht schlecht aus für uns Es kommt heute keiner mehr Weil wenn um 20.30 Uhr kein Medic da ist Dann wann soll sonst ein Medic kommen Wann soll sonst einer kommen Ja ich könnte Leute wenn ich mich jetzt revive Das ist unfair Ich bin selber dran schuld Ich hab das Ich hab das Ja wer Milchschmidt ruft an Ich würde so gerne abheben Und das einmal erklären Was gerade passiert ist Das kann ja nicht sein Das wird auch keiner mehr kommen Heute So sieht es aus wie So sieht es schlecht aus Ja hörte sag mal Jetzt wird mit 20 Minuten Danach respawn Danach Gedächtnisverlust Karl Leinsmann ist dann wohl nichts mehr Und 200.000 Ocken sind auch weg Aber mir geht es eher darum Herr Milchschmidt Ich würde gerne abheben Es geht aber nicht Ich bin mitten im Ocean Das traurige ist Ich bin wirklich im Ocean Es ist traurig Hauptsache wir haben vier Mechaniker Die da sind Wir haben drei Leute von der Security Die könnten mich holen Hättest du mal länger am Telefon Selbst wenn Bruder Ja die werden mich niemals finden Selbst wenn Ich glaube selbst wenn ich um die Koordinaten gesetzt hätte Hätte mich niemals gefunden Das Karma kommt sofort Ja das war das Karma fürs Clown Von diesem Ding Alter Was machen wir jetzt die letzten 20 Minuten Leute Boah kann bitte das Telefon einfach aufhören Danke Jetzt soll ich mal anrufen Dann kriege ich einen Raster Bitte Herr Schmidt ruf nicht an Bitte Herr Schmidt nicht anrufen In real life gibt es keine Mapgrenzen Hol Homeland Ja aber wenn es jemand anderem passiert Muss der genauso Also die Dings holen Dass er selber schuld Wenn er zu weit raus wäre Das ist das Problem Ja da kannst du auch kein Homeland holen Oder hatten wir Homeland Fälle Wo jemand zu weit rausgefahren ist Doch ich glaube wir hatten Homeland Fälle Ich glaube da war nur das Problem Dass der Medic halt nicht rangekommen ist Bei mir ist das Problem Ich bin zu weit draußen Aber es ist kein Medic da Wenn jetzt ein Medic da wäre Und mich hier rausziehen würde Dann ähm Ja dann könnte der kommen Und mich da halt rausholen Aber wenn kein Medic da ist Dann kann ich jetzt ja auch nicht Dings machen Und der heilt mich einfach Das geht nicht Ich habe jetzt wahrscheinlich Gedächtnisverlust Also die können mich nicht retten Ich bin jetzt so wie es aussieht Mit Karl Heinz Das ist dann mein erster Allererster Gedächtnisverlust Den allerersten Ich habe noch nie einen gehabt Weil ich mit einem Mit einem Space Shuttle Zu weit rausgeflogen bin Alleine das Alleine diese Auffassung Mit dem Space Shuttle gerade Das ist einfach so zu geil Irgendwie was lustig Wenn ich ja keiner mehr kennen würde Das wäre auch irgendwie geil Wobei Karl Heinz Kennt ja nur die Frau Geldautomat Ein Wolf kennt Karl Heinz Ja gut Die ganzen anderen Sachen sind leider weg Aber Gucken wir mal Die 200.000 Alter Die 200.000 Mücken tun weh Schön Officer Milchschmidt Ich bin abgestürzt Zum 50.000 Mal Kann man den Sound ausstellen Bitte Herr Milchschmidt Ich kann nicht ans Telefon gehen Ich ignoriere sie nicht Wie gern würde ich abheben Um zu sagen Ich liege hier tot Am Meeresboden Der ist nun mal keiner da Ich glaube ich muss echt Ich habe nur 17 Minuten Zeit Ich glaube ich muss echt mich reviven Leute dann Also was heißt die reviven Äh Diesen Respawn da machen Dass ich halt dann sterbe Wo dann alles weg ist Und ich Gedächtnisverlust habe Also es dauert nur 16 Minuten Bis ich das überhaupt machen kann Danach läuft der Time Noch mal eine Stunde weiter Oder so Ich glaube da darf ich noch 40 45 Minuten Und wenn bis dahin keiner da ist Ist Gedächtnisverlust angesagt Aber ich glaube Meine Vermutung ist Dass eh keiner kommt Und ganz ehrlich Wollen wir da jetzt wirklich Was sollen wir jetzt machen Die nächsten Stunden Also wenn ich jetzt eine Stunde Durchlaufen lasse Meine 16 Minuten habe ich noch Bis der Respawn verfügbar ist Ah zieht er mich raus Dass ich hier drüben bin Oder was Wenigstens Ja danke Dass ich nicht irgendwo Am Poppes der Welt bin Oder was Oder bin ich gerade Hä Oder bin ich gerade So weit gesunken Dass er mich wieder Irgendwie hoch tp'd hat Ist er gerade gesehen Vielleicht will ich dir Hilfe machen Aha Ah tatsächlich Ich bin zu tief gesunken Oder Ich glaube Ich bin zu tief gesunken Alter Der arme Karl-Heinz Was Hä Ist doch kein Rettungstaucher Nee Jetzt wollte ich mich verarschen Oder Oder haben die das gesehen Ist das der Herr Milchschmidt Nee Jetzt bin ich Jetzt bin ich Jetzt bin ich perplex Wo kommt diese Rettungstaucher her Wobei es könnte sein Dass die mich verfolgt haben Und gesehen Dass ich abgestürzt habe Das glaube ich jetzt nicht Haben die mir jetzt Legend gefunden Oder was Haben die das gesehen Dass ich da abgestürzt bin Was Nein Lava nicht Homeland Homeland Ja gut Das ist Homeland Das Militär Aber trotzdem Haben die mich jetzt gesehen Wie sie Holen die mich da jetzt raus Oder was Ja gut Ja gut Homeland macht heute ja Militär-RP Aber dass die mich jetzt da raus Ich weiß nicht Haben die mich jetzt Legend gefunden Oder was Also Das will ich jetzt wirklich wissen Aber die holen mich grad hoch Ich bin grad Ich dachte ich recke hier jetzt Ich dachte ich Oh jetzt ist da aber LFD im Dienst Guck mal LFD ist grad da Also die Würde mich jetzt So oder so retten Oh ich hätte Ich hätte so oder so grad Keinen Gedächtnisverlust Aber ich wusste es kranken Aus wie es aussieht Oh Gott sei Dank Alter Die LFD ist im Dienst Guck mal Schau wie sie Probieren Wenn ich mich reinkriege Ich werde so ärger Dafür bekommen Dass ich das Ding genommen habe Ich werde so ärger kriegen Oh Alter Alter die müssen aufpassen Oh Alter Passt auf Jungs Nein 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 Passt auf mit dem Helikopter Was machen die denn Helikopter ist auch kein Schrott Alter Ja Herr Schmidt Ich kann nicht abheben Zum zehnten Mal Herr Schmidt Ja Milch mit Ruf wieder immer an Die macht grad Rettungsaktionen Ja in letzter Minute Nee aber schau mal Es wäre Jetzt wäre jemand da Der würde mich holen Wenn ich jetzt Dings machen Alter die müssen echt aufpassen Das wird Alter was machen die Das wird nix Marines steht drauf Das wird nix Der kommt nicht rein Ich glaube es brauchen die doppelte Rettungsaktion Ach komm Ja jetzt aber Hallo Der Bray müsste tot sein Der Bray müsste tot sein und hat den Rot in die Fresse bekommen Was kommen sie mit diesem Ding da Jetzt ist es auch so Ist das der Terminator oder was Au 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 Was Alter was machen die Au 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 Den Er hat den Rot in die Fresse bekommen und steht halt wieder ganz locker auf Jetzt geht die Airbags auch noch auf Irgendwas verbuggt gerade das Gefühl Irgendwas verbuggt gerade Schaut mal Seht ihr das wie das rumläggelt Schaut mal Das liegt an mir Ich bagge gerade rum Und deshalb Harts auch den Heli so komisch rum Deshalb guck mal Und jetzt ist das Boot kaputt Seht ihr das Ich bagge rum Leute Das ist das Problem Wir probieren das gerade irgendwie zu handeln Aber tun sich gerade sehr schwer dabei Schau mal Wir können gar nichts machen Weil ich rum bagge Warte vielleicht Seht ihr das Oder nee Ich weiß was los ist Weil wir so weit draußen sind glaube ich Oder Irgendwas stimmt nicht Ich glaube weil ich zu weit draußen bin oder so Ja weil wir an der Grenze sind Stimmt Die kriegen mich gerade nicht aus der Grenze raus Das ist das Problem Leute Die probieren mich gerade aus Ah jetzt verstehe ich Die probieren mich aus der Grenze raus zu kriegen Dass mir wer überhaupt helfen kann Weil ich komme ja sonst nicht mal weg Und deshalb packt hier gerade alles rum Seht ihr dass wir das rum backen Weil die Grenze einfach da ist Ah Jetzt geht es wieder seht ihr Jetzt klappt es wieder Dann war das doch nicht ich Dann war doch die Grenze am Wagen Bermuda Dreieck Na deshalb ging auch der Helikopter Die ganze Zeit steil Die konnten da nichts mehr machen Lass die Leute gerne Skriptet reinschreiben Wenn sie das denken Aber dann wissen wir Wir machen eine gute Arbeit Ich habe den Homeländern gesagt Sie können heute auf das Dings aufpassen Auf das Space Shuttle Wir haben heute einen Space Shuttle Hingestellt Aber wir haben halt auf RLO Keinen Space Shuttle Ich wollte aber heute mal Space Shuttle mit KL1 Flieger Dann war es hingestellt Das ist das Einzige Das wir gemacht haben Den Rest haben die Homeländer Alles selber gemacht Weil wir haben Wie gesagt Leute Wir haben auf RLO Kein Militär Das hat heute komplett Das Homeland gesagt Sie machen das heute Sie machen das heute mit Und das finde ich halt geil Weil so haben wir echt Lustiges Szenario Aber ich habe denen nicht gesagt Sie sollen dies und das Und jenes machen Wir haben komplett Freie Hand drüber Was wir machen Wir machen nichts skriptet Gar nichts Das Einzige was geskriptet ist Ist dass wir heute Um ich glaube 18 Uhr Einen Chat da hingestellt haben Und die halt Ihre Ami Sachen da machen Aber sie hätten machen können Weil sie wollen Theoretisch hätten sie Die NASA heute spielen können Aber es ist heute eigentlich Homeland im Ami Kostüm Kann man sagen Aber wir machen auf RLO An sich nichts geskriptet Dass wir irgendwie sagen Ja Das und das passiert Und dann musst du dies Und jenes machen Und ja Stell dich mal dann nach hinten Das machen wir nicht Das Bullshit Aber ja Lass die Leute das reinschreiben Wenn sie das denken Dass wir sowas machen Aber machen wir nicht Das Einzige was wir Jetzt gemacht haben War das Ding hinstellen Aber das heißt Wir machen Wir machen Geilen Content Wenn die Leute schon denken Dass das geskriptet ist Oder sowas Ist das schon gut Weil dann wissen sie Dann weiß ich Dass wir das gut machen Weil echt Komische Sachen passiert sind Alleine dass ich dort Abgestürzt bin Macht mich grad mad Alter Die müssen ins Krankenwagen Ja komm warte Ich mach mal Ist das nämlich ein Krankenwagen Da Vielleicht holt er mich Ich mach mal Notsignal Ist schon schade Dass jetzt die Rettung zerstört wurde Ja aber sie mussten mich holen Weil ich Ähm Außerseits war Das heißt jetzt Das LAFD ist online Aber die hätten mich Dort nicht holen können Weil ich außerhalb der Map war Ihr habt ja gesehen Wie diese ganzen Fahrzeuge Da verpackt sind Die müssen mich erstmal rausholen Und jetzt kommt das LAFD dazu Die mich abholen können Aus dem Grund Sie mussten mich dort rausholen Und die Also besser Sie hätten mich sonst Auch raus teleporten können Aber ich glaube Die Idee war jetzt dahinter Dass sie mich als Ähm Unter RP rausholen Das ist was ich meine Als Anstatt dass sie jetzt Da mit einem Teleporter Hinkommen und mich Mit einem Teleporter rausholen Das war glaube ich Die beste Idee Weil das LAFD Kann dort nicht anfahren Die kommen dort nicht hin EasyGamer schreibt Das ist 100% gescriptet Äh ja Wenn das gescriptet ist Dann sage ich dir Wir werden jetzt Mit dem Helikopter Nochmal abstürzen Weil das haben wir Alles schon vorhin So eingeplant Der Bruder Is real Das haben wir Genauso eingeplant Dass wir jetzt hier sterben Also ich gestorben bin Und jetzt Weil wir das alles Gescriptet haben Wir werden nochmal Mit dem Helikopter abstürzen Damit wir ein bisschen Mehr Action im Stream haben Weißt du Und dann kommt noch Ein riesengroßer Koloss Aus dem Meer hervor Mit Dem Shuttle Und nimmt dann das Shuttle Und sprengt es in die Luft Das haben wir alles Heute gescriptet Leute Alles scriptet AP Richtig heftig Der Bruder weiß Bescheid Ne aber Die Leute dürfen das gerne reinschreiben Die Leute das schreiben Sind halt irgendwelche Kiddies Die das nicht checken Aber lass das drin Ist alles gut Leute Ihr müsst die jetzt nicht rausbannen Oder so Ich find's lustig Ich find's amüsant Oder naja Ich seh's so fast schon als Als Ich habe auch tatsächlich Wenn wir 1 zu 7 gemacht haben 1 zu 7 gestreamt haben Hat ich auch schon Ganz viele Leute gesagt haben Ach das ist doch scriptet Da mit dem Gang Und das Das mit dem Kartell Der Stress und so Ist ja alles gescriptet Aber daran erkennst du halt Dass wir An sich ja gutes AP spielen Und dass das den Leuten gefällt Dass das echt heftig ist Was wir so machen am Server Weil halt das Nicht gescriptet ist Und dass das Dass die Leute denken Das ist Weil es halt gut ist Es ist gut Es ist heftiger Heftiger Content eigentlich Der hier passiert Aber ich Habe ja schon so viel Anhören müssen Aber ich glaube RLO ist noch so einer Der letzten Server Die das nicht machen Aber es gibt sehr viel Die so Szenarien machen Wo dann Sag mal ja Ja Hier geht Jetzt Ich weiß nicht Riesenpolizeikonvoi Und sowas Das ist halt Ich gehe auf den Polizeijob rein Und auf einmal machen die Irgendwas richtig krasses Und ich weiß Wirklich davor gar nicht Ich gucke nicht rein Ich weiß nicht Ich gehe rein Und die machen was krasses Das ist halt der Unterschied Zwischen unserem Server Und anderen Servern Du gehst rein Und da ist immer irgendwo was Was zu tun ist Aber das sind halt Irgendwelche Kiddies Die das nicht so ganz checken Aber es könnt ihr drin lassen Leute Ich finde das immer ganz lustig Zum gucken Aber ich nehme das Ich nehme das eher als Als Nicht mal als Diss oder so Ich nehme das eher sogar Als Positives Feedback Weil das heißt Das ist ja was Gutes Ist ja eigentlich Positives Feedback Wenn das die Leute denken Also Lass sie denken Eigentlich müssen jetzt Die Sie müssen mich Zur Feuerwehr bringen Die Feuerwehr müssen mich abholen Weil die Feuerwehr ist Jetzt da Also wenn das Scripted wäre Dann wäre ich auf jeden Fall Nicht dorthin geflogen Dann hätte ich noch viel mehr Spaß mit meinem Shuttle gehabt Schade Ist mein Shuttle tot Shuttle kaputt Kommt nicht wieder Die Taschentücher fehlen Das stimmt Wir brauchen Taschentücher Aber ich habe gesagt Auf 3.0 Es kommen 100%ig Taschentücher Auf 3.0 Kommt Taschentücher Ne aber ich finde es auch geil Wie Homeland Da jetzt mitmacht Ich habe nichts gesagt Ich habe gesagt Ja Meine Bitte war heute nur Passt bitte auf dieses Ding auf Dass das nicht geklaut wird Oder dass halt Das keiner zustellt Weil ich hatte immer das Gefühl Wenn das ein Cop sieht Der lässt das Shuttle abschleppen Wisst ihr Wir haben das Shuttle heute hingestellt Ich habe zu Homeland gesagt Ja passt einfach drauf auf Und sie haben es gemacht Und machen draus geiles RP Was ich nice finde Ich habe dir nicht gesagt Mach das und dies und jenes Ich habe nur gesagt Bitte pass auf das Ding auf Das hat keiner klaut Und auf einmal kommen die da mit Chats an Auf einmal kommen die da mit Autos an So Militärautos In Militärautfits Das ist richtig geil Aber das haben die sich alles ausgedacht Nicht ich Deshalb ich war ein bisschen erstaunt Als auf einmal hinter mir der Chat kam Und ich diese Weil ich nicht wusste Ob der jetzt Ich habe jetzt wirklich überlegt Schießt der jetzt diese Rakete ab Und ballert mich jetzt von oben runter Oder lässt er mich jetzt landen Ich habe es mir wirklich kurz gedacht Ob er es jetzt macht oder nicht Deshalb hatte ich zuerst Schiss Da zu landen Und bin nochmal zurückgeflogen In der Hoffnung Ja vielleicht Aber er hat mich dann landen lassen Auf Ehre Zum Glück alter Er hätte mich ja da runterschießen können Theoretisch Die Cops wissen ja auch nichts davon Die Cops Die hätten die Cops gesehen Dass ich da lande Hätten mich aber nie ausschießen können Das ist nämlich In der Airbase hast du Schussfreigabe Direkt Egal wer drin ist Du kriegst direkt Schussfreigabe Schon erbärmlich das gute AP Mal gleich das Skriptet Abgestimmelt wird Ja aber das Das ist das was ich meine Ich habe mir schon Auch beim Gang War Mit 1 zu 7 Und Kartell So oft sowas mal gelesen Aber Wie gesagt Das kann man eigentlich Als positives Feedback sehen Weil es dann Eigentlich was Gutes ist Weißt du Ich finde es halt nur schade Dass Leute das immer denken müssen Weil es gibt halt Es gibt halt YouTuber Die das Obvious machen Aber Da weißt du es halt auch Zum Beispiel Ich sag mal so Crymax oder so Diese GTA AP Videos Das ist ja alles Skriptet Aber das weiß man ja auch Das ist ja nichts Wo einfach irgendwas aus Ding passiert Wisst ihr wo einfach was random passiert Da sagt er ja Er geht da Auto kaufen Macht dies und das und jenes Das ist halt Skriptet AP Aber das ist halt Obvious Können wir was sagen Zu dem jungen Mann Äh ja der hat uns Space Shuttle geklappt Und das ist damit anscheinend Dann im Wasser abgeschüssen Nein Ah wie du mich das fand Wollen vor Gericht Alter Das kommt jetzt also voll viel zu Eigentlich Clown eines Space Shuttles Also wir haben halt das GPS Vom Space Shuttle geordnet Und das war dann Irgendwo hinten Beim Ozean draußen Okay Dann in der Nähe Haben wir auch ihn Bewusstlos im Wasser Aufgefunden Okay Hat der einen Tauchanzug an Oder sowas Wahrscheinlich nicht oder Wie er aussieht Nee Ich bin Karl Weiß Alter Ich bin schon ganz blau Ich bereite schon mal Auxillusion vor Ja Aber die haben sich ja heute Richtig aus Guck mal Marines Alles haben wir Das haben wir ja sonst alles Gar nicht Das sehe ich so zum ersten Mal So richtig Vielleicht Vielleicht meine Meinung Ändern für 3-0 Wegen Army Vielleicht machen wir Wir wirklich eine Army Auf 3-0 Wenn ich das so sehe Wird schon geil Und rein damit Ja der arme Wolfi Der wird Der tut mir jetzt echt leid Alter Auf dem wird so viel Jetzt zukommen Weil das kommt ja auch Also Gericht an Warten Gleich fertig Vor allem Ich hab das Ding Auch geschrottet Das ist auch nochmal Geld Hallo Nicht erschrecken Erleve die hier Nächst hier kannst du mir hier Kannst du gleich nehmen Sauerstoffmoske ist dabei Nicht erschrecken Die Rettung Hören sie mich Ich drehe mal kurz auf die Seite Dann kommt das Wasser raus Dann geht der Sauerstoff Ich hab ein Ziehstern gespuckt Oh nee Da kommt eine Koralle raus Warte Ich nehm sie mal raus Oh nee Eine Qualle Oh nee Alles damit Äh 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 Ich hab mal kurz Wasser für ihn Besser Versuch mal richtig Alles auszuhusten Äh Die Querluft Äh Äh Ich hätt dir mal ganz kurz hoch Äh 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 Dann auf die Trage Ich hab Wasser noch mit Äh Äh Ja alles gut Der hat genügend Wasser Vorher abtransportiert Müsste ich noch mal mit ihm reden Dann ja Ja na klar Äh Zucker Heinz Äh Was hast denn du gemacht Da draußen Äh 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 Ich hab mir in so ein Äh Dings gesetzt Und auf einmal Auf einmal ging Mote aus Und dann bin ich weg Und äh Äh Ich hab mir jetzt alle nicht erinnert Ich hab einmal Platsch Äh Okay Wie ist es mit der Atmung? Geht das einfach oder Ich schmeck ganz viel Salz, Wasser und Meer Ja gut Das ist verständlich Ich schmeck ganz viel Meer und Salzwasser Und Wasser mit Salz und Korallen und Äh Ich hab Ich hab glaube ich einen Patrick verschluckt vorhin Äh Ich glaube ich hab einen Seeschirn im Magen Ja gut Ja gut Ich fühl mich grad richtig übel Na dann Setz dich mal auf die So aufs Brett drauf Und Aufs Brett setzen Und rüst mal alles aus So So wie wenn ich schwanger bin Und was auspusten muss Ja zum Beispiel Genau Ich tu mal die Oder so Mhm Genau Ich wollte das Ding Und jetzt mal schön alles raus Wie was raus? Ich hab doch alles schon raus gelassen Ich dachte du hast einen Patrick doch im Magen Ja der ist doch jetzt im Magen Den krieg ich Den muss ich doch raus kotzen oder wie? Könnte man so machen zum Beispiel Ja du Das krieg ich doch nicht raus gekotzt Das fühlt sich halt nur so an Ich weiß nicht Aber es fühlt sich nur so an Ich weiß nicht ob wirklich was drin ist Ja Entschuldigung der Herr Ja Wir machen es so Der Herr Täterstatus Ja Die Nationalgarter würde ihn dann nachher am Krankenhaus abholen Jo gut klar Jawohl danke Krieg ich jetzt Probleme mit? Das wirst du nachher sehen Okay Ich hab nämlich einen Vormund Wenn dann kriegt der die Probleme nicht Ich Oder so keine Ahnung Hoffe ich halt Jetzt kommt wieder Schmerzenskala von 1 bis 10 Hast du denn irgendwo Schmerzen? Ich weiß nicht Sag es Weiß nicht Schmerzenskala komm Kannst du denn alles bewegen? Deine Hände, deine Füße, deine Zähne Wie heißt dein gesetzlicher Vormund? Ich bin mit dem Bauch aufgeklatscht Also Bewegen kann ich meinen Arm noch Aber mein Bauchi tut ganz schön Aua Das ist das andere Schwinde Mhm Okay Wenn du es beschreiben würdest Ob es Ultra weh tut Oder nur ganz leicht Wie würdest du es so einschätzen? Ultra Aua Ich glaub das ist auch ganz rot Ich hab einen Bauchklatscher aufs Aufs Wasser gemacht Bevor ich nämlich Bevor ich nämlich Ohmächtig geworden bin bin ich aufs Wasser aufgekommen Und dann Wollte ich nach oben tauchen Dann wurde ich ohmächtig an Mehr kann ich mich nicht erinnern Oh ok Aber es hat ziemlich gebrannt der Klatscher Ja Kleiner Mann Frage Wie heißt dein gesetzlicher Vormund? Hast du deine Telefonnummer? Dieser Wolfi Wolf Wolf Wolfgang Wolf Oder keine Ahnung wie der heißt Hast du deine Telefonnummer? Mhm Telefonnummer Oder ich ruf dann an 0 180 5 4 6 4 6 Da mal anrufen Ich glaub ich nicht Warum nicht? Weil das die Nummer aus der Werbung ist Aus welcher Werbung denn? Na die im Fernsehen kommt immer abends Und gucken sie sowas schmuddeliges an dem Fernsehen Sollten sie besser ausmachen um die Uhrzeit Ja Deswegen bin ich auch jetzt auf Arbeit So jetzt sagen wir uns mal bitte die Nummer von deinem Vormund Na Hast du schon genug Blödsinn gemacht heute Boah hat mich der Herr Milchschmidt hat mich ganz schön oft angerufen Sehe ich gerade ganz viele Anrufe in Abwesenheit vorhin Oh ja Ja warte ich such gerade Ich such gerade die Kontakte durch Ich finde hier gerade nicht Mh 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 ich glaube ich habe die nummer nicht warte mal bin ich blöd glaube ich habe nicht eingespeichert ich habe ich glaube ich habe die wenig eingespeichert wenn ich ehrlich bin ich habe nur die von meinem von meinem bruder habe ich eingespeichert vielleicht gucke ich mal hier nach warte mal wobei das kann er warte ich glaube das ist er wir haben die nummer gesetzlicher form und daniel wolf ich habe jetzt auch die nummer ich habe anders eingespeichert glaube ich das ist er 850 990 warte mal das war nicht bevor ich bevor er mich als vormund hatte war wie 850 990 genau das ist er ja okay ich rufe den mann ich habe noch falsch eingespeichert aber hatte mich noch nicht erst mit wir kümmern uns jetzt erstmal um den vormund dann jetzt ist vormund ja da ist nämlich der mutter vorgabe hier schönen guten tag erzählen sie nicht was ich gemacht habe ich werde dir jetzt einmal eine ampulle normal verabreichen das ist wenn ich baue wir haben ja okay dann dann warten sie bitte wir kommen gleich zu ihnen ja ich habe ganz viel salzwasser geschluckt glaube ich meine nebenhüllen sind jetzt aber offen wir kommen gleich zu ihnen kleinen moment willst du mal ein bisschen was normales trinken ich habe noch süßwasser süßwasser echtes süßwasser von der süßwasserquelle okay kleiner also dein vormund weiß bescheid den holen wir jetzt erstmal ab okay danke aber keine wo ich durchfall bekommen oder süßwasserquelle wo ich durchfall kriege nein nein ganz leckeres naturwasser ich habe auch noch wasser dabei müssen wir nichts geben okay so jetzt sehen wir schon ein bisschen besser ich bin ganz die hydriert durch das salzwasser ja meine die hydration ist auf 150er level ja wo ich dachte ich muss da sterben ich weiß nicht wie lange war ich denn da unten also wo wir in den dienst gekommen sind da warst du schon acht minuten da unten also mindestens ich bin nämlich während wenn der menschen nicht abgestürzt bin wieder ausgestiegen auf hoffnung dass ich da überlebe ich habe es überlebt aber dann mich irgendwie ohnmächtig geworden so ich werde dir mal noch ein medikament geben das nennt sich paspertin das ist gegen deine übelkeit paspertin ist das die marke ja der name von dem machen sie jetzt so schleichwerbung wenn sie ihre arbeit machen das immer dazu sagen welche marke das produkt ist oder wie also immer noch schleichwerbung damit sie auch wissen damit du weißt was wir dir verabreichen ach so also falls ich gegen was allergisch bin oder so ja genau ich bin allergisch gegen aspertin ja gut haben sie schon verabreicht ja ist jetzt schlecht aber du hast ja vorher nichts gesagt und ja aber jetzt wissen sie es haben sie ein bisschen zu spät gesagt wissen sie jetzt ist zu spät jetzt habe ich schon drin und jetzt ist intus wenn ich jetzt nebenwirkungen kriegst du sie schuld ja geht es auf meine kappe und ich liege ja wieder auf der käse trage auch nie ja können wir bitte nicht in so ein käse mobil können sie mich schieben sie mich doch einmal mit dem ding dort bis zum hospital wenn sie so lieb werden alles andere aber nicht da und da ist eine richtige käseliege drin guck mal der ist schon richtig schimmelig da so richtiger gauder der schon angeschimmelt ist ah nee keine angst ich bin einmal ins ocean guck mal der sieht aus wie so ein gauder der schon angeschaut ist ich da auch noch drauf ja oh nee ist ja ekelhaft du darfst jetzt alles nicht machen außer mit mir reden und atmen und dann gibt es auch schon ins ocean ist ein richtiger stinkekäse da drin ist hier so ein dicker mann gelegen der so seine stinkgefüße darauf abgeschmiert hat genauso riecht die liege nämlich nach stinkekäse wie geriecht das hier drin nach käse mauke das ding geklaut hast ja viel spaß wir werden besser gesagt werden wolf totem dank für ein euro noch nix jetzt bist du auch ein fischer ich war für acht minuten fisch karl 1 hat schwimmunterricht ganze acht minuten welche app monst du die fahrzeuge für euro server z modeller 3 kostet zwar was aber es ist relativ günstig das vergleicht mit anderen programmen sogar die projekte günstig muss man halt jährlich bezahlen oder dreijährlich ich habe immer einmal 200k noch zum glück dankeschön mark für 100k hey kurdel möchtest du gerne meinen junior elias grüßen seit neuestem schaut er auch den streams dankeschön kai280 ich grüße den elias sehr gerne ramus basiert alles dass wir spenden vor sich soll ich dies jetzt das vor ein tue los seit wann gibt es zum militär auf erde ja noch gar nicht aber ja vorher noch mal erklärt wir haben eigentlich können militärs machen die heute heute macht auch mit militärstreifen bitte wie die garde sollte da dankeschön an dem 390 für den euro lennox gedanken für den euro lukas hier 1980 und zweifel ist meine schwester marietta besuchte marietta natürlich er war schon mal vorgelesen wir uns mal vorgelesen möglicher schwingen sagen wir mal das ist echt wieder so russ favoriert ist wieder so typisch alle die ganze zeit schon ja belassen das dabei die sirene dass er die dauerhaft drückt dass ich sie jetzt dauerhaft hören darf rammus rasiert alles ich finde das gerade nicht also ich ist vorher durch wieder nicht angekommen oder wieder zu lost für alles ja ich glaube ich bin einfach wieder ein loster dude das ist wie ich finde oder das nächste zeigt wirklich nicht an glaube ich ich gebe mich gerade alles zu spüren nee ich sehe es leider nicht vorgelesen auf geht's für uns krank aus mit ihm mr krabs boah der sound nervt aber sowas von neuer sirene aber es liegt auch daran weil die ganze zeit den selben ton drin hat aber ist mir schon aufgefallen die cops auch ganz auf die spielen nicht mit sirene ich spiele immer mit sirene ab geht's endlich raus aus der käse trage da hinten drin boah das ist noch so ein butter käse das im auto war so ein richtiger schimmeliger gauder der da lag ja der war schon so richtig angereift und ein gauder sollte nicht so lange reifen also schlechter muss man die mülltonne schmeißen glaube ich wie heißt eigentlich so ein richtiger stinke käse kennen sie in alle sorte oh gute frage ein richtiger stinke käse ja sagen sie mal emmentaler ist jetzt noch nie so stinkig ich habe einmal einen käse gegessen von meinen eltern der hat richtig hart gestunken und als ich ihn dann gegessen habe und probiert habe habe ich ins klo kotzen müssen der hat geschmeckt als würde ich einfach so eine fußkruste essen wissen sie so wenn man am fuß da diese ablagerung hat diese fußkruste kennen sie das ja so hat es geschmeckt nur wenn man so 10 stunden aus sport hat und dann der ganze schweiß in die kruste eindringt gut dann isst man davon ein stück der einzige Käse der mir einfällt ist harzerrolle okay gut dann muss ich auf jeden fall vermeiden harzerrolle ja die harzerrolle harz 4 rolle oder was verstehe ich nicht ja ui hier muss ich mal gucken ich würde dir jetzt einmal hier aufhelfen ja aui alles gut sie machen nur den job sie probieren ja bestes ich werde sie nicht verklagen ok legst du dich einmal drauf ja die ganzen metallischen sachen sind ja ab sehe ich schon ich lege dir äh ich gebe dir jetzt noch einmal gehörschutz auf gehörschutz ja und dann geht's los so hallo und einmal drauf und dann geht's los hallo 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 ich kann sie nicht hören warum höre ich sie nicht hallo 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 ich hab angst wenn du nix hör hm 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 ich muss raus mein schokostift drückt so keine angst mein schokozug fährt gleich an ich hab dir jetzt den gehörschutz nochmal abgenommen er kommt nicht so pünktlich wie hätte ich das gewusst hätte ich nochmal auf Klo gegangen vorhin ja oh nee ok es dauert nur ein paar Sekunden hoffentlich sieht man nicht dass der schokozug angekommen wenn das wenn der schokozug im anflug ist kann man dann gucken auf dem gerät ach so ich hörs ja nicht aber kann man dann auf dem gerät gucken wo der schokozug sich derzeit befindet sieht man das bei dem gerät wo der schokozug derzeit ist na nein dann könnte man nämlich so irgendwie so einen fahrplan machen so wann der ankommt ja genau so ich hab nichts verstanden weil ich Kopfhörer aufhabe ich verstehe es nur immer nicht was haben sie gesagt so Kopfhörer kurz ab ah jetzt hör ich sie wieder ja so nein man sieht das auf diesem gerät nicht also man kann leider keinen fahrplan errichten für deinen schokozug ich hab natürlich so einen schokozug fahrplan gemacht so viele deutsche fahren einmal zu pünktlich einmal zu spät ja gibt's eigentlich überpünktlich? eigentlich schon ne ich mag keine überpünktlichen Menschen ich hasse die ich glaube das gibt's nur in den seltensten Fällen bei der Bahn boah ich muss aber echt voll dringend alter hoi ok ich beeile mich schon so wieder auf ich glaub der Apfelsaft will auch noch raus schokozug schokozug das ist das beste wort was ich jemals gehört hab der schokozug seitdem ich benutze das jetzt immer immer wieder am rum äh sagen hallo gut ich bin auch mal wieder da ähm passiert heute noch ein bisschen schmarrn ich hoffe ich hoffe aber jetzt werden wir mal gucken was passiert wenn ich das Ding geschrottet hab ob noch was auf mich zukommt und ich denke ja ich glaub da kommt noch was auf mich zu äh Atze Grünkohl danke für 25 Euro Liebe geht raus vielen 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 Reiz da im alter mit ehrenhaft 25 Euro und Fees das freut mich sehr so einmal wieder Kopfhörer ab so hier wieder hingehangen so ich glaub mein Schokozug fährt derzeit gerade frisch aus dem Bahnhof ist ich hab echt ein Problem gut dann mach mal schnell dann bring ich dich hoch aufs Zimmer und dann kannst du erstmal genüsslich einen abseiten BZW ich merke wie er grad im Tunnel einfährt und dann bald rauskommt aus dem Tunnel wieder das ist also echt schwer jetzt zu sagen aber ja ich weiß schon was du meinst so ich hält dir kurz drauf sag mal habt ihr noch Hüte? Hüte? ja so Hütchen auf dem Klo konnte man sich so Hütchen aus so einem Automaten rausdrücken habt ihr die noch? gute Frage ich achte da nicht so direkt drauf ah nicht auf die Hüte achten ok ich hab mal ich wollte mal so Hüte aus dem Automaten am Klo bei euch rausdrücken und da wurde gesagt ich darf nicht und ich wollte aber so einen haben aber irgendwie haben die mich ja gesagt keine Ahnung bis heute frage ich mich wie dieser Hut aussieht das ist ne echt gute Frage ich mein sonst tun sie mir mal so ein Hütchen raus und dann ziehen sie sich mal an und dann gucken wir mal wie das aussieht ach ne warum nicht viel zu tun achso was haben sie hier grad zu tun achso sie müssen grad mich abarbeiten stimmt dabei ja was ja mhm so das ist der Sound auf der Spende ach da hat wer vor 14 Minuten äh was richtig nettes da gelassen er hat einen Euro drin der Lukas Haberl mit RLO geht unter nur noch Out of RP und Fail RP auch geil dass man in einer Sekunde zum Nürburgring kann so jetzt helfe ich dir einmal wieder runter der Bri ist halt echt gefangen im RP also wenn deine größte Sorge ist wenn du aufs Klo musst du bist links in die Toilette beziehungsweise Bad ne ich mach ins Petz warte da das ist doch weiß das lag das passt schon ne ok jetzt muss ich wieder aufs Klo der Schoko-Zug der rollt jetzt an Platz machen ah ne da ist kein Klo wo ist denn das Klo ah hier ist die falsche Tür aber nicht reinkommen ne ne ich bring derweil die Trage raus also Bruder Lukas wenn dein größtes Problem bei RLO geht unter das ist das du in einer Sekunde zum Nürburgring kannst dann bist du hart gefangen aber richtig hart gefangen wenn das das größte Problem ist was du hast aber Out of RP haben wir also RLO Out of RP haben wir nur wenn wir Admins sind weil Out of RP ist nicht erlaubt haben wir auch nicht äh Fail RP eigentlich nicht das einzige was wir haben sind dass Leute manchmal übertreiben also dass irgendjemand wie zum Beispiel letztes Mal wo wir admin on duty waren hast du gesehen dass wir da das Kartell so ein bisschen übertrieben mit der Polizei und so aber ich sag so wir wollen an sich nicht so ein Hardcore 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 RP Server werden wo halt gefangene Leute drauf sind weil bei uns ist so RLO ist für mich so ein Server der hat noch ein bisschen Humor weißt du wir lassen auch zum Beispiel bei Francisco einen Tag drauf haben Spaß äh zum Beispiel so eine Aktion wie ich mit Karl Heinz mache mit Karl Heinz ich spiel mit Karl Heinz keinen Hardcore RP mach ich nicht Karl Heinz ist kein richtiger Hardcore RP Charakter wo ich mich einfach an an jede RP Regelung halte ich bin mit Karl Heinz einen Monster Truck gefahren ich hab mit Karl Heinz einen Bankraub gemacht welcher äh 14 13 jährige fährt mit einem Monster Truck rum welcher 13 14 jährige klaut ein Space Shuttle also das hat halt nicht viel mit Hardcore RP zu tun wenn ich Karl Heinz spiele anders sieht es aus wenn ich Mark Rumpe spiele Mark Rumpe ist wieder ein anderer Charakter das Spiel nicht anders aber zum Beispiel Karl Heinz das kannst du nicht vergleichen mit Hardcore RP oder sowas aber ich will mich auch eher so sagen wir mal von solchen Server distanzieren die sich zu ernst nehmen ich möchte zwar schon dass schönes RP gespielt wird aber ich hasse Server die sich so ernst nehmen müssen und das will ich nicht dass RLO so wird RLO darf niemals so ein Zauber werden wo sich die Leute so ernst nehmen weißt du kennt ihr solche Server wo ihr drauf geht wo so ein Polizist vor euch steht und sich einfach fühlt kennt ihr solche Server das soll RLO niemals sein und das ist das ist das was ich meinte was wo ich sehr froh drauf bin dass es eben nicht so ist vielleicht haben wir mal den einen oder anderen der sich mal über etwas beschwert oder der sich ein bisschen komisch verhält ja das hat jeder aber an sich ja ist das hier nicht so das ist ja aber trotzdem danke für deine Kritik dass RLO untergeht und nur noch Out of RP ist und Fail RP ist und dass man in einer Sekunde zum Nürburgring kann und das ja eigentlich ja Fail RP ist aber das ist halt gut dann dann machen wir halt einen 8 Stunden timer rein dass du 8 Stunden bis zum Nürburgring erstmal warten musst in der Warteschleife und dann bist du drüben Bruder das ist halt ja ob man das will ich glaube nicht weil am Ende des Tages wollen wir alle Spaß haben und darum geht es eigentlich dass wir Spaß haben aber FL Remix aller Art von Lieder lang für 1 56 und ZDK nochmal bitte grüß mal Otti, Nina und Alex der Gruß geht raus an alle der Gruß geht raus an Otti, Nina und Alex ich werde jetzt gleich aus dem Scheißhaus auskommen Sebastian E07 kennst du mich noch Sebastian E07 sag ich mir grad nix aber Gruß geht raus aber DK bäsch kenn ich halt noch die kenn ich noch so jetzt stell mal aber auf ja auf gehts oder Simp-Admins auf anderen Seite oh ja das ist ganz schlimm ah da bist du ja ja war es erfolgreich zum Glück ja na sehr schön gut so dann das Oberteil würde ich dir mal kurz abziehen so oh Mensch Kaka-RP ja Scheiß-RP 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 auf ne neue Bedeutung ne das ist Schoko-Zug-RP die wir spielen so kein Bauch Schoko-Zug-RP das ist etwas bläulich angelaufen es ist ja jetzt oh jetzt bist du Teletubby oder was ja das könnte man so sagen ja cool ich wollte immer schon Teletubby sein wissen sie eigentlich dass dass Kinder schon mal probiert haben sich den Bauch aufzuschneiden weil sie gedacht haben da ist ein Fernseher drin ja zu verdanken den Teletubbies ja ich weiß mhm das ist makaber aber ja das ist eigentlich voll dumm so ich glaube darauf ich glaube daraufhin wurde die Sendung ja sogar dann abgeschalten ne war es wegen der Tasche weil noch der eine der eine männliche Teletubby eine Frauentasche hatte oder nicht das weiß ich grad gar nicht genau ja da war ja auch so ein Aufschrei aber ich mag die Teletubbies waren cool ich hab nur die Sonne gas die mich immer angelacht hat beim starten der Teletubbies kam immer so der blöde Sonne mit so einem Kindergesicht was mich angelacht hat ich hab's immer voll angespuckt im Fernseher ich muss dann immer den Fernseher putzen danach aber ich mochte es immer wenn die Kekse oder die Kuchen da um die Gegend herum geflogen sind wüssten sie dass 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 Winnie Pooh in China verboten ist echt wissen sie wissen sie warum nein weil der President dort mit Winnie Pooh als ein Meme verglichen wurde und daraufhin hat er das dann verboten weil sie sich drüber lustig gemacht haben das ist kein Show können sie nachgucken oh Gott wenn man keine andere Probleme hat ja echt also seitdem darf man dort kein Winnie Pooh mehr gucken so also für dich zum Beispiel ich hab jetzt schon mal auf kleine Bilder geguckt die wir unten gemacht haben du hast glücklicherweise kein Patrick verschluckt oh zum Glück ich dachte schon also dein Magen wäre doof gewesen weil Spongebob ohne Patrick ist nicht dasselbe das stimmt allerdings ne also dein Magen ist halt nur gereizt gewesen durch das Salzwasser natürlich ich hab jetzt einen Reizdarm oder was ja deswegen warst du ja gerade auf der Fette achso ja da kam sehr viel Flüssiges raus ja aber das sollte schnell wieder vergehen ok und zu deinem Bauch jetzt das ist halt ja ganz gut damit muss ich jetzt wohl leben ja du bist siehst jetzt halt aus wie ein Teletubby ne cool aber ich werde den Bauch nicht aufschützen ach die Antenne warte da oben die Antenne ja wissen sie mich mal gefragt habe bei den Teletubbies wenn die wenn die wie die Kinder kriegen weil man sieht ja nichts da dachte ich oft die eine Antenne und dann das andere mit dem Kreis da oben so wissen sie was ich meine ach so ja kriegen die so ihre Kinder oder da macht Empfängnis nämlich eine ganz neue Bedeutung mit Antennen ja die empfangen dann wirklich ein Kind so wortwörtlich und dann wird das Kind erstmal wissen sie was dann stimmt dann haben die ja einen Fernseher im Bauch das heißt das Kind ist erstmal nur im Fernseher drin und dann wird das so ein echter Teletubby irgendwie voll ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht oder wissen sie was ich auch mal gefragt habe du machst die Lokomotive die lebt ja ne ach so wie vermehren sich diese Lokomotiven eigentlich ja natürlich Kohle austausch keine Ahnung Kohle austausch was glauben sie dann schiebt der andere die Kohle unter oder was oder da müssen die ja da muss ja die eine Lokomotive dann so hinten ankommen die müsste dann auf die Schiene gestellt werden die kochen sich dann gegenseitig an oder dann müsste doch diese eine Werte der immer so böse schaut bei Thomas die Lokomotive müsste ja dann die vielleicht so züchten vielleicht so ein Schienareal oder so ich weiß nicht das sieht immer so böse aus beim beim rüberschieben und dann und dann ich frage mich echt wie die Kinder kriegen ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht aber jetzt wo ich so lange unten acht Minuten ohne Luft war sind mir Sachen eingefallen auf die habe ich noch niemals Rücksicht genommen so ja wie kriegen diese kacklokomotiven Kinder mir fällt gerade auf ich habe noch nie eine Kinderlokomotive gesehen in Thomas die Lokomotive noch nie gibt es da eine Kinderlokomotive oder oder glauben sie glauben sie die kriegen keine Kinder und die existieren einfach oder vielleicht wurden die einfach gebaut und die haben ein Gesicht einfach drauf geklatscht und das ist einfach nur ich glaube die gebären sich gegenseitig gleich ganz groß ja aber wie soll das gehen von nichts kommt nichts oder ja gut das stimmt eigentlich auch ja wie werfen die das dann aus also das ist schon irgendwie komisch dafür ist dann der Wert einfach zuständig der muss es erst noch zusammenbauen ich will trotzdem eine Erklärung wie das funktioniert und warum die Gesichter haben ich verstehe es nicht wer kommt auf die bescheuerte Idee irgendwelchen lokomotiven Gesichter und Emotionen zu geben wie blöd kann man sein so gut also ich habe jetzt dir einmal eine Salbe auf den Bauch geschmiert die Bauchsalbe ja ja und dann habe ich eine Bandage so ein bisschen drumrum gewickelt dass dein schöner Pullover dann jetzt nicht so durchnässt oder die drumrum Pullover Bandage haben sie okay ja und da wären wir jetzt auch hierbei schon durch cool ging ja schnell hast du denn noch irgendwelche Schmerzen ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen Bauch wie ein Durchfall aber sonst ja gut ähm da hilft es wirklich am besten du trinkst jetzt schön regelmäßig mal dein Wasser oder hast du noch genügend Wasser ich habe noch genügend Wasser ich muss mal was essen okay ich habe eine Mütung lange nicht mal gegessen jetzt lassen sie mich raten die warten jetzt draußen auf mich ne es gibt ja noch Probleme ich habe keine Lust drauf ich will nicht ich will nicht raus gut ist ja voll doof jetzt die muss aber wie machen wir es mit der Rechnung willst du die bezahlen ja ich bezahle die ich zahle die so das wird auch noch eine ganz kleine Rechnung so okay so mein Arbeitgeber hat die jetzt überwiesen genau erst perfekt super gut dann wünsche ich dir eine gute Besserung auf jeden Fall dann wünsche ich ihnen auch eine gute Besserung auf jeden Fall frag mal rum wie das mit den Lokomotiven ist das interessiert mich eigentlich auch ganz gut ja ich frag mal vielleicht kennt sich da wer aus vielleicht haben wir da einen Lokomotivenmeister hallo hoppala schönen guten Tag das sieht aber nicht nett aus äh Überraschung ja freut mich wie immer dich zu sehen so jetzt habe ich den an euch gemacht alles Gute zum Vatertag alles Gute zum Vatertag alles Gute alles Gute alles Gute zum Vatertag alles Gute danke sehr lieb von dir herzlichen Vatertag ich habe ja und du kannst eigentlich das weitere Geburtstag fahren mein kleiner Mann warte mal ich muss sowas warte mal ich muss sowas aus der Toilette holen wo ist denn das? wo ist denn das? wo ist denn das? ich finde das grad nicht ich finde das grad nicht Hände waschen ja so ne guck mal ich habe selbst gemachte Schokopralinen aus dem 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 Klo geholt aus dem aus dem Klo geholt das ist aber nett danke die sind selbst gemacht ja die sind selbst gemacht das ist sehr nett Karl-Heinz aber die riechen und schmecken ein bisschen herb aber es sollte es sollte passen beworst du sie dabei für mich auch bitte? es kommt aus dem inneren also die haben die haben eine richtige Harte Bitteschönes für dich gut nur nicht ein Auto drin nicht schmelzen lassen im Auto sonst stinkts ne ne ich hab die alle einzeln eingepackten das stinken im Auto ja du kannst froh sein dass wir das GPS orten konnten von unserem Space Shuttle und dich gefunden haben mein kleiner Mann ja ups ich hab als da ne Explosion war hab ich mich erschrocken und dann bin ich aus dem Knopf gekommen und dann ist der von selbst geflogen natürlich ich hab das Ding immer eins er ist wirklich von selbst geflogen ich hab der war aber nicht als U-Boot programmiert ne? wie U-Brot was ist ein U-Boot? jetzt hab ich Bock auf ein Brot kann mir wer was geben für ein Brot? ne dann schmier ich mir eine geile Stulle kann ich die Pralinen haben dann mach ich mir eine Stulle draus eine Brotstulle du musst jetzt erstmal was ganz anderes machen ich mein lockere Klamotten hast du ja schon an ne? gut ich wollte es gerade sagen also wir haben mit deinem gesetzlichen Vormund schon gesprochen da er die 1,2 Milliarden nicht auftreiben kann für das Space Shuttle das ist aber ein bisschen teuer haben wir uns eine kleine Strafe überlegt das ist aber ein bisschen teuer eine Strafe ui ja gut die Treppen runterlaufen das ist eine richtig heftige Strafe wo willst du hinlaufen? die Treppen hier runter gucken sie mal das ist eine heftige Strafe ne ne du willst noch was anderes laufen? ja na dann einmal vorwärts junger Mann oh ne was ist wenn ich nicht vorwärts gehe? müssen sie mich dann schieben ich möchte sie darauf hinweisen im gesamten Krankenhaus herrschen Verbot ja das ist richtig aber nicht für die Nationalgarde achso fühlen sie sich als Nationalgarde? fühlen sie sich cool damit oder wie? dann gehe ich jetzt mit dem Benzinkanister hier rum damit ich mich auch so cool fühlen kann den packst du mal bitte weg? nein ich fühle mich jetzt genauso cool wie sie ich bin jetzt richtig cool weil ich gehe auch mit etwas illegalen hier rum ich gehe mit einem Benzinkanister und meinem Benzinkanister mit mir warte wie geht das Lied weiter? das wäre eine Idee ja und mein Benzinkanister ist hell und leuchtet oh ja das sind wir ich gehe mit meinem Benzinkanister und meinem Benzinkanister mit mir so hell leuchten die Sterne wie mein Benzinkanister mit mir ich weiß nicht wie der Text geht er sollte sich die Kraft sparen für nachher ne? hä warum was ist denn jetzt los? probieren kommen muss das wirst du gleich noch mitkriegen also wenn es jetzt um schmutzig machen geht und die Hände ist grad blöd weil ich komme grad frisch aus dem Krankenhaus ich muss noch Aua gucken wegen Verbände und so alles gut das haben wir mit dem Arzt abgeklärt boah cool ja du steigst mal bitte hinten in den Hambi ein ich finds Hammer wie du dich bewegst in dem Outfit Hammer hinten in den Hambi Herr Wolf sie bitte auch ich komme ja nicht rein weil sie blöd stehen ah ja boah cool da ist doch gedacht darf ich die Waffe auspacken die da hinten drin steckt? oder auch nicht? oder auch nicht? pfff alter jetzt echt ich weiß echt nicht was die grad vorhaben ey was machen die jetzt mit mir? ich frag das ist ein Space Shuttle kost grad mal die Hälfte NICHT! wenn es bei der Nationalgarde steht kompletter Totalschaden der Einsatz noch? ich weiß nicht vielleicht auch Strafe obendrauf in den Clown es sieht aber es sieht aber es sieht aber schlechtert aus wo fahr man denn jetzt hin? mhm ähm ich hab Angst also wenn wir heute also ich weiß jetzt immerhin dass Aliens existieren wenn ich die Information nach außen trete haben wir ein Problem oder? behalte es einfach für die irgendwie hab ich das Gefühl wir werden gleich hingerichtet ja das ist klar wir ja ja oder wir werden wir werden seziert so wie so ein Alien auf der Area 51 so wir werden seziert und dann äh werden wir hingerichtet oder andersrum irgendwie keine Ahnung wobei eigentlich ist das sind ja das richtig die Guten oder nicht? die tun doch nix außer man hat Informationen die man nicht wissen sollte wie ich aber aha oh Tattoo stechen lassen das können wir gerne machen die wollte ich schon Tattoo länger mal machen lassen gut Herr Wolfs ja wir haben dann die Möglichkeit sich einmal noch was sportliches anzuziehen ne? ja was machen wir denn jetzt? ja Karl Heinz ihr mögt sie ich glaub wir werden festgenommen eingesperrt oder in so einen Kerker geworfen und hier oh ey ich weiß echt nie was die vorhaben ich weiß sind die jetzt jetzt nen Kerker? hä? ne was machen die jetzt? ich bin ich bin ich bin äh ich hab grad wirklich Angst was die jetzt machen mit uns wobei das kann nicht so schlimm sein ich komm ich bin Karl 1 ich war noch so nett zuerst aber jetzt sind wir immer so nett ach ne ey ach ne ey ja auf die Area 51 wir dürfen dir die Schuhe putzen oder sowas ja kein Gedächtnisverlust du hättest ja einen haben müssen oder nicht es war Homeland naja Gott sei Dank es war wie du siehst äh Fire Department online die hat mich geholt also ich hätte dann auch ne Stunde hätte ich noch äh verweilen können und da war schon das Fire Department da aber ich hab nicht so nett also es war legitim es ging jetzt halt nur steller durch den Fall aber ich bin irgendwie brein aber ich hätte überlebt ich hätte jetzt keinen Gedächtnisverlust gehabt auch wenn Homeland nicht da gewesen wäre aber Homeland hätte mich sowieso rausziehen müssen weil das FD dort ich anfangen hätte können hätten die mich dorthin tippen müssen aus dem Grund hast du das Szenario jetzt also die haben das gut gelöst muss ich sagen die haben das gut gelöst die haben das legitim und schön gelöst finde ich hätte man eigentlich fast nicht besser lösen können weil die mussten mich aus diesem Gebiet rausziehen und wollten jetzt nicht unbedingt mich da weg tippen ne weil eigentlich wenn Homeland gerufen wird bei sowas nicht so weit draußen bist du wie ich dann kommt Homeland und tippe dich da wieder zurück ins Meer dass halt nicht so weit draußen ist dass die anfahren können und wie gesagt ich hätte noch 45 Minuten eine Stunde Zeit gehabt so um den Dreh äh dann wäre das FD angefahren und hätte mich dann dort abgeholt also es war alles legitim zum Glück zwar ging es jetzt ein bisschen schneller aber die Dacysverlust hätte ich jetzt doch nicht gehabt ey zum Glück zum Glück hatte ich habe mich überlegt ob ich bei 20 Minuten wenn kein FD da ist einfach äh äh ding mach ob ich dann einfach äh ne in den Respawn mach und dann wäre alles weg gewesen äh gibt nicht gleich alles verheilbar aus da bete Hartz dafür sind sie auch sehr lange für den Euro mit Fees aber immerhin du hast die äh äh Überweisungskosten bezahlt vielen Dank äh Florian auch ein Zehner heute bin ich ein Jahr und einen Tag dabei auf die nächsten 12 Monate Kuss geht raus natürlich Dankeschön Diekepisch freut mich dass ich dann nämlich äh ja alter der Name ist geil den weiß man direkt und äh warum sind Franzosen so schlechte Elektriker weil sie keinen Widerstand kennen oder schlecht ja selber rede ich schlecht also ich denke dass du noch ein Server bist der auf 5M richtiges Opel macht der Rest ist ja mit komischen Importautos und anderen illegalen Sachen Grüße LTV Musical Theater Team ok Dankeschön Hausmapi freut mich ja auf 5M gibt es halt das Problem ist äh überschwemmt von Servern aber es gibt auf 5M doch ein paar die gut sind muss ich sagen ich kenne auch noch ein paar andere die nicht schlecht sind du musst nur die rauspicken aber zu 99,9% hast du auf 5M leider sehr viele schlechte Servers liegt daran dass 5M so easy zu installieren ist wäre zum Beispiel Alt V oder Rage easy zu installieren so mit einem One-Click Installer wie es bei 5M ist da wäre es andersrum genauso jetzt habe ich 5M en masse leider ja oh ne mhm genau das mhm genau das das ist der Self-Mode können wir nicht einfach mit dem Meckens fahren und einen Burger essen gehen oder so ne ne ganz bestimmt nicht aber also wir kommen auf unserer kleinen Hindernisbahn na und was ist wenn ich mich weige oder hinsetze was wollen sie dann machen wir können das auch einmal dem jetzt sagen sie nichts nein wir 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 können auch 600.000 Sozialstunden machen was ungefähr den Wert des 1,2 Milliarden teuren Space Shuttles umgerechnet ist ne dann machen wir lieber das okay gut dann einmal mitkommen alle beide äh äh muss ich da jetzt wirklich diesen Parcours machen so also wir werden uns jetzt erstmal gleich ein bisschen aufwärmen mhm na wir fangen das ganze einmal an mit ein paar Liegestützen warum ich muss mich erstmal stretchen bevor ich da was kann warte mal was für Liegestützen wie geht denn das Liegestütze das bedeutet die Füße und die Arme sind auf dem Boden und sie bewegen ihren Körper einmal gehen Anziehungskraft äh kann ich Frauen Liegestütze auch machen wo man überkreuzt macht das ist der Sound auf der Spinde nein wir machen normale Liegestütze Füße und Arme sind am Boden wollen sie sagen dass Frauen nicht normal sind oder was wie bitte wollen sie sagen dass Frauen nicht normal sind mit der Aussage wir machen keine Frauen Liegestütze na doch aber wir sind ja Männer also machen wir Männer Liegestütze also ich identifiziere mich als Kampferlin ich mache nur Spaß also gut dann machen wir Liegestütze ok und los geht's äh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hier junger Mann wir machen mal mit ich mache einen Hampelmann reicht das auch aus ich bin jetzt schon fertig vom ersten Hampelmann ich mag nicht mehr ich mag nur meinen Hampelmann 1 und 2 und ich will ich kann nie wir machen die Liegestütze ok 1 ich habe einen gemacht ich bin fertig fang sofort an mit dem Blödsinn jetzt und los wie viele jetzt 20 ich stirb wegen dir runter runter und 1 und 2 und 3 ich kann nie mehr ich bin zuhause gelastet 2 Karl-Heinz geh runter ich stelle mich mal aufm Rücken drauf dann geht es mir echt einfacher aufm Rücken aufm Rücken komm alle aufm Rücken und ich Jünger Mann wollen wir jetzt mal Liegestütze machen und hopp ja wie viele muss ich jetzt machen 20 Stück 20 Liegestütze 1 2 3 4 5 87 20 ich bin fertig und nochmal 15 1 2 3 14 15 ich habe 15 ich bin richtig schnell ich habe gerade richtig schnell gemacht 1 2 3 5 7 10 fertig so noch 5 und noch 5 wo los 1 2 3 4 25 ich habe sogar gerade 25 gemacht ja nochmal lassen wir uns nicht verarschen hier so ok und weiter geht es mit Sit-ups wir machen sehr Sit-ups wir machen sehr Sit-ups ich bin noch frisch aus dem Krankenhaus ihr habt noch nie das interessiert uns nicht ja das ist mit dem Arzt abgesprochen das können wir machen aber ich hab noch nie ich bin noch nie Herr Wolf wollen sie sich von eurem Kind blamieren er blamiert ja nie ich do niemanden blamieren kann man nicht einfach Yoga machen nein wir machen kein Yoga wir machen jetzt Sit-ups um sit-ups auch 20 2 wie viel 21 krieg ich schnell hin 3 1 20 1, 2, 4, 5, 6, 4, 9, und 5, 15, ach warte mal, fast hatte 15, 15, 16, 18, 19, 19, 20, 20, ich bin fertig, ich bin 20, fertig, boah, du bist aber ganz schön lahm, ich bin bei 20 gewesen, oh, die Kröte geht, was sind die hier an den Klimmzügen, oh, da ist eine Schaukel, ich will schaukeln, können wir da schaukeln, bitte, ich will an den Ring schaukeln, ne, wir machen jetzt Klimmzüge, meine Mama hat sowas auch im Keller, also, die ist die richtige Schaukelkönigin, glaube ich, okay, kann ich die kleinen Klimmzüge machen, oder was ist das, Ja, mach ich lieber die hier, richtig, ich bin ein bisschen klein, ich komme ja nicht hoch ganz, na los, dann mach nochmal, warte, guck mal, ich halte mal meinen Armin, Das ist mit Armin, der ist zu blöd dafür, guck mal, 1, 4, 17, 36, 35, ich bin mit 35, wie viele muss ich machen, nein, nach deiner Zählung sind es 140, 140, okay, kann nicht er meine mitmachen, nein, 120, 130, und 140, ich bin fertig, so, jetzt sind wir eben noch 35, du hast ja gesagt, bist du 140, ich bin jetzt bei 140, was ist denn das, mir tut der Bauch hier schon weh, ich krieg gleich Durchfall davon, nein, das gibt einen festen Daumen, 5, 14, 16, 37, ich bin 37, ich bin fertig, oh cool, da kann man sich ja reinmelden, oh cool, darf ich da reinkrabbeln, ich bin zu fett, ich pass da nicht rein, 20, ich hab mehr hinbekommen als du, anzünden, dann macht er mehr, dann macht er mehr, anzünden, ich mach nur Spaß, und jetzt hab ich den Boden mit Benzin verunreicht, das tut mir leid, 30 Sekunden Pause, dann geht's hier drüben an der Mauer weiter, ja? 30 Sekunden oder 30 Minuten? Das ist eine gute Idee, ja, mach eine Pause, oder geht's weiter? 30 Minuten oder 30 Sekunden, oh, ich spiel ja ein bisschen rum, oi, oh, da ist ja wieder am Spielplatz, ja, guck, oi, guck mal, es ist wie ein Fortnite, ich hab grad ein Fort gebaut, oh, schade, ich hab nur geguckt, ich hab nicht die Reifen durchschlendert, ganz schnell, wenn ich die Reifen guck, oh, ich kann balancieren, warte, ich bin eine Batterie, ich balanziere da, oh, ich balanziere, guck mal, wie ich das gemacht habe, ich hab richtig gut balanciert gerade, guck mal, ich kann das, guck mal, ich bin ja balancieren Profi, ich könnte man schon im Zirkus einstellen, an welche Wand, dann hier an die, okay, ich bin Helikopter, die Axis Kleiner, Frauke? Van Sonne, stratsch Unterhose an, sonst können sie Reifen eventuell. Ihr hobby. Wie geht's denn eigentlich, ähm, wie kommt er denn eigentlich zu dem Flugzeug? Zu welchem Flugzeug? Mit dem er hier gelandet ist laut. Oh, das krieg ich wieder, das ist meins. Das ist vorhin aus Versehen in die Luft geflogen, glaub ich. Was heißt der aus Versehen? War das, was so explodiert ist? Kann sein. Ist aber nicht schön, ich hab sehr viel Geld und sehr viel Liebe da reingesteckt. Das hat der amerikanische Staat auch in den Space Shuttle gesteckt, denn die hat so ein Korallbrück, ne? Ich mein, aber dafür kann ich ja nix, wenn ihr unaussichtlich seid. Okay, so, jetzt geht's hier einfach mal, wir fünfmal in die Richtung und fünfmal wieder in die andere Richtung. Fünfmal über die Kurze und fünfmal über die hohe Wand. Ja, die Kleine. Eins, zwei, drei und fünf, fertig. Nee, nee, nee. Hin und zurück. Ach so, hin und zurück. Eins, drei, vier. Fünf, fertig. So, jetzt noch über die Kurze. Eins, eins, das war jetzt zweimal, auch mal hin und auch mal retour. Ja, haben sie klick. Eins, drei, vier und fünf. Fertig. Ja, aber es ist Sommer, ach so. Ja, ich muss ja fünf mal den ganzen Blades hin machen. Hä, warum fünf? Ich hab's ja schon mal fünf gezählt. Ja, du. Ach so. Ich bin schneller wie ich. Ja, ich bin noch kleiner als du. Ich muss in kleineren Zahlen rechnen. Also eigentlich größer, aber kleiner als. Wie viel hab ich denn jetzt überhaupt? Ich glaub, das war eh schön. Ich mach einfach den nochmal, weil ich zeigen will, wie cool ich bin. Guck mal. Geschafft. Sie haben einen Kacke am Schuschen. Habt ihr eine Multiple Choice? Was ist eine Multiple Choice? Also ihr habt die Wahl. Entweder ihr lauft uns hinterm Humvee einmal hinterher und wir fahren eine Runde oder ihr lauft hier fünf Runden um die Holzblöcke einmal rum. Ey, warte mal. Was geht's jetzt? Ihr habt die Wahl. Entweder hinterm Humvee herlaufen oder fünfmal hier einmal um die Holzblöcke rum. Kann man nicht fünf Runden fahren? Nein, fünf Runden fahren mit dem Humvee. Ja eben. Wir bringen den da wieder zurück. Nein, nein, nicht mitfahren. Hinterherlaufen. Ich will ja selber fahren, nicht mitfahren. Ja, dann laufen wir hinterher. Das passt schon. Also laufen wir hinterher. Ich hab da einen coolen Trick dämlich. Ach Gott. Ja, aber hinterherlaufen ist blöd. Wir fahren sicher weiter, als wie der Crews da ist. Einfach draufsetzen. Das stimmt. Nein, nein, hinterherlaufen. Ja, ja, hinterherlaufen. Hm. Kann man öffnen. Hast du denn hinterm Humvee hinterher aus? Hm, sie wollen hinterm Humvee herlaufen, ja. Macht ihr auch eine Runde, ne? Wir warten hier so lang. Nee, nee, hinterherlaufen, die Herren. Geht doch, laufen doch. Warte mal. Warte. Nee. Ja. Dem hinterherlaufen. Komm, gib Gas. Gib Gummi. Hm. Schneller als die alle anderen. Oh, nee. Nein, wollen. Hahaha. Wo wollen denn da her? Schneller. Aui. Was ist passiert? Was ist passiert? Nichts, links, links, links. Zwei, drei, vier, links, links. Hopp, hopp. Menno. Nenn los. Wie lange müssen wir nur hinterherrennen? Ich mag nicht mehr. Ja, nix. Oh, nee. Da kommen Autos. Oh, nee. Was ist denn hier los? 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 Leute, wir werden aber scharf geschossen, müssen wir aufpassen. Und hier, lang, ab. Größere Geschütze wie Ihre Kollegen, ne? Das heißt, als Ihre Kollegen. Schule, zweite Klasse. Hahaha. Aber Grundschule, wenn dann schon. Aber es ist nur eine Runde, oder? Bitte sagen Sie, es ist nur eine Runde. Ich habe mich schon bauchschmerzig. Ich übergebe mich gleich. Wenn nicht zu viel, renntet mir mal schlecht. Ich bin mir schon ein bisschen schlecht. Ich bin mir schon ein bisschen übel jetzt gerade. Aber wie gesagt, wir sind schon da. Oh, mir ist gerade so schlecht. Oh, endlich. Äh, 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 aui. Oh, ist mir schlecht. Oh. Aber es ist gerade richtig übel, wenn wir mal rennen. Herr Wolf, die Herrschaften. Ich bin doch kurz ein Panzer geruhig. Aber das werden wir nicht hier weiter rummokieren, ne? Oh, ist gut. Okay. Sie haben ein guter Atembeschäft. Das ist hier. Hallo. Oh, der bitte? Mag da auch mal rein. Wir fahren damit. Oh, nee, nee. Ich denke, nein. Warum nicht? Nee, steige ein, bevor du losfährst. Was? Ich fahr doch nicht los. Ich will nur probieren. So. Ich will nicht die Bitzen. Okay. Nein, los. Einmal zu deinem Vormund, bitte. Ich kriege schon Schokolade für den Vormund. Hm. Haben wir jetzt hingerichtet, oder was ist jetzt los? Wie klar war er? Ja, jetzt ist es schon bei. So, das war jetzt, äh. Ich packe mich an die Waffen aus. Wir wollen jetzt die Ideen ziehen. Ja, das war jetzt gerade die Aufwärmrunde. Oh, ich wollte aber jetzt... Ich wollte die Aufwärmrunde. Wir wollen jetzt Alien ziehen. Deshalb sind wir jetzt eigentlich hier, oder? Gut. Wie gesagt, alles unterirdisch. Wirst du nicht finden. Ah, es ist aber zugegeben, dass hier unterirdisch Gänge langlaufen. Oh, schau mal, das ist eine Ente. Guck. Boot, 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 boot. Wo sind die Ente jetzt hin? Oh, die ist jetzt weg. Da muss man aber jetzt aufpassen. Oh. Oh. Hilfe. Hilfe. Aui, ich habe was abgekommen. Bleib vor. Aui. Ich schieße. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Ah, ich bin... Ich habe damit nichts zu tun, nicht aufzuschießen. Alter, als du siehst, war das noch rein. Oh mein Gott. Ich habe damit halt nichts zu tun. Alter, meine Wunden. Keine, was? Habe ich eine Wester dabei? Alter, ich bin sowas von angehendet worden. Alter. Ich bin da. Komm, 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 komm. Ich habe Aua. Aui. Aua. Steig rein in den Meibach. Los. Aui. Aua. Tim? Tim? Tim hat, glaube ich, gehört... Sie kommen gerade nicht weg. Tim hat gerade... Jetzt... Wolfi kommen rein. Los, 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 weg da. Ich wurde angeschossen. Wir haben Richtung Palito, oder wo lang? Der Raktar-Heinz ist angeschossen worden. Wir müssen jetzt auschen. Die haben nicht ernsthaft gerade uns da rausgeholt mit 1 zu 7, oder? Ich habe alles gedacht, nur das nicht, Alter. What? Ja gut, der Wolfi, aber trotzdem, ich dachte jetzt... Also jetzt hat 1 zu 7 Problematik. Also wenn jetzt das Militär gegen 1 zu 7 ballert... Tim, alles gut mit dir hin? Auf einmal kommt oben so ein Kampf-Chat, Alter. Ich habe Angst. Alles gut. Wie geht's dir, Karl-Heinz? Ich wurde angeschossen aus dem Bauch hier. Äh, ich habe den Bauch... Jetzt habe ich noch mehr Bauchweh. Wie schnell das gerade ging, Alter. Man, die Arme... Ich glaube, dass der vom FDI wahrscheinlich jetzt zu dem Graf von wird. Aber es war... Ich muss sagen, das war gerade echt... Ich hatte alles erwartet, aber das nicht. Ich habe mich schon gedacht, okay, was machen die ganze Maibachs hier? Was die jetzt wirklich reinstimmen und da einfach ballern, Alter. Ich werde nicht erwartet. Ja, die werden dann sicher ein kleines Hausschuss runterkommen. Wir können ansonsten versuchen, JJ anzurufen. Der macht auch in Bay-Geschäfte. So viel zuhause nehmen, nimmst du 20 Mann, Alter. Das ist aber heute... Heute sind sie Homeland-Slasch-Militär. Also es war was anderes, aber... Dass die so umscheppern, das ist halt echt... Mich er noch vorhin... Ja, wir haben nicht die besseren Waffen. Da brauchen wir sie gar nicht so tun. Das ist von mir an jetzt. Ich würde noch nicht vergessen. Er noch vorhin... Ja, wir haben nicht die besseren Waffen. Das ist angstsam. Da sieht man, was jetzt passiert ist. Oh, nee. Ich hätte gerne gewusst, was Part 2 gewesen war. Ja, ich wollte auch, bis sie die ganze Hacks haben. Weil die meinten, das war erst mal Runde 1. Runde 2 wäre jetzt gewesen... Ich hätte echt gerne gewusst, was die machen wollten. Hunde 2. Ich glaube, die wollten es so hinbringen. Und mal Drecksarbeit machen. Winkler. Heikle, ich spreche. Dankeschön, Herr Winkler. Für 5 Euro mit ehrenhaften Fies. Luzi verdanken von 329 und Sean O'Connor. Da wäre das, was wir anfangen können. Dass der Wolfi da immer so viel Kummer wegen Karl-Heinz hat. Da. Oder das PD beim Klan- Luzi verdanken von Assistent Reflex. Sagen wir, für den Zini fürs RP. Kannst du noch ein bisschen... Den K... Oh, nee. Wir werden von einem Heli beschossen. Oh, das ist jetzt aber schlecht. Das sind zwei Helis. Ich sitze in dem Auto drin. Ach du Kacke. Versteck dich. Rein in die Kunde. Rein in die Kunde. Rein in die Kunde. Wir schießen uns. Stopp, 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 stopp. Aussteigen. Oh mein Gott. Ich habe gar nichts gemacht. Bleib im Auto, Karl-Heinz. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Setz ins Auto, setz ins Auto. Ich bin im Auto. Ich will das nicht. Jetzt geht es hier richtig ab. Ich sitze da noch drin, aber ich will nicht raus. Ja, bleib drin sitzen, Karl-Heinz. Bleib drin sitzen. Könnt ihr denen sagen, dass ich da drin sitze und ich damit nichts zu tun habe? Ich habe damit nichts zu tun. Jetzt drinnen richtig auf. Die drinnen aber richtig auf. Die müssen mich da jetzt raus oder so. Ich weiß, was die jetzt machen wollen, aber das war eine schlechte Idee, das zu machen. Das war eine richtig schlechte Idee. Die kommen näher. Wieser Reihballern. Was ist da los? Ich habe so Angst, rauszufahren. Sein Ernst? Ich bin hier auf, ich bin hier auf, ich bin hier auf. Oh mein Gott, geht es hier gerade ab. Alter, ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber das Militär ist ein bisschen übertrieben heute. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ja? Bleib drin, dann. Ich muss da vorne losen. Wo ist da vorne los? Ich muss da vorne los. Wo ist da vorne los? Ich muss da vorne los? Ja, weg. Wurde gerade schwierig, die kommen von der anderen Seite wieder. Stell Sie ins 2. Maiberst davor, dass der Karl-Heinz sicher ist. Auf Frostfire aufpassen. Ich muss sagen, dafür, dass jetzt die gerade gegen das Militär kämpfen, ist es gar nicht mehr so schlecht. Das ist die Nationalgarde, Digga. Was erwartest du? Ich habe eine Reparatur, okay? Wollen wir die Reifen reparieren? Ja, reparieren und weg. Reparieren und weg. Achtung, es kann sein, dass die greifen wieder an. Hier sitzt ein Kind im Auto. Da kommt ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Weg, 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 weg. Einsteigen. Die fahren jetzt nicht einfach mit dem Panzer da rein. Da sitzt ein Kind im Auto. 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 No. Da sitzt ein Kind im Auto. Das ist nicht im Autobahn drin, irgendwie, was? Lass mich irgendwo raus. Ich habe wirklich Angst. Lass mich raus. Karl-Heinz, du steigst da vorne rechts aus und gehst über die Mauer drüber. Okay, hier. Jetzt raus, Karl-Heinz, raus. Ich habe alles erwartet, nur das nicht. Ich habe alles erwartet, nur das nicht, dass das so eskaliert. Lass du einmal auf dem Server, das Militär und dann passiert sowas, Alter. Das erste war, dass wir Militär hier haben. Aber ich bin selber schuld, wenn ich 1 zu 7 anlege. Aber ich habe alles erwartet, nur das nicht. Dass die da mit allen angekommen sind. Alter, das ist ja schrecklich, was ich ausgelöst habe heute. Karl-Heinz ist schuld. Ich bin wirklich dran schuld. Ach, du Kacke, Alter. Ich habe damit nichts zu tun. Der hat mich rausgelassen. Ich bin jetzt ein bisschen angeschossen worden. Ich hoffe, ich komme jetzt weg. Ach. Ich bin jetzt wahrscheinlich, ich packe mich eh gleich ein. Ist da vielleicht was offen, dass ich wieder wegkomme, irgendwie? Alter. Ich bin weggekommen. Auf einmal, weißt du, auf einmal steht da alles vorne zugebaut. Auf einmal steht da der Panzer vor dem Ding. Bruder, muss los. Guck dir das an, wie der da runter ballert. Die haben sich... Weißt du, das kommt davon, wenn man sich mit denen jetzt anlegt. Da hast du halt keine Chance dann wirklich. Wobei man sagen muss, die haben echt gut geschossen. Also 1 zu 7. Echt gut. Ich meine, das ist jetzt so eine Einmalaktion. Das haben wir so offensichtlich aber gar nicht. Aber das mal so zu sehen, wie das hier gerade abgeht. Bruder. Das ist heftig. Das mal live zu sehen, so. Wie das aussehen würde, hätten wir Militär auf dem Server. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das Militär für 3-0 haben möchte. Wenn ich das hier sehe, wie dieser Helikopter da von oben einfach die Stadt unsicher macht. Das ist halt... Aber sieht schon geil aus. Vor allem, wie dieser Panzer angefahren kommt von hinten. Ich habe gerade richtig mitgefiebert, dass ich da jetzt nicht sterbe. Aber ich gedacht habe, Alter, die ballern mich doch nieder jetzt. Da sitzt ein Kind im Auto. Ey, ja, ich bin weggekommen. Ich schaue, warte. Ich habe ja ein Skateboard dabei. Ich schaue, dass ich mit dem Skateboard zum Ausparkpunkt komme. Ich glaube, das hat die 1 zu 7 überlebt. Die 1 zu 7 Gang. Aber RP, naja. Also meiner Meinung nach hat das gerade wenig mit der RP zu tun gehabt. Mit dem... Ich meine, das ist ja... Wir haben das ja eigentlich gar nicht. Das ist halt... Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe den Edmonds gesagt, ja, bitte passt auf aufs Shuttle. Und das, was die jetzt machen, ist halt alles improvisiert. Und eigentlich gibt es ja kein Militär, ne? Das, was die jetzt gerade machen, das ist halt... Die drehen gerade ein bisschen auf hier. Die ziehen gerade voll ihr Ding durch mit Military. Es ist halt... Es ist immer so, wenn man denkt, es ist Homeland Slash Military. Panther kann es nicht kaufen. Die Dings kann es nicht kaufen. Aber einfach die Situation war gerade lustig. Das war... War schön zu sehen. Einmalig. Das erste Mal. Noch nie passiert. Aber ob das jetzt viel mit RP zu tun hat, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Da geht es drüber und drunter. Da ist es trotzdem mal lustig zu sehen. So. Schauen wir mal, was holen wir denn jetzt schnell? Oh, mein Jesus-Mobil ist nicht mehr da. Oh, mein Infinity könnte ich fahren. Oder Dump. Ja, komm. Infinity, das ist geil, der Wagen. Ja, das ist richtig nice. Ich mag den Wagen. Wisst ihr was? Wir fahren mal vorbei und schauen mal, was los ist. Vielleicht. Vielleicht sind die... Ja, die sind die weitergefallen. Natürlich da oben. Wir gucken, wo der letzte Standort des Helikopters war. Wir fahren da mal hin, Leute. Der letzte Standort des Helikopters war ja hier oben, ne? Aber es ist auf jeden Fall spannend zum Anschauen, finde ich. Also, allein die Situation war gerade heftig. Weil ich habe hier gerade richtig eingestuhlt, dass sie mich jetzt hinten, da bin ich wie im Krankenhaus. Ich muss eigentlich noch ins Krankenhaus, wenn ich angeschossen wurde. Ich wäre fast drauf gefällig. Ich hätte nicht meine Wäste an oder so. Also sie hat einfach mal auf Karl-Heinz geschossen, also sie mussten mal hin. Oh, warte. Warte, ich höre einen. Ich höre einen Helikopter. Oh, ich höre es. Ich höre es. Ich höre es da jetzt ab. Ich höre den Helikopter. Wo ist er denn? Da vorne irgendwo, ne? Da sind sie. Da geht es ab. Hier links, Leute. Da fliegen sie. Gucken wir mal, wie sie fliegen. Die fliegen jetzt hin. Die hoeren da oben. Lecker, Bio. Die sind da drin, ne? Der zieht aber ab gerade. Die ziehen wieder ab. Der hat hier reingeschossen. Der hat hier voll Gas reingeschossen, ne, Bruder? Ohne Rücksicht auf Verluste anscheinend. Ach, du Kacke. Ne, sowas habe ich noch nie gesehen. Der sah aber ganz schön aus, Jungs. Aber hey, das, das muss ich aber sagen. Da ist immer Wolfi ein bisschen selber schuld, wenn er sich da mit dem Militär anlegt, wenn das einmal da ist, weißt du? Da ist er irgendwie selber schuld. Was erwartet er sich? Schau mal, wenn der da oben fliegt. Wo fliegt der denn jetzt hin? Wo, was die machen, wo die hinfliegen? Die suchen sich ja noch jemanden. Oh, der Club hat mal Musik. Was? Was ist in dem Club da Musik drin? Tup, 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 tup. Jetzt sind sie weg. Kein sich Kontakt mehr zu Heli. Ja, einfach mal Hauptplatz. Wo ist denn mein Auto abgestellt? Das, ah, der steht ja am links unten, am Airfield. Mein Gott. Der steht ja und mein Tank ist gleich leer. Ja, geil, Jungs und Mädels. Der Tank ist gleich auf Null. Mal wieder. Mal wieder. Ich bin eingepackt, bevor es wer sieht. Aber ganz schnell eingepackt, bevor es wer sieht. Oh, da kommt der Krankenwagen schon. Ich glaube, da hat es einen getroffen von uns. Auf einmal wieder mal aufgeklaubt. Ja, Karl-Heinz hier, du musst ja doch deine Arbeit machen. Sie müssen aufpassen, da wird geschossen. Hallo. Hallo. Hä? Was ist los? Hoppala. An deiner Stelle... Ja? Karl, bist du das? Ja, warum? Ich bin mir so sicher. An deiner Stelle würde ich da nicht so offen auf der Straße rum... Ach, ich bin fast im Auto hochgegangen vorhin. Alles gut. Ja, ich sag's dir genau. Weil da fliegt ein Helikopter rum, der mit einem MG rumballert. Ach so. Okay. Ich könnte mir nicht vorstellen, was das sein könnte. Hoffentlich denken die, dass ich das will. Dass der Randall auf Leute schießt. Weißt du, die Polizei weiß das ja gar nicht. Nicht, dass die denken, dass jetzt einfach ein Helikopter random auf Leute ballert. Das wäre natürlich sehr blöd. Ich müsste mein Auto unten holen. Oder, nee, ich müsste mein... Mein Chat müsste ich holen. Stimmt. Ey, wenn ich mein Flugzeug wiederhabe. Wenn ich mein Flugzeug wiederhabe, dann könnte ich. Auf die Military Base, oder? Oder ist zu? Na, okay, komm. Wo krieg ich denn jetzt ein... Ah, ja, toll. Jetzt ist ja gut. Oh, wobei, mit dem Abschlepper vielleicht. Hier steht noch ein Auto drin. Das können wir mal schauen. Ey, was da grad abgeklaut. Leute, dann lasst mal aber einen fetten Like-Up da. Auf die 6000. Wir sind am Start. Alles am Start. Das ist lauter auch noch raus. Also heute geht's hier richtig ab. Heute ist es richtig crazy hier. Crazy Alert. Das erinnert mich grad so ein bisschen an den... an die Purchy wir hatten damals. Erinnert mich so ein bisschen. Aber ich... Oh, vielleicht ist der Wagen da drin offen. Am ich okay? Guten Tag, tschüss. Ach, bitte sei offen. Zu. Auch zu. Ach, gacki. Das ist jetzt aber gacki. Ja gut, dann muss ich über das Skateboard fahren. Ich hoffe, Wolfi leben. Ich hoffe, ich auch, dass die noch leben. Aber es sieht grad schlecht aus. Also nach dem, was die hier abgezogen haben, wird es schlecht für die jetzt aussehen. Die Garde angeschossen. Ja, ich schaue, dass ich irgendwie runterkomme zum, ähm, Hangar nochmal. Und dort auch mit dem Auto hole. Weil es steht auch nur unten. David, Rienagel fürs VIP werden. Finn, Örtel, danke für zwei Euro. Äh, Kale, cool, reißen. Der Arme, voll, viele Probleme mit Karl-Heinz. Der Arme. Ihr guckt, dass ich jetzt immer, wenn ich Zeit habe. Mach weiter, sag ich schon, ein Bierboy. Ach, nassig, vielen Dank. Finn, Örtel, äh, Örtel nochmal. Das ist nochmal vorgewiesen, genau. Äh, Lucifer X372XX4239 vorhin. So, nochmal runter scrollen. Das haben wir vorgelesen. Das haben wir auch vorgelesen. Team Cisco haben wir noch nicht vorgelesen. Ja, danke schön für den Euro vorhin. Lukas, äh, das ist mal auch vorgelesen. Dann kannst du ja in die Videobeschreibung schreiben, dass du mit Karl-Heinz Ultima-Tiefs-RP spielst von Lukas. Muss ich nicht, Bruder. Warum sollte ich? Ähm, alleine, dass Karl-Heinz, ähm, wie sag ich mal, als Kind unterwegs ist. Äh, Karl-Heinz ist halt einziger, der im Server. Es gibt kein zweites Kind auf dem Server. Das ist halt eine Ausnahme. Und Karl-Heinz kommt tatsächlich nicht mal aus dem RP raus. Karl-Heinz kommt aus dem Singleplayer. Ich hab damals Videos gemacht. Das ist ja der Grund, warum Karl-Heinz überhaupt existiert. Karl-Heinz existiert aufgrund von einer Singleplayer-Mod, wo ich ihn gespielt hab, wo er Scheiße gebaut hat. Und da schon, äh, eigentlich, genau, das Assi-Kind hab ich ihn damals genannt. Das Assi-Kind, äh, macht, äh, Krach oder so in, in, in L.A. oder Los Santos damals. Und daraus ist dieser Charakter entstanden. Eben Karl-Heinz. Und der ist halt, also muss ich sagen, mit Karl-Heinz mach ich halt crazy Dinge auf dem Server. Karl-Heinz ist so die Ausnahme, mit dem ich halt wirklich crazy Sachen mache, wie diese hier heute zum Beispiel. Da mach ich kein richtiges Hardcore-RP, weil, wie willst du auch, ich komm, du bist ein 13-Jähriger-Junge, kannst du höchstens mal, äh, wenn du Hardcore-RP spielst, in die Schule gehen. Und dann dort, äh, sitzt da vier Stunden im Mathe-Unterricht. Dann gehst du daheim, spielst du an der Konsole, machst deine Hausaufgaben, also, mehr kannst du halt nicht machen. Was willst du sonst machen? Dann kannst du mit deinen Freunden ein Fußballspiel gehen, wobei Karl-Heinz der Einzige ist, der hier, äh, ein Kind ist. Also, ja, was, was willst du machen, in der RP mit einem Kind? Oder 14 bis. Kannst du nicht viel machen. Aber man muss auch sagen, dass Gang-Life in, in L.A., es gibt tatsächlich Kinder, die in der Gang sind. Das gibt's halt eher ernsthaft. Aber die werden halt angebogen von Gangs. Oh, nee. Dann sind die da in so einer Gang drin. Aber eher so in diesen, äh, Hoods. Da sind die unterwegs. Aber, Alter, jetzt würde ich jetzt das reinschreiben müssen, ne, dass ich mit Karl-Heinz da kein heftiges RP spiele. Das muss ich nicht. Ich muss, ich muss, ich muss gar nichts. Ich kann einfach das machen, worauf ich Bock hab, oder? Und das Schöne ist, dass den Leuten gefällt's ja. Einzelnen Chat, wenn ihr Karl-Heinz auch mögt. Schreibt's mal rein. Das ist der Sound auf der Spende. Aber es gibt halt keinen Grund, direkt zu sagen, es ist alles kacke hier. Ist ja, ist ja nicht so. Ist ja alles gut. Nur ich, äh, ganz ehrlich, ich seh, ähm, RP. Was haben wir da für erzelt? Haha. RP seh ich nicht so als, ähm, ich muss darauf immer ernst machen. Ich hab meinen Spaß dran. Und darum geht's. Es geht auch um Spaß. Alter, was ein geiler Rosi, alter. Huch. Oh, leider zu, der Bruder. Ui, wie schade. Aber das ist grad eine Highspeed gefahren. Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist, jetzt mit dem Auto hier wegzuflexen. Ich glaub, das ist grad eine schlechte Idee. Ich würde zwar gern, aber das ist grad eine Highspeed. Der wartet doch sicher nur. Der wartet doch nur, bis ich den auspacke, ne? Guck mal, da fährt er rum. Guck. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ja, ja, warte. Ja, 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 ja. Ich geh mal zur Versicherung. Frag mal, ob mein, äh, Dings da ist. Wait a second. Wo ist die, die ist hier vorne, ne? Die Versicherung. Ich seh ganz viel eins im Chat. Das freut mich. Ne, Karl-Heinz ist mit Abstand so einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich da einfach so ein bisschen die Sau rauslassen kann, was ich mir dann auch nicht machen kann. Und ich, ich muss sagen, ich, ich, ich bin zwar gerne so Makrumpe und so, aber manchmal ist mir das einfach zu viel. Dieses ganze, äh, RP-Kram ist mir manchmal zu viel. Also wenn es jetzt um Besprechungen und so geht. Also diese Besprechungen, die, die, äh, finde ich jetzt auch nicht so, hm. Ist auch nicht so meins. Aber das ist so. Und mit Karl-Heinz bin ich so ein bisschen free. Kann ich ein bisschen machen, was ich will. Da mache ich mir so ein bisschen die, weißt du, Karl-Heinz ist so ein bisschen Pipi-Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So kann man es eigentlich am besten sagen. Wie drüge ich es am besten aus? Ich, ich, weißt du was, ich fliege jetzt nochmal mit der Kiste Richtung Military Basel und gucke, ob die jetzt da sind und jetzt Endzwert sind. Ich, ich fliege ja mal hin. Ich habe keinen Plan, was die jetzt machen. Ich meine, ihr müsst auch immer bedenken, wenn ich streame für euch Leute, da mache ich ja auch immer auf pure Unterhaltung. Ich will ja euch auch irgendwo unterhalten. Und da sind so Aktionen wie diese, wie heute, mit dem Space Shuttle und so, das mache ich nicht aufgrund, dass ich irgendwie RP fördere oder sowas. Das mache ich einfach auch, um euch zu unterhalten. Wobei man sagen muss, wenn du einen Space Shuttle dir holen kannst, stell dir mal vor, jeder Spieler könnte das. Das wäre einfach nur Chaos. Aber ich bin froh, dass wir jetzt zum Beispiel den Nürburgring haben, dass wir ihn drin gelassen haben. Das wollte ich ja auch eigentlich so als eine Tagesaktion machen. Das hat den Leuten so gefallen, dass wir gesagt haben, gut, setzen wir um. Ihr bekommt eine Rennstrecke als Beispiel. Jetzt kommen auch geile Sachen bei raus. Zum Beispiel diese Rennstrecke war für, 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 für einen Stream geplant einfach. Wo wir gesagt haben, komm, wir setzen uns da mal hin, machen mal was. Da haben die Leute ein bisschen Spaß dran für den Tag. Und, äh, dann streamen wir das und die Leute haben Bock drauf. Und den Leuten auf Arelo hat das so gefallen, dass wir gesagt haben, gut, wir lassen das drin. Und jetzt haben wir ein Nürburgring und die Leute feiern das. Dann haben wir ein RaceScript reingemacht. Also es kommen ja auch Sachen zusammen, wo man sagt, das passt ja. Zum Beispiel jetzt überlege ich, äh, machen wir Military rein. Weil das hatten wir sonst nie, ne? Und heute geht es hier so mal richtig ab. Wir sehen mal so Militärfahrzeuge und sowas. Und irgendwie hat das was. Das hat schon einen Stil. Wobei ich da vorher immer gesagt habe, kein Militär auf Arelo. Aber jetzt, wo ich das so sehe, denke ich mir so, geil wäre es schon. Aber natürlich, Leute, ich, ich, will ja euch irgendwie unterhalten, ne? Ist ja klar, dass ich ein, äh, ich spiele halt, dass ich einfach ein Space Shuttle instehen kann und damit wegfliegen kann. Das ist halt das Ding. Das geht halt nicht. Aber es wäre schon geil. Stell mal vor, du kannst diesen Space Shuttle kaufen für viel Geld. Würde ich fühlen. So, 20 Millionen. Space Shuttle kaufen. Damit dann rumgurken mit 600 kmh. Ein Raub mit einem Space Shuttle. Realismus pur. Willkommen auf Arelo. Ne, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ob ich. Aber ich fliege da jetzt mal hin. Aber ich sehe, ich sehe diese ganze Server, die so das RP zu krass ernst nehmen, das fühle ich auch nicht so. Man muss schon ein bisschen so seinen Choke haben, so ist es ein bisschen an Spaß haben. Man braucht da ein bisschen Humor. Man passt das. Ich mag, ich mag diese, ich mag diese RPs, aber nicht die so, die so richtig extrem, weiß nicht, kennt ihr das? Habe ich eh schon gesagt, die so extrem streng und so, ich weiß nicht, so unrealistisch, also unrealistisch in Bezug darauf sind, so, ja, mach genau alles im echten Leben, das ist das immer nicht. Wir machen auch nicht alles im echten Leben. Ich stelle mal vor, ich lande auf einer Airbase im echten Leben. Ich würde nicht mehr so auf die Dekon, das zu machen, aber ich mache es trotzdem. Also heute, das Radcore-P, wie du bist, wie lebt es auch, ja, oder military base mit einem kleinen Flugzeug landen. Ja, da hast du recht. Oder manche Trigger, wenn ich hier über das Gras fahre, oder sowas meine ich halt. Man muss ein bisschen Bedenkissen spielen, da war alles Spaß dran und ist ja schön. Oh, geil. Oh, schau mal, was da steht, guck. Guck, was da vorne steht. Da steht doch mein Flugzeug nochmal. Ich habe mich nochmal verflogen. Bin ich in Washington? Ich glaube, mein Navi geht falsch. Hallo? Hier landen. Ich möchte eine Beschwerde einreichen. Trauen Sie sich ruhig runter. Jetzt trauen Sie sich nicht. Ja, toll, jetzt habe ich zwei davon da stehen. Das ist ja geil. Ich habe gedacht, die haben den abgeschleppt. Der meinte auch, der hat den zerstört. Er hat mich angelogen. Er hat doch gesagt, er ist zerstört worden. Nee, jetzt war er mal da. Das ist aber Versicherungsbetrug. Einfach sagen, ihm wurde zerstört. Einfach Versicherungsbetrug. Bei 5000 ist es neu. Was ist der Neuker offen? Ich habe so Angst, dass die wirklich mich jetzt abballern. Alter, bitte passt auf. Ist er offen? Das wäre jetzt lustig, wenn er offen wäre. Natürlich ist er nicht offen. Aber natürlich ist er nicht offen. Was habe ich mir dabei gedacht, Leute, dass der offen steht. Ich wollte gerade eine Beschwerde schreiben, dass er auf mich geschossen hat und ich im Auto saß, aber irgendwie kommt da gerade keiner. Hat er mich gehört, dass ich gesagt habe, ich will eine Beschwerde aufnehmen? Hallo? Hier unten? Hallo hier? Hier sind wir. Hier unten? Hallo? Hier? Hier unten? Was ist denn? Aber ich muss die gerade machen. Ich habe nicht Glück, ob steht so irgendwas offen. Das wäre so lustig. Oh, das wäre so lustig, wenn das Ding offen stehen würde. Nee. Die interessiert es auch gerade gar nicht, dass ich hier bin. Ja gut, der hat es ja gesehen, dass ich da bin. Dann gehe ich halt in die Chats, dann werden die vielleicht ein bisschen aufmerksam auf mich, dass ich hier vielleicht ein bisschen Remedemi mache. Ein bisschen aufmerksam machen, dass ich auch nur hier bin. Ich habe auch Gefühle. Oh, das war mal am Dings. Hä? Da war doch keiner. Hallo? Hallo? Okay. Muss ich mir Sorgen und Gedanken machen, warum ist da jetzt keiner mehr drin? Hä? Habe ich gerade verabbildet oder was? Da war es? Hä? Der war doch gerade an und das Ding ist weg. Ja gut, das kann das nicht, aber hä? Der war doch gerade für eine Millisekunde an oder da saß keiner drin? Ach, bitte nicht. Bitte nicht. Ich möchte auch so cool sagen wie die. Da kommt dann jemand mal ab. Es will auch so cool sein. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Damit kann ich keine Stunts fliegen, muss aufpassen. Das Ding ist ein bisschen, ja. Ah, die fliegen alle so cool. Ich will auch. Rosi auch. Ja. Wo mache ich jetzt hier eine Beschwerde wegen denen? Weil die auf mich geschossen haben als Kind. Wenn die jetzt nicht runterkommen von dem hohen Rost hier oben mit den Fliegern. Was macht mich denn dann? Eine Beschwerde an das Ding einreichen. Warte, da habe ich noch... Ah, ich habe ja keine Dienstmeer. Der hat mir ja alle abgenommen, die ganzen... Mann, sehe ich den aufgeknackt da hinten in den Heli. Wenn ich Glück habe, aber nur ein bisschen Glück, da steht vielleicht was offen. Weil die sind gerade alle oben... Die checkten das hier gerade gar nicht. Also die interessieren sich gerade gar nicht für mich. Warum auch immer. Obso davor wollten sie mich fast umbringen. Ich probiere mal. Boah, bitte sei offen. Irgendwas. Oh, ist der offen? Ne, das ist auch nicht offen. Oh, jetzt landen sie. Guck. Hallo. Stehenbleiben. Hallo. Hallo. Ich wurde fast vorhin von einem Panzer umgebracht. Du wurdest von einem Panzer umgebracht? Ja, nur fast. Okay. Ich weiß, ob sie es hinbekommen haben, aber ich war in einem richtig großen Shootout drin. Ich hatte Angst um mein Gottverdammtes Leben. Ja, na gut, aber... Wir wurden hier auch angegriffen, ne? Aber dafür kann ich nichts. Da wurde ich fast angeschossen. Ich hatte echt Angst. Okay. Boah, haben sie mich gerade ausgelacht? Nein. Das hat sich aber anders angehört, gerade eben. Hat sich so angehört, dass hätten sie mich ausgelacht. Äh, äh... Hallo? Ja, der stand offen. Der stand offen. Hallo, nein. Der stand offen. Hallo. Au. Tschüss. Er hat den Köder einfach geschluckt. Er hat den Köder geschluckt. Er hat den Köder geschluckt. Er hat den Köder geschluckt. Ja. Er hat den geschluckt, den Köder. Oh, ich habe kein Fallschirm dabei, ne? Das ist jetzt aber blöd. Oh, ich muss damit echt Not landen. Wenn ich es hinkriege, dann lande ich jetzt am besten. Ah, da ist es ja. Ich habe ihn gerade weg, VDM'd. Es gibt, dass man Klassenbeintrag. Die sind aber nicht hinter mir her. Guck, die sind weg. Ich glaube, ich lande das Ding von mir mal Fallschirm oder so. Upsi. Wie er geschrien hat. Oh. Oh, nee. Ich war auch bei mir ein Fallschirm. Ich habe Angst. Aber ich darf ja gar nicht. Ich darf ja gar nicht. Ich darf als... Ja gut, ich bin da gar nicht. Aber ich darf eigentlich gar nicht. Regelnberg darfst du nicht aussteigen, wenn du Flieger bist. Das ist ein bisschen problematisch, das Ding jetzt zu landen. Dann kriegen wir das vielleicht... Wir haben das irgendwie am Hauptplatz gelandet. Also mit ein bisschen Grips vielleicht. Hauptplatz landen. Oh, das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen, das Ding am Hauptplatz zu landen. Aber ich glaube, ich probiere das jetzt wirklich. Glaubt ihr, das klappt, Legend am Hauptplatz, damit wir zu landen? Irgendwie würdest du übelst gerne probieren. Ich bin der allererste. Ja. Kind klaut Fighterjet. Also zuerst haben wir... Zuerst haben wir... Weil wir ins Weltall wollten und uns das schöne Spaceship geholt. Und jetzt damit. Also ich könnte es aber probieren. Geht das? Geht das gut? Ja, oder Wolfi anrufen. Das war auch eine Möglichkeit. Ey, Wolfi, guck mal, was ich gefunden habe. Ah, nee, das ist... Das ist etwas viel los. Das tue ich... Nee, das ist zu gefährlich, wenn ich das jetzt mache. Ich könnte es vielleicht auch hier auf der Autobahn probieren. Ich will das Ding einfach nur loswerden. Wisst ihr, ich will damit jetzt nicht... ein Party machen oder so. Wenn ich das hier gelandet bekomme, dann Ehre. Oh, da sind sehr viele Schilder. Und da ist die Umleitung. Werden diese Schilder nicht mit den Umleitungen, könnte ich das easy landen. Aber da, ja, da teilt es sich auf. Also nein, da können wir es nicht landen. Okay, dann... Ach, bitte sag nicht... Oh, 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 oh. Oh, schau mal, was da ist. Na vorne, guck mal. Oh, alter! Bruder! Fast wär ich da dieses Ding rein. Oh, okay, die kommen hinterher. Okay, okay, alles gut. Jetzt lande ich das Ding, aber wirklich... Wenn ich das... Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee! Bitte nicht, bitte nicht landen, 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 oh... Das ist der Sound auf der Spende. Ich hab das Ding... Ohne Fahrwerk... Ich hab zu wenig Schub gehabt. Ich hab's ohne Fahrwerk gerade gelandet. Ich hab aber einen Blackout bekommen. Oh, nicht anschmeißen, jetzt nicht anschmeißen. schmeißt das Ding ja nicht an. Wie zum Teufel ist das Teil nicht hochgegangen? Das Ding müsste in tausend Teile zersplittert sein eigentlich. Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab aui. Sehen die das? Ich glaub, die sehen das nicht. Das ist... Ich hab's notgelandet. Es hat funktioniert. Ähm, ja, niemals S drücken. Das wäre auch aufgefallen beim Flugzeug. Ich hab nämlich abgebremst, weil ich gedacht hab, oh ja, dann krieg ich vielleicht eine sichere Landung hin. Nein, das ist nicht sicher. Ach, Bruder, was mach ich denn jetzt? Jetzt muss ich eigentlich einen Krankenwagen holen. Warte. Aber umso lustiger wird das jetzt. Warte mal, was ist das? Wenn meine Leute kommen, dann lauf zu einem Maibach. Ach, ach so, das ist auch vorhin, okay. Au, ja, hallo, Entschuldigung. Ja? Können Sie den Krankenwagen rufen? Äh, ja, kann ich machen. Dankeschön. Weißt du, er so ganz oft... Ja, kann ich machen. Ich hab' ganz gespannt. Was passiert? Ähm... Es ist schwer zu erklären. Ich glaub, ich sollte das mit einem Anwalt klären. Warum? Naja, ist ein bisschen schwer zu erklären, das ganze Thema hier. Das ganze Prozedere. Wie sie vielleicht schlecht gemerkt haben. Ah, guten Tag. Hallo. Alles gut bei dir? Ähm, ja, einigermaßen. Ich hab mir nur den Kopf grad angehauen. Ja, ich seh's. Wissen Sie, ich, 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 ich wusste nicht, wie ich das Ding, äh, ähm, gelandet bekomme und es, ja, irgendwie, kurz Angst in meinem Leben, aber, äh, ja. Ich muss so oder so ins Krankenhaus. Ich wurde vorhin angeschossen. Ja, ich weiß, ich war dabei. Ähm. Du musst jetzt wahrscheinlich warten, gell? Auf irgendeinen, der dich da rausholt. Ich hab grad irgendwie Angst, dass das Ding gleich hochgeht, weil das raucht hinten. Ja. Und schau mal, wenn ich da auf diesen Knopf drück. Hoppala. Äh. Ich dachte, okay, nee, den drück ich nicht nochmal. Nee. Ja, aber ich bin froh, ist, ich bin nicht in tausend Teil explodiert, das ist schon mal ein Anfang. Das stimmt, ja. Wissen Sie, ich will mal echter Astronaut werden und ich wollte eine Astronautenausbildung anfangen, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Äh, ja. Mhm. Mhm. Ähm. Boah, aber voll cool, das sieht wie aus wie in so einem Videospiel hier drin. Brrrr. Oh, immerhin noch was. Oh, immerhin noch was. Und die gleich kommen. Oh. Oh, nee, nicht anmachen. Nicht anmachen, nicht anmachen. Ausbleiben, 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 nicht anmachen. Hallo. Edwards hat die One informativ, der abgestützt, in einem abgestützten Chat sitzt Karl-Heinz. Scheiße. Der hat schon gar keinen Bock mehr auf seinen Job, Alter. Ach, da sitzt Karl-Heinz. Ich hab jetzt das gedacht. Ritte? Hallo. Hallo. Geht's dir sonst gut? Ja, ich hab meinen Kopf angeschlagen. Hm. Ich hatte heute einen harten Tag. Ähm, es ist sehr schwer zu erklären. Mhm, das denke ich mir. Kannst du aussteigen? Nee, ich hab mir den Kopf angeschlagen und war kurz K.O. Ich wollte das Ding nur in Not landen und naja, ich hab anscheinend es falsch gemacht und dann bin ich ohne Fahrwerk gelandet, wie man es mir erkennen kann und dabei hab ich mir ziemlich den Kopf angestoßen. Der ist vor mir abgestürzt. Naja, du lebst noch, deswegen hast du es zumindest nicht ganz falsch gemacht, würde ich sagen. Anscheinend, ja. Wissen Sie, ich will eigentlich Astronaut werden, ich will bis in die Sterne. Wie passt Leid hier? Äh, bis ins Unendliche und noch. Ach, keine Ahnung, wie das geht, der Spruch. Können Sie mir den Spruch aufsagen? Sie sind ja Polizist, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Was sind Sie denn, wenn Sie kein Polizist sind? Ich bin ein Polizist, aber ich kann Ihnen den Spruch nicht aufsagen. Warum nicht? Äh, hast du das FD schon gerufen? Nee, wir haben schon gerufen, ja. Okay. Ich seh da auf meinen Radarsachen. Ist das normal, dass so ein Punkt? Da sind zwei Punkte. Nein. Nee, jetzt wirklich, da sind so zwei Punkte. Eins, zwei. Ich drück nichts mehr, ich verspreche's. Äh, hä, hä, oh nee. Oh, Entschuldigung, ich hab genießt. Tut mir leid, oh nee. Entschuldigung. Oh nee, wirklich, ich hab genießt. Oh nee. Tut mir voll leid, wirklich. Weil ich mit Absicht bin auf den Knüppel gekommen. War vielleicht nicht die beste Idee. Okay, ich darf nicht niesen. Dankeschön, ich muss nicht, dass du ein Fall ist, dann. Ja, alles gut. Äh, lieber ein bisschen weiter weg absperren, dann falls er wieder irgendwie Knüppel in seinem Kopf hat. Ja, bei einem Fighter-Chat nie, der hat ein Problem. Ich hoffe, das Feuer kommt nicht bis zu mir, weil dann hab ich ein großes Problem. Das war vielleicht echt nicht die beste Idee. Oh nee, das Feuer kommt zu mir. Ich glaub, du willst mich raus holen. Das Feuer kommt immer näher. Oh nee, es hört auf. Ach, zum Glück. Was ist das Auto da hinten? Ryan Wow, maybe Ryan Round. Juhu, wie das Auto war. Oh nein. Oh, jetzt ist es los. Jetzt kann ich mich nicht mehr verantworten für den ganzen Kack hier. Ich wollte doch heute nur ins Weltall fliegen. Ich wollte nur ins Weltall, Alter. Guten Tag. Das kleine Lient im Fighter-Chat. Ja, und es ist hier ein Flugzeug abhanden gekommen. Ja, wollen Sie es wieder mitnehmen? Ich hab's mir nur ausgeliehen. Wäre schon gut irgendwie. Ich wollte es eh zurückgeben. Hallo, hier ist es. Es ist wie wie neu. Der kleine Junge da. Wissen Sie, ich bin Nachwuchspilot. Ich möchte mal echter Astronaut werden. Und wo lernt es sich besser als auf der Military Base? Okay, jetzt darf ich nicht niesen. Wenn ich jetzt nieße, ist es vorbei. Ja, das lassen wir lieber mal. Nimm mal die Hände lieber hoch. Ja. Kümmert ihr euch drum? Das Problem ist, ich hab mir den Schäl angeschmeißt. An den Ding. Ja. Aber Sie können dann schon mal, äh, weiß nicht. Guten Tag. Könnt ihr mir mal ein Standort geben, was die Sache ist? Wer weiß es? Der Karl-Heinz hat eine Notlandung hier hingelegt ohne Fahrwerk und hat sich deswegen ordentlich den Kopf angeschlagen. Er weiß nicht, was los ist. Er tut mir so leid. Ich weiß nicht, was er kann. Und er hat doch aus Versehen irgendeine Rakete abgefeuert. Ich hab genießt. Okay. Okay, dann, dann, ich, ich, ich packe mal die Sicherheitsstifte wieder rein. Das Ding hat Sicherheitsstifte? Ja, genau, sicher. Ja, das sind so eine Sicherheitsstifte, damit die Raketen nicht mehr losgehen. Das sind so mit so roten Fähnchen gekennzeichnet. Wie wär's, wenn Sie mal einen Feuerlöscher holen, weil er hinten raus ganz schön raus. Ich tue mal alles. So. Ich tue mir jetzt erstmal hier. Das Diffneck wird oben. Was macht er? So Karl, wo hast du Schmerzen? Ja, am Kopf. Und ich hab noch einen Bauchschmerzen, weil ich vorhin angeschossen wurde von den Haschpolanten. Ei, ei, ei. Okay. Ich guck mir ganz kurz das Heck an und bin ich wieder bei dir, okay? Okay. Könntest du ein Schmerzmittel gleich haben? Ich bin grad ziemlich unter Schock. Mein Adrenalin ist auf an 1.000 Grad. Ich, ich komm, ich bin hier noch bei dem Kampfschritt. Der Arm. Der arme Polizist, der weiß echt nichts los. Ich hoffe, der macht jetzt wirklich... Oh, passen Sie auf, die drehen durch vor mir. Nicht, dass die da gleich reinrasen. Hören Sie auf! Ach, ich hab Angst. Bitte? Ne, ich hab Angst, dass die mir da gleich reinrasen, weil sie mit dem Feuerlöscher antieren und die drehen dann durch. Nein, das ist gut. Die Kopflosen. Ja, doch, die sind schon fast durchgerät da vorne. Ach so, ne. Mhm. Noch ist es nicht so. Oh, ich glaub, ich hab mir den Finger gebrochen, wenn ich mir das grad genauer anguck. Ey, 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 ey. Oh, ne, mein rechter Zeigefinger sieht gar nicht mehr gut aus. Und mein Mittelfinger ist auch ein bisschen gekrüspelt. Okay, und mein anderer Mittelfinger ist auch nicht mehr ganz okay. Na, super. Ah, es kommt davon. Da bin ich selber dran schuld. Aber mein Zeigefinger, oh, den hat es aber ganz schön erwischt. Hm. So. Hey, wie krieg ich dich da jetzt wundert, ne? Ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich mein, das Ding ist eh schon offen. Mhm. Es war ziemlich windig hier. Oh, ich guck mal nach deinem Gurt. Mhm. Okay. Der geht hier auf. So. Der Herr da unten. Hallo. Ich glaub, der ignoriert sie mit Absicht, weil er keinen Bock auf sie hat. Ich merk das schon. Bitte was? Ja, genau du. Könntest du mir ganz kurz helfen? Äh, ich geb ihn dir runter und du hältst unten mit. Und auf die Draga. Ne, sehr gerne. Das ist so nice. Dann heben wir dich auf drei einmal raus. Drei. Ups. Upsi. Ui. Ui. So. Aua, ich hab mir den Spitz grad wehgetan. Ja, ich auch. Ist gut. Ganz schön spitze Gegenstände hier. Wir gehen mal hier weg von dem Teil. Das hat mal kurz gepikst. Ihr kümmert euch drum erstmal. Ja. Ich glaub, der wird sich das ja absteppen lassen. Er sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Der Po 3D-Chat. So, also wie stark sind denn so circa deine Schmerzen, Karl? Jetzt wo der Schock nachlässt, würde ich sagen, eine solide Acht. Ich hab meinen Finger gebrochen. Und er tut ziemlich auch wieder Zeigefinger. Alles klar. Dann kriegst du von mir jetzt gleich... Dann war ich K.O. Und ich wurde angeschossen. Also, aber die gingen alle im Bauch anscheinend. Okay. Dann kriegst du von mir jetzt einmal ein Schmerzmittel. Aber ich bin auch so in der Schock. Ich realisiere das jetzt grad erst, was grad passiert ist. Ist ja auch alles gut. Ich glaub ich halt. Oder ist das alles so ein Traum? Sind sie echt? Ich bin echt, ja. Darf ich mal in den Nasenloch fahren? Weil wenn ich ins Nasenloch fahre, dann... Nein, nicht ins Nasenloch. Aber wenn ich ins Nasenloch fahre, weiß ich, ob ich träume oder nicht. Weil wenn ich ins Nasenloch fahre, im Traum hört der Traum auf. Ich fahre jetzt ins Nasenloch. Ins Nasenloch fahre, nur ganz kurz. Nein, nein, nein. Bisschen nach Gold graben. Ich seh ganz viel Gold in ihrer Nase. Das müssen sie ausgraben. Nee. Da ist aber viel Gold drin. Nein, nein. Einer muss doch dann nach dem Gold krabben. Ja, nee, alles gut. Oder haben sie das Hüftgold? Ja. Okay. Mein Hüftgold. Einer muss es halt machen, ne? Ja. War alles gut. Dafür hab ich Leute. Brauchst du nicht machen. So. Ich glaube, ich hab heute sehr viel Gacki gemacht. Kann ich nicht beurteilen. Ja, nee, weil ich vorhin so viel Durchfall hatte. Im Krankenhaus meine ich jetzt. Okay. Ja, das kann ich auch nicht beurteilen. Ja, das sollten sie. Aber sie sind Arzt. Sie kennen sich dort aus, oder? Äh, nee, ich bin kein Arzt. Ich bin Spieler. Ach so, aber sie verarzten mich doch gerade, oder nicht? Oder verefftilen sie mich gerade? Ich verefft die dich gerade. Okay. Okay. Gut, dann fühle ich mich ganz schön sicher. Also Schmerzen werden gleich besser. Okay. Ich seh von hier unten ihr ganzes Gold in der Lasse. Unglaublich, wie viel sie da drin haben. Sie sollten sich mal schnäuzen. Ja, machen wir gleich. Mhm. Dann brauchen sie Taschentücher. Brauchen sie mal Taschentücher für sowas. So, ich packe dich jetzt hier rein, okay? Mhm. Am jetzt will ich nichts mehr essen, trinken, kein Telefon und Funkgerät benutzen. Och, nee, ich kenne das schon irgendwo her, ja. Und dann geht's nicht richtig ab. Ich schwitze Katz. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht... Ach doch, jetzt. Oh, das ist aber ein bisschen gefährlich. Nein, alles gut, bist mit mir hier hinten drin. Okay. Alles gut. Ich mach dich hier ganz doll fest. Ja. Das hab ich schon öfters mitbekommen, dass es nicht so ganz funktioniert hat. Ja, solange du nichts isst, trinkst, kein Telefon oder Funkgerät benutzen. Was sagen sie alle? Und dann pass jetzt. Auf keinen Fall, bitte. Mhm. Du musst keine Angst haben. Ich bin einen Fighter-Jet gelandet und das ohne Fahrwerk am Hauptplatz, also werd ich das auch irgendwie schaffen. Naja, guck. So. Ich glaub an mich. Okay, gut. Sie starten und dann transportieren wir hier einmal unsere Eigentum weg. Ich bin zweifel, dass das mit dem Karko bei Bob funktioniert. Ja, das lassen sie mal unsere Sorge sein. Alles gut. Ja, natürlich. Ihr seid Profis. Ich bin nur Empfehler. Ne? Alles gut. Ich mach damit Erfahrungen mit Heli-Fliegen und Abkansportarbeit. Ja, wenn jetzt was schief geht, lach ich sie aus. Ja, ich merk das schon. Ja, ich merk das schon. Das ist so schön. Cannabis Lupus war das süß. Dankeschön. Florian Angel ist auch wieder am Bladen dabei. In 1 zu 7 Bladen. Ja, gut, das hat ja super funktioniert. Der Kämpfe, guten Abend. Der Robin Ruf-Holf hier. Der jetzt ist grad schwer. Auch wenn man Schar trifft mal Karl-Heinz. Kannst du voll die Leonie? Das ist die Leonie. Jawoll. Das ist die Ere-Boten-Gemande. Das geht raus. Marcel Niedernuba ist auch wieder am Start. Ich fange mal bei Ulf hier an. Das darf ich dir geschrieben, ne? David Riener versückt werden. Finn Ortl da nur für 2 Euro. Jo, mach. Ich hab ihm das nicht vorgelesen. Ich hab auch mal ein bisschen was vorgelesen. Sebastian E07, ob ich dich noch kenne? Ich kenn dich noch, ja. Habt ihr mich gemerkt? Hallo Kurde, bin auch wieder da. Das ist auch ein bisschen gespannt. Das ist auch noch, hast du das vorgelesen. FL-Remix aller Art von Liedern. Einmal für 1,650 vorhin. Vielen Dank. Dann Robin, haben wir auch vorgelesen. Das ist aber auch vorgelesen. Passt, ich glaube, wir haben alles vorgelesen heute. Perfekt. Der Vorlesehund. Einen wunderschönen guten Tag, Mr. Helmi. Ach Mensch. Hi. Da hat dir wehren schönen Helm auf. Das Gefährliche, die Treppen, muss man aufpassen für sie. Ihr wollt nix von Karl, oder? Ja, hab ich. Also, wir wollen nichts von ihm. Ah, nicht? Okay. Vielleicht eine Rufnummer, oder so. Zum Anrufen, mal, wenn man mal wieder ein Problem mit der Playstation hat. Der eine, den ich hab, der ist clear, der andere nicht. Dann geh mal runter. Mein Kollege von Ihnen hat ein Problem mit einer Playstation. Glaub, der bin ich angeweist, hat das eh nicht mehr. So. Ich bin euch ja das zweite Mal hier. Das ist nicht gut. Ich bin heute zweimal abgestürzt. Einmal mit einem Space Shuttle und jetzt mit einem Fighter-Chat. Den besten Tag kann man sich das nicht vorstellen. Ich hab das Gefühl, ich müsste meine Prinzipien neu aufstellen. Äh, der eine ist, äh, der geht alles klar. Chip, 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 chip und chip, das ist recht. Okay, ich muss mich da wieder hinsetzen, ne? Ich helfe dir einmal rüber. Ups. Wir haben eine Sammelstelle für die Bewusstlosen, die reingekommen sind, noch. Ja. Das wäre bei der Position von dem Dispatch, benötige ich sofort den Rückruf. Das ist die Position, wo die Sammelstelle wird, gleich, von den Bewusstlosen noch. Ist da was Großes passiert gerade? Okay. Ähm, warte, ach du Scheiße, wo sind die? War das die, die vom Militär niedergeschossen wurden, oder war das? Schein, oder? Ich war ein Winke an. Alter, hör mir auf, ich hab letztes Mal so ein Lachflächlich bekommen. Ich hab mich bei allen Dingen eingekriegt. Wirklich nicht mehr. Ich ruf da nochmal an. Ey, Leute, wir sind road to 7000 Likes, Leute. Lasst ein Herz da im Chat und haut noch auf den Like-Button, Leute. Wir sind kurz vor den 7000, haut mal raus. Halt, haut mal raus, genau. Haut mal raus, hier. Auch wenn die mir das nicht gefragt haben. Herzlichen. Yes. Beste Musik, beste Musik. Hörst du mich, Karl-Heinz? Hm, ich bin gerade eingeschlafen. Okay, was ist denn passiert? Abgestürzt mit dem Chat. Abgestürzt mit dem Chat. Und dann Aua bekommen. Aua. Wo hast du gerade Schmerzen? Im Bauchbereich, da wurde ich angeschossen. Am Kopf hab ich mir den Kopf angestoßen und meine Finger haben mir gebrochen. Okay. Gut, dann schau ich mal ganz kurz erstmal. Weil meine Finger, mein einer Zeigefinger an der rechten Hand sieht komisch aus und meine Mittelfinger tun auch wie beide. Ich glaub, die sind heilgebrochen. Na, schauen wir es euch an. Ja, bitte angucken. Nicht wohl, denn auf dem einen Finger hab ich noch Nutella kleben. Das ist keine Kaki. Na, okay. Dann bin ich dazu gekommen, mir die Hände dort zu waschen, weil alles so komisch ist. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz. Oh, nee. Ich glaub, ich hab da Wolffi gehört. Hm, soll ich mal einfach nach vorne gehen und gucken? Ja. Hm, hm. Okay. Und wieder kommt jetzt. Ich krieg's mal kurz ne Schiene hier auf der Hand einmal. So, erstmal Stabilisation, dass die Hand wieder gut verheilen kann, ja? Dass sie stabil wird. Ja, genau. Dass sie stabilisiert wird, dass du die nicht mehr so ganz gut bewegen kannst, ja? Ja. Oh, Sebastian Schwarz hat aufgesückt werden und hat nochmal zwei Euro aus Moin. Da schaust du dir auf den Kopf an, ob du den Hunden erkennen kannst, immer. Na, logisch. Uh, ist in Ordnung, wenn ich dich ein bisschen berühre am Kopf? Ich taste den einmal ganz ab, ja? Ja, muss halt Lulu. Kannst du gleich. Dauert nicht lange. Kannst du gleich gehen. Du bist wirklich pissen, Alter. Ja, kann die ganze Zeit sich pissen gehen. Guck mal, tut das da weh, wenn ich da rund ums Auge taste? Oder irgendwie bangen? Aui! Ja, ja. Wie stark sind die Schmerzen da? Von 1 bis 10 ungefähr? Wie ist das Sound? Oh, wie springt ihr? Okay. Ja. Wir haben ja unter dem linken Auge ein kleines Hämatom. Okay. Gut, dann holst du mal kurz eine kühle Salbe für ihn. Trägst du sie mal kurz einmal auf. Kühle Salbe. Da steh ich einmal auf oder da oder das. Ich schau mal so in den Bauch einmal an. Upsi. Sorry. Wir machen ja ein gutes App. So, ich helfe mir kurz mal auszunehmen an das Pullis. Kommt heute wieder die Spinne bei 8000 Likes. Ja, wir hatten aber lange keine 8000 Likes mehr, ne? Also, wenn wir den Stream auf die 8000 Likes pushen. Schmerzen sind auch von 1 bis 10. Dann ist es mehr Schmerzskala, Karl-Heinz. Von 1 bis 10 am Bauch. Ja. Eins ist jetzt ganz gering. Und 10 ist ganz schwierig. Kommt darauf an, wo Sehnen drücken. Wenn sie seitlich gucken, da bin ich angeschossen worden. Da tut es schon ein Aui. Achso, okay. Da, okay. Okay, dann kriegst du mal verbannt. Dann mal drum. Das ist erstmal die Wunde, wo du schützt wirst. Vorwege mich Bakterien und so weiter. Und das tue ich dir auch einmal ganz kurz. Und dann kannst du gleich wieder gehen. Tenfo. Sag, ist auch jetzt verbannt drum. Ich hab vorher häufig gehört zuerst. Ich halte die Wunde auf jeden Fall auch wieder. Geh schon mal zur Ambulance. Bereit vor, dass wir fahren können. Jawohl. Da wird auch kein Reins. Leute, wenn wir heute die 8000 Likes knacken, fliege ich mit der Fußrausspinne ins All. Jetzt weißt du, hoffe ich, wo. Aufstehen, probieren und gehen oder wie. Genau. Das wäre. Wenn auch sein sollte, bitte kurz melden. Wir müssen dann weiter. Okay, bin ich schon fertig oder was? Ich bin jetzt schon fertig oder was? Wir müssen weiter. Soweit fertig. Gut, dann pass auf dich auf. Ciao. Oh nee, hallo. Hallo. Karl-Heinz, geht's dir gut? Wo bist denn du? Im Krankenhaus. Ich bin aber schon wieder draußen gleich. Sollen wir die abholen? Okay, ja. Wenn ich nicht auf die Fresse bekomme und ihr nicht wieder in den kompletten Shootout rauskommt, dann gerne. Ja, wir holen die ab. Auslös. Danke. Bitte gerne. Tschüssi. Ich habe mir eine Rechnung genommen, oder? Hä? Ich habe die Rechnung vergessen. Hallo? Ich muss die... Sag mal. Warte. Die waren so gestresst, dass ich vergessen habe, ihnen die Rechnung zu gehen. Hallo? Okay. Die haben wirklich die Rechnung vergessen. Ich hätte sie gerne bezahlt. Ich muss Lulu. Was willst du, hm? Ich muss Lulu. Wo ist denn da die Lulu? Hallo? Wissen Sie, wo mir Lulu ist? Ja, das Problem ist nur, dass ich blute. Ich bin neu in der Stadt. Die käme hier nicht aus, aber... Ich muss Lulu. Können Sie mit mir zusammen aufs Klo gehen? Ich mag nicht allein. Ich muss Lulu. Ich bin da nicht aus. Die Dame bestimmt. Okay. Ich könnte dir in die Hose, Junge. Okay, gut, weiß ich bescheiden, dass Sie... Klingel, klingel. Au revoir. Hier klingelt's. Bitte? Ich brauche jemanden, der mit mir Lulu geht. Ich bin hier nicht allein. Ja, komm. Winkel dir doch einfach in die Füße. Ja, mag ich nicht blöd. Da ist ja... Da kann man ja Pipi machen. Schimmel ist ja hier. Ja, da darf ich einfach nicht rein. Wir müssen doch mit reinkommen. Allein kann ich nicht. Was? Da muss jemand im Raum sein, dass ich Lulu kann. Sonst geht's nicht. Ich skippe... Oh. Nein, du bist doch groß genug. Ich muss nicht... Ich kann dich anfeuern, aber du schaffst das. Es hören sich an, wie dieser Typ, der bei diesem Spongebob einblenden kommt. Ja, könnte daran liegen, dass wir beide aus Frankreich kommen. Oh, das kann sein. Dieses... Drei Tage später. Können sie das mal sagen? Drei Tage später. Drei Tage später. Sie hören sich exakt so an. So, und geh, bevor du gleich eine nasse Hose hast. Okay, ich geh. Tschüss. Dauert aber ein bisschen länger, ne? Aber sie warten vorne. Oh, nee. Ha, 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 ha. Hä? Skeletal System? Was ist da los? Was ist da los? Also, ich bin gleich leider da, Leute. Gib mir zwei Sekunden. Ich geh ganz schnell pissen. Bis gleich. Guck mal. Guck mal, was für ein Print vom Skeletal System drin ist. Das ist doch ein alter Print drin. Was ist da los? Der passt perfekt dazu, fürs Pissen. Das ist ein paar Tage, ohne hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke fürs Händewasch hat's nicht mehr gereicht. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, ich wasche mir nie die Hände. Ich habe noch Nutella dran. Kann ich später noch essen, wenn ich gerade Hunger habe oder so. Hallo. Ich habe es geschafft. Servus, super. Ich bin ganz alleine ohne Fahrwerk am Hauptplatz notgelandet. Ich bin sehr stolz auf mich. Warum bist du schon wieder mit irgendwas notgelandet? Ich wollte eine Beschwerde einreichen. Ich wollte eine Beschwerde einreichen dort bei diesem komischen Stützpunkt. wo ist das? Ja, das ist am Airport dort unten. Ja, perfekt. Wir kommen dann gleich ins SG rauf. Was? Was? Tschüssi. Am unteren Airport am unteren Airport. Also Jungs, wir fahren dann ins SG, weil unsere Leute oben sitzen. Da, ich gehe klasse. Was ist jetzt eigentlich passiert mit euch? Was ist passiert? Seid ihr jetzt? Äh, ein paar von uns seien weggekommen und ein paar von uns seien geschnappt worden und die sitzen jetzt im Knast. Ah, cool. Das war schon heftig, das Ganze, was da passiert ist. Ich hatte Angst vor meinem Leben. Ja. Ich tatsächlich auch. Ich bin noch nie von einem Heli und einem Panzer beschossen worden. Ich fahre mal ganz kurz gleich mal anders lang. Äh, der haltet die jetzt an, Kollege. Der braucht schon irgendeine Schlange fahren. Ich bin zu schnell gefahren. Ah, nein. Okay, fällt mir noch nicht hinterher. Wird perfekt. Das wollte ich testen, weil sonst hätte ich die Treppe genommen. Fahr mal zum Airport runter. Ich fahre doch nicht schnell. Alter, was ein heftiger Tag das gerade macht. Warum soll es ihr Sozialstunden machen und der Wind ist im Knast? Das weiß keiner. Okay, das ist echt komisch. Das ergibt Sinn. Ja, der Wind ist im Knast und die anderen sind Sozialstunden machen. Also bei Ivant würde ich es verstehen, wenn er Sozialstunden macht, weil er dann illegale Waffen dabei hatte oder sonst? Wir haben alle illegale Waffen dabei gehabt. Wir haben einen fucking Heli runter geschossen. Ja gut. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch nicht. Sie teilen sich 20 Sozialstunden und der Wind sagt 40 Monate in Haft. Hä? Das ist so... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nein. Ich hebe jetzt bei dem Ordnung gar nicht mehr ab, weil er ordnet auch bei dem komischen Mastgriff da rein, wo ihr sonst da davor Hobbs nehmen wollt. Da habt ihr wieder angeworfen. Von der Nationalkarte da. Ja. Karl-Heinz, wo? Ähm, dort wo der Parkpunkt ist. Von der Flieger oder von der Autos? Da haben wir einen Hangar da vorne, ja. Ich habe ja einen Flieger gekauft. Ah, okay. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Äh, woher weißt du, dass ich ihn gekauft habe? Woher hast du es mitbekommen? Ähm, weil es die Jungs von uns gesagt haben. Und du hast es ihnen am Hauptplatz gesagt. Oh. Ja. Ja. Ich freue mich eigentlich nicht, dass die Polizei das weiß. So, und jetzt macht es keine Runde. So, bitteschön Karl-Heinz. Da vorne ist meine Runde. Danke. Bitteschön. Tschüss. Haha. Wolf, die beste Vorhund, ja. Heute ist der Chat wieder insgesamt ungechillt, wie ich mir das so angucke. Wie lange dauert der Zeiss-Video? Hahaha. Also, live ist kein Video, äh, Martha. Aber der Chat ist heute wirklich wieder unter aller Sau, was er teilweise lese. Also jetzt, äh, bezüglich Spam und sowas. Heftig, was heute abgeht. Weißt du, manchmal sind so Tage, da kannst du den Chat echt offen lassen. Aber in solchen Tagen ist echt geil, wenn man VIP-Chat-Only reinmacht. Hahaha. Aber, Martha, man, dieses Scheiß-Video endlich zu Ende. So, als, als wird sie so, als wird Martha so gezwungen, so. Und denkt jetzt ein Video, das ist ein Livestream. Das, ich... Wisst ihr was, ihr müsst euch den Livestream eigentlich offen lassen für dauerhaft. Oh, Leute, ich muss euch was erzählen. Wisst ihr, was ich mir heute gekauft habe? Ihr werdet das nicht... Leute, ihr werdet das nicht glauben. Haltet euch fest. Schnallt euch an. Wenn ihr es zum Anstalten habt, wie gesagt, festhalten. Ich habe mir endlich für meinen Router eine, ähm, eine Zeitschaltuhr gekauft. Ist das eine Zeitschaltuhr? Eine Strom-Zeit-Uhr? Ne... Steckdosen-Schalter... Ne, Steck-Zeit... Wie heißt dieses Ding? Steckdosen-Zeituhr? Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ich kann jetzt endlich das einstellen, wann mein Router um welche Uhrzeit sein Restart macht. Bzw. wann die IP-Neil vergeben wird. Weil ich den dann immer vorsehe, dass er an und aus, also aus und an geht. Das heißt, ich bekomme dann nie wieder irgendwie Probleme mit dem Internet. Jo, hoffe ich doch. Hoffe ich. Also irgendwann mittendrin irgendwann mal abkackt. Außer, äh, ja, es kann gar nicht mehr ab, ne. Dann kann passieren. Aber, dass der Router ein Restart macht. Ich stelle das einfach so um 6 Uhr morgens ein. Ich bin nie um 6 Uhr am PC. Oder 7 Uhr oder 8 Uhr. Und dann macht er einmal ein Reconnect. Und dann habe ich keine Probleme mehr. Ich habe mir das jetzt, ernsthaft nach Jahren habe ich mir das nicht geholt. Sehr wichtig. Aber wie ihr merkt, die letzten Streams liefen eigentlich relativ gut mit. Äh, so wie es jetzt gerade ist. Ähm. Weil ich dann einmal um, glaube ich, um 6 Uhr morgens gewies da. Aber um 5 Uhr oder sowas. Dann stört es nicht im Stream, ne. Ja, ja. Die gute alte Zeitschaltuhr. Die Eieruhr. Eine Eieruhr. Eine Steckdose dran klatschen. Dann klappt das schon. Wird man mit den ganzen Autos eigentlich raus. Und die ich auch nie, ne. Wird man mit den ganzen Autos raus, wenn ich eine Versicherung habe. Fällt mir gerade so ein. Ich packe das Ding mal ein. Ja, komm. Günstiger ist es. Oh, nee. Das ist ja sauweit weg. Wie soll ich das holen, das Zeug? Oh, ich bin ja so blöd. Ich hätte runterfahren können zum. Oh mein Gott. Ich bin so ein Trottel. Was mache ich in meiner Angst? Ich könnte auch alles hier runterfahren. Aber, ja, egal. Komm, scheiße. Ich mach das jetzt. Ich muss wenigstens ein Auto nochmal rausparken, weil ich so viel da habe. Meine Güte. Ey, Leute. Haut jetzt mal auf den Like-Button. Wir sind kurz davor entfernt, die 8000 Likes zu knacken, Leute. Wir machen heute, wenn ihr auf den Fußnachspielen richtig Bock habt. Ich würde heute so geile machen, wenn wir... Der Fußnachspiel ins Weltall. Aber da haben wir nochmal fett drauf, Leute. Wir sind kurz davor. Alle, die noch nicht auf den Like-Button gedrückt haben. Wir sind über 7000 Leute. Wir sind bei 6893 Likes. Sau mäßig viel. Vielleicht schaffen wir es auf die 8k. Wir probieren es mal, Leute. Hauen wir nochmal rein hier. Komm, eine Runde geht noch. Einen hauen wir noch rein. Ich fand mich grad nur hin. Jetzt können wir gerade mal was reinhauen. Ja! Und wir bedanken uns recht herzlich bei Robert. Robert, das ist ja unglaublich. Hau mal drauf. Ja, perfekt. Indirekt abgebrochen. So muss das. Wurde keiner jetzt eigentlich von Wolfi adoptiert. Ja, er ist halt der Form und richtig offiziell adoptiert ist es jetzt nicht. Aber kann schon was zu sagen. Leute, wir pushen den Stream jetzt auf die 8000. Dann gehen wir mit der Fußraumspinne ins All. Das wäre so lustig. Oh Gott, Spinne ins All. Aber ich glaube wirklich. Schau mal, was hier los ist. Was ist denn da los? Ich glaube wirklich, ich sollte... Fragen, was da los ist. Hallo. Servus. Was ist denn da passiert? Den Officer hat es aber überschlagen. Ups. Sind Sie eingeklemmt? Ja. Brauchen Sie was zu trinken? Nein, alles gut. Ui. Ist eine Einheit von mir unterwegs? Ja. Wissen Sie, ich helfe gerne beim Mithelfen. Also wenn Sie Hilfe brauchen. Ich habe was zu trinken dabei. Alles gut. Ich habe gerade zwei, drei Stückchen schon getrunken. Aber sehr nett von dir. Okay. Ich trinke auch immer Stückchenweise. Gut, man sieht sich. Tschüss. Dann viel Spaß. Tschüss. Danke. Tschüss. Noch ein Auto kaufen. Ne. Ich hole meine Autos ab. Ich habe so viel in der Versicherung fällt mir gerade ein. Ich habe ja noch mein Formel 1 Auto in der Versicherung stehen. Das Formel 1 Auto steht einfach nur oben. 1 zu 7 hat sich sehr gut geschlagen. Fand ich gegen den Helipanzer und auf Kreuzfeuerachten stark gemacht. Also ich muss sagen, 1 zu 7 hat schon heute hart gekämpft. Also das habe ich mir nicht erwartet. Aber ja gut, Leute, heute war wieder eine Ausnahmesituation. Ihr wisst, da geht die Luzi ab. Das ist nicht normal auf Erno, was hier heute abging. Ist aber trotzdem mal schön, mal sowas zu sehen. So eine Ausnahmesituation. Aber ich finde es halt geil, dass alle heute so mitgemacht haben einfach. Das ist halt... Ist schon cool. Das macht es halt auch so, wenn du so eine Community hast. So Community-mäßig ist. Da kann es auch mal sowas bringen. Übervor wir das auf dem öffentlichen Sommer machen. Dann wäre da die Hörne los. Der hätte schon Tickets ohne Ende reinbekommen. Da fliegt Neeli mit Dings durch. Ei, ei, ei. Ey, wir sind schon bei... Alter, 7266 Leute. Die haut ja richtig rein hier. Auf die Magischbewertungen. Prühe ich richtig mal drauf rein. Ach, wir machen das so oder so mit einer Fußraumspinne. Oder sollen wir so oder so machen? Da kackt man mal drauf. Weil ich habe da richtig Bock drauf mit einer Fußraumspinne. Also richtig, richtig geil ins Ding zu fliegen. Aber das Ding ist halt... Ich habe wirklich... Leute, ich habe heute so hart gestruggelt. Ich wollte eigentlich heute wirklich dieses Space-Mod installieren. Dass ich auch wirklich in Space fliegen kann. Aber für 5M geht sie leider nicht. Es gibt auch keine für 5M. Bis dato nicht. Vielleicht aber werde ich sowas scripten. Vielleicht kriege ich das hin, dass es funktioniert. Weil das wäre geil. Dann können wir wirklich ins Universum fliegen. In die allerweiten Welt genau. Car not found. Ja gut, das ist der. Der RS5. Eigentlich sollte ich den Formel 1 Wagen parken. Wenn ich ehrlich bin. Ach nee, der ist ja wieder nicht gestartet. Der Wagen. Jetzt habe ich 5.000 Dollar ausgegeben. Ja, perfekt. Ja gut, der Wagen ist ja nicht gestartet. Da war ja was. Der ist ja gar nicht da. Jetzt habe ich 5.000 Dollar in den Sand gesetzt. Boah, der Wagen ist ja auch so nice, ne? Oh, Alter. Der Sound. Baba. Oh, der jetzt nur kann mitnehmen. Das ist ein Baba Wagen. Wirklich. Also vom Soundtechnischen her. Und auch der Spoiler hinten. Oh, so geil. Ich freue mich ja schon auf die 3.0 Autos. Also das ist. Die 3.0 Autos sehen so geil aus. Oder so viele Sachen. Ups. Upsi, wupsi, wupsi. Ist der offen? Oh, schade. Ist der offen? Kann ich die mir kurz ausleihen? Nee, 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 nee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Also wirklich eine ganz, ganz schlechte Idee. Warum? Was ist denn da drin? Darf ich da mal nachgucken, was da drin ist? Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich geeignet ist. Mach mal auf. Ich mach mal gucken, was da drin ist. Meine Mama hat gesagt, in so weißen Vans sind oft Leute drin mit so Hunden. Da muss man aufpassen. Hunde sind das nicht, aber ich kann sich ja kurz selbst überzeugen. Ja, ist ein bisschen viel drin gerade. Hab ich grad gesehen. Ja. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Du kommst direkt da mit. Ja, dankeschön. Bitteschön. Boah, der Bruder ist ja end's cool. Hast du auch sowas im Kofferraum? Ja, schau mal rein. Mal gucken, was du alles... Wir machen eine Kofferraumkontrolle. Oh, boah, okay, da ist aber viel drin. Boah, du müsstest aber aufpassen, die Jungs. Ja, richtig. Ihr könnt jetzt zusammen, oder? Wie seid ihr so ein Pärchen? Ja, hab ich so ein Pärchen. Boah, ihr seid aber richtig kriminell. Macht der da so... Er macht dann so... Also, er verkauft das dann, oder wie macht der das? Nein, 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 nein. Ist das für euch, oder was? Macht der da Pramba-Zamba mit? Das ist ja. Pramba-Zamba, ja. Hm. Pramba-Zamba-Party. Krass. Ja, cool. Ich muss mal weiter. Ich muss rüber zum Dingsbums. Zu mein Auto holen. Okay, zum Dingsbums. Alles klar. Viel Spaß dir. Danke. Ich hab einfach grad ne Glock 18 gerippt. Gratis. Warte, 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 warte. Ich hab den einfach grad ne Glock 18 abgezogen, dass der mir so traut. Der war dann im Kofferraum auch so, ah, schau mal rein. Ich so, ja, cool. Glock 18 gezogen. Geil. Danke, Bruder. Der war mal nett. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass die Kofferraum war ja voll. Also, die Waffen, die da drin waren. Gefängnis-RP für 5 Stunden, 100 pro. So viele Waffen, die da drin sind. Da war ja alles drin, Bruder. AK, M4, AUG, Glock 18. Das ist alles in einem Kofferraum. Respekt, Leute. Respekt. Leonix, vielen Dank für 2 Euro. Hallo, Hundi. Hallo, Leon. Ben Bingo und Pia Börnhaun raus. Vielen Dank für's VIP und für's Prime Sub. Da kommt heute wieder die Spinne. Das haben wir ja auch vorgelesen. Ja, komm, wir machen heute so oder so eine Spinne. Leute, ihr haut hier. Wir sind bei 7347 Likes. Das ist alleine das schon, Alter. Das ist heftig. Wirklich. Vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Ich bedanke mich sowieso immer. Egal, ob ihr zuguckt, ob ihr liked, ob ihr irgendwie sonst was macht. Leute, ich bedanke mich für jeden Support. Man muss auch hier nicht tonaten oder so. Herzchen geht raus an euch. Wirklich. Für alle, die gerade am Start sind, dabei sind und sie ja hier mitgucken. Und alle, die, also ihr habt wirklich jetzt kräftig geliked im Stream. Das ist auch top. Das ist auch top. Damit supportet ihr mich auch kostenlos. Das gefällt nämlich YouTube. Das ist kostenlose Support. So. Oh. Und ein Like kostet euch, wie lange? Vielleicht eine Sekunde. Und damit macht ihr auch was Schönes. Das muss man auch nicht donaten, ne? Ah, hier müsst ihr mal sehen, wer alles schon geliked hat. So eine Like-List machen. Wie bei Facebook. Stimmt, da konntest ihr auch sehen, wer das geliked hat. Das fehlt so ein bisschen auf YouTube. Das ist nämlich geil. Dann kannst du so gucken, wer ist so dein größter Fan. Wer liked jedes Video oder so. Das wäre halt auch geil. Das könnte YouTube mal einbinden. Das ist ja mal ne geile Aktion. Der Typ, der am meisten geliked hat. Oder die Dame, die am meisten geliked hat. Kannst du so eine Verlose machen. Die meisten Likes auf dem Kanal. Ja. Neue Statistik. Freigeschalten. Das wäre doch eine gute Aktion von YouTube, wenn sowas möglich wäre. Da kannst du noch ein bisschen mehr mit der Community interagieren, was das betrifft. Was es nachgucken könnte. Weil immerhin kann man nachgucken, wer ihn abonniert hat. Aber halt auch nur, wenn das eingestellt ist. Ich weiß noch, ganz früher, zu der alten YouTube-Zeit konntest du auch Freunde haben auf YouTube. Ich weiß noch, da war ich so happy. Ich glaube, ich habe Gronkh und so eine Freundschaftsanfrage sendet. Und die haben die halt alle angenommen. So die großen YouTuber damals. Das war richtig geil. Oder die Außenseiter damals. Einer der größten YouTuber in Deutschland. Das war damals die Außenseiter. Auch Freundschaftsanfrage sendet auf YouTube. Und dann waren wir Freunde auf dem Kanal. Richtig geil. Das gibt es leider nicht mehr. Genauso wie diese Privatnachrichten auf YouTube. Aber was waren das für geile Zeiten. Wo jemand eine PN senden konnte. Direkt über YouTube. Das waren geile YouTube Zeiten Leute. Also wer das noch nicht mehr mitbekommen hat. Da war YouTube noch echt geil. Was das betrifft, äh betrifft mit der Community so. Leider alles abgeschafft worden. Ok. Habe ich jetzt eigentlich alles gut sehen? Habe ich nicht. Cannot found. Was habe ich denn? Ich war mit der Aerox, dass ich keine Probleme kriege. Ja. Oh. Das Ding hat, äh, keinen Tank. Na ja. Das, das ist einfach. Das ist so kacke. YouTube hat mittlerweile aktive drin, dass Videos oder Streams bewerten kannst mit Stern. Was? Was? Es geht wieder oder was? Oh, das Fortnite-Auto stimmt. Oh, das muss ich mal ausparken. Den Audi. Ich liebe den Wagen, ja. Warte, den müssen wir ausparken mit dem Fortnite-Kennzeichen. Mit derselben Dackeung wie der Roller. Das ist der Fortnite-Roller. Jetzt kommt der Fortnite-Audi. Oh, wie lange bin ich nicht mehr gefahren? Guter Hinweis. Wir holen uns den, äh, R8. Wenn ich den noch habe. Wo ist er denn? Ah. Fortnite. Ah, hier ist er. Unser Fortnite-Mobil. Oh ja. Wie hab ich ihn vermisst. Wie findest du Sons of the Forest ein sehr geiles Spiel? Also wenn nicht sogar eines meiner neuen Lieblingsspiele, die, äh, 2023 rausgekommen sind. Also, top. Also, vor allem, ähm, es kam ein neues Update. Mit vielen neuen geilen Sachen, die gefehlt haben. Zum Beispiel, endlich kannst du dein Haus zusperren, als Beispiel. Oder es gibt einen Kleider und alles. Also, das müssen wir alles mal gucken. Ey, wir spielen das jetzt auf dem Server derzeit, wo wir ein bisschen weitermachen wollen. Einen anderen spielt jetzt dann auch mit. Der hat sich das auch schon geholt. Äh, da kommt auf jeden Fall auch ein Stream. Oder mehrere Streams. Ich hab richtig Bock auf The Forest derzeit. Also, Sons of the Forest echt. Also, wer nen PC hat, die Konsolen-Spieler, bekommst ja leider nicht. Wenn ihr einen PC habt, holt es euch. Wirklich, das ist geil. Aber es ist halt noch in der Early Access-Phase. Es ist noch sehr viel verbuggt, aber es macht trotzdem Spaß. Und dieses, also für ein kleines Entwicklerstudio ist das schon was Schönes, was sie ja gezaubert haben. Äh, Julian. Kleine Spende für dich. Finde ich mega cool. Mach weiter. Oh, dankeschön, Julian. Vielen Dank. 25 Euro mit Überweisungsgebühren. Das freut mich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ey, das ist das auch das beste Kennzeichen. Dass das dann noch frei war, verstehe ich nicht. Das hat sich keiner geübt, das Kennzeichen. So Leute, sollen wir, sollen wir mit der Fußraumspinne ins All fliegen? Ich hätte so Bock drauf. Wir machen das einfach. Oh komm, schon wieder geblitzt. Zum Quatzen. Außer, äh, ein Koppen hält mich jetzt noch gleich an, weil dann muss ich wegfahren mit der Kiste. Dann muss ich, äh, über alles drüber mit dem Teil. Aber ich glaube, wir machen nur eine Fußraumspinne. Ich, wir haben jetzt auch lang keine mehr gehabt, muss man sagen. Oh, 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 oh. So. Wir machen eine Fußraumspinne. Und jetzt passt auf. Ich werde das Ding jetzt noch mal fliegen. Weil wir sind jetzt heute leider viel zu lang, äh, zu nicht lang geflogen. Genau, zu nicht lang. Äh, viel zu kurz geflogen. Ich habe mal ein neues Wort erfunden. Zu nicht lang geflogen. Das Gegenteil von lang. Zu nicht lang geflogen. Ja, wir sind sehr viel zu kurz geflogen. aber ich kann euch mal was zeigen wir machen jetzt hier aufgepasst wir machen uns jetzt hier zur fußballspinne wir sind in ghost mode clean alles durch das ist ja das ding mit dem wir heute durch gestartet sind ja ich kann euch mal die maximal höhe zeigen warte was eigentlich tuning-chip funktioniert bei flugzeugen nicht schade ist dass ich geil finde aber kann so links rechts wackeln das geht mit und innen vor allem ich finde das ding innen so krass gibt euch das um sogar die luke und so weil mir fällt auf ich habe das auch gar nicht innen angeguckt so wirklich man kann ja ja stimmt man kann ja reingucken wait a second dass das muss ich okay aber da kann ich nicht rein da kann ich hier rein ah stimmt da kann man ja das habe ich vorher vergessen dass das geht bei dem ding bei dem stimmt man kann das öffnen man kann das shuttle ja öffnen das ist geil das ist echt geil aber extras hat es keine ne aber doch was hat es liverys ne laber nicht das ist auch liverys da alle sachen ich noch nicht gesehen habe das ist die discovery ist das hier atlantis wenn ich nicht challenger ist was ist die challenger nicht abgestürzt oder bin ich falsch informiert war die warte mal ist die challenger nicht abgestürzt challenger space shuttle challenger disaster klar war da was ja die ist abgestürzt ja die ist nämlich gar nicht ins all geflogen die 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 ist in der mitte also wo die hochgeflogen ist sie explodiert so die challenger ja gut discovery kenne ich auch noch ich schaue so viel so viel habe ich noch eingeprägt ja die ist nämlich abgehoben und einfach mitten der luft da war irgendein fehler im ich glaube nicht im triebwerk im tank war irgendwie was ist einfach mitten in der luft explodiert also deshalb ich würde niemals im leben also wer von euch lieber chat wer von euch würde in real life sich zum beispiel einfach ins universum rausschießen lassen also richtung weltall wer würde das wer würde sich das trauen ich könnte mir nicht vorstellen also dass ich ich würde platzangst da drin kriegen wobei ja platzangst die angst ist vor großen arealen man sagt ja klaustrophobie eigentlich ja ich weiß leute ich sag trotzdem platzangst aber ich würde ich würde wirklich die die panik erstmal schieben weil das hier alles so klein ist und ich hätte einfach angst dass ich damit hochgehe und nie wieder zurückkommen alter für kein geld der welt würde mich hochschießen lassen also ich verstehe dass da wirklich verrückte leute zu sagen ja ich mache das ich lasse mich mit einem riesengroßen tank ins welt alles schießen alter das ist da musst du so krank im kopf dass du da sagst das mache ich das ziehe ich durch aber gut dafür ist die aussicht geil so wir starten durch ich schaue ich das ding oben öffnen kann funksraum spinne hebt ab das ding ist aber echt schwer zu steuern also jetzt ist kein joke leute ich das ist das ding ist wirklich hart zu steuern ist nicht einfach ich bin voll damit fast abgestürzt aber warte ich mach das jetzt mal auf so also jetzt alle türen öffnen ist das schlecht ah ne schau mal sogar dass das ding ist offen boah das sieht krass geil aus jetzt wirst du in die sonne fliegen ich will damit neuen geschwindigkeitsrekord eigentlich aufstellen ich darf jetzt auf jeden fall nicht rausfliegen so immer alle türen schließen fahrwerk eingefahren so sind wir glaube ich schon wieder on top jetzt geht es glaube ich immer weiter für den single player gibt es im mod dass du so ganz weit nach oben fliegen kannst so wirklich ins hallo in 5m geht es leider nicht da habe ich keine mod gefunden wie das kann ich konnte auch nicht selber skippen leider man kann maximal jetzt immer so langsam hier die krümmung der erde seht ihr das die krümmung der map so ein bisschen krümmt sich auch und jetzt runter wobei er habe ich das problem und jetzt vollgas runter ja kommen wir jetzt probieren was machen sinkflogen geschwindigkeitsrekord vielleicht 700 670 war mal gerade schnell das ding ist richtig schnell 670 gerade geflogen war jetzt immer das ding auch gelandet ne ok das machen wir nicht das machen wir nicht aber das mache ich nicht das schließt aber warte mal katalina island ist gesperrt dann fliege ich mal hin als wusserum spinne weil wir landen auf katalina island hätte ich gesagt wenn das sperrgebiet ist ja doch kein space shuttle abschießen oder auf flugzeugträger landen stimmt wir landen auf dem flugzeugträger niemand aber ich glaube das wird nichts das ding riesig ist der flugzeugträger ist ein übeles kleid eigentlich das wird nichts ich bin die fuß ausspielen mir geht es gut ich muss mal spinne landeanflug ich fahre schon mal unten das zeugs aus ich glaube das wird nix ich habe das gefühl das wird nix das schiff ist also das schiff ist im vergleich zu diesem space shuttle richtig klein ich das so ansehen alter gibt euch das mal das wird sich niemals ausgehen oder nee das geht sich never aus wie die kleine runway ist alter nee dass das geht sich nicht aus das kann ich vergessen da brauche ich was längeres da da schiebe ich vorne wieder mit raus da kann ich gar nicht bremsen ich muss auf den katalina runway katalina müsste klappen das ding fliegt sich halt echt nicht so geil ich habe wir fliegen 300 der fliege einfach 300 damit und das merkst du gar nicht weil das ding so schwer ist zu fliegen ok aber jetzt katalina island komm einmal den u-turn und dann sollten wir hier landen können ja passt landeanflug auf katalina eingeleitet space shuttle discovery am landen ich will mal in der oh da fliegt ja was ich hoffe das sind keine leute oh nee das geht sich nicht aus das geht sich nicht aus vor allem ich haben ja das sind sind cops und nein 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 das geht sich nicht aus ui das vergessen wir ganz schnell das sind cops das kann ich nicht machen leute Wenn ich die da wegramme. Nein, 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 nein. Das kann ich nicht. Mit allem Respekt. Weil ich glaube, ich wäre auf dem Runway ein bisschen weitergerollt. Ich habe die Cops erst zu spät gesehen. Also die haben gesagt, jetzt ist das Sperrgebiet. Jetzt weiß ich aber warum. Ja gut, jetzt bleibt nur noch Sandy übrig. Sandy Airfield bleibt nur übrig. Und sonst der International Airport. Ich würde mal sagen International, oder? Ja, komm, wir probieren mal International anfliegen. Boah, das war so schwer mit dem Ding. Es sieht so klein aus, wenn du damit fliegst. Aber es ist riesig. Im Vergleich zu einem normalen Flugzeug. Es ist wirklich riesengroß. So nochmal normaler Landeanflug. International Airport. No risk, no fun. Alter, stell dir vor, die Cops, ich nehme die alle mit. Und die gehen da alle hoch. Das ist ja nicht. In der RP-Situation. So viel Grips habe ich doch im Schädel, dass ich das nicht mache. Auch wenn ich gerade die Fußrauschwinde bin. Okay, wir landen auf der rechten Seite. Ich glaube, da war ein bisschen mehr Runway, oder? Das Ding fliegt halt noch so. Ich fliege nur immer mit 300. Alter. Huch. Holy. Okay, also das war... Ich dachte ganz kurz, ich schaffe das nicht. Alter. Schau mal, wer da ist. Oh, da... Ne, es ist schon... Also, es ist nicht ohne das Ding zu landen. Aber jetzt... Der Runway geht eigentlich. Der hat jetzt nicht lang... Also, jetzt traue ich mich... Warte, jetzt traue ich mich aber. Jetzt ziehe ich das durch am... 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 Am Dings hier. Ist das, was ich jetzt mache? Ich probiere das nochmal an dem... Ne? Flugzeugträger. Weil so... Mal lang hat er gar nicht gebraucht zum Landen. Das ging eigentlich. Wenn es schief gehen sollte... Dann ist die Fußrauschwinde heute tot. Ich probiere das jetzt nochmal. Runway. Ich glaube, wir fliegen wieder schon mit 300. Das geht so schnell. Es fühlt sich an wie 5 kmh. Aber sind 360 gerade. Wird echt nicht so schnell aus. Schaut mal. Sieht das aus, dass wir mit 370 fliegen? Sieht gar nicht so aus. Also ich probiere nochmal den Flugzeugträger. Ich probiere von der Brücke an zu fliegen. Aber dann schauen wir mal, ob das klappt in der Kiste. Also jetzt traue ich mich doch ein bisschen mehr. Na, glaubt ihr, das läuft schief? Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Könnte. So, ich habe mal einen Kreisel. Einen Kreisel fliegen. Und jetzt. Ah, ein bisschen runter, ein bisschen runter, ein bisschen runter. Ein bisschen weniger Speed. Aber der wird ja immer schneller, ob ich den Motor abschalte. Oh, nee, oder? Der wird ja immer stört, der nicht aufschläftig zu werden. Das ist jetzt ein bisschen... Ich ziehe eh schon. Oh mein Gott, das sieht so klein aus von hier oben. Was könnte mit Gewissen... Ich muss ein bisschen weiter runter. Zieh, 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 zieh. Oh, 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 oh. Die strömelt aus. Ja. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ohne Wenn und Aber gerade. Ich dachte nämlich zuerst, das wird sich nicht ausgehen von den Flügeln. Aber so groß ist das dann deutlich von den Flügeln her. Ich hatte halt Angst gegen den Runway, ne? Aber ey, der braucht echt nicht lange. Bruder. Sieht aus wie, es fühlt sich an zuerst wie 100 kmh. Und wenn du, immer wenn du näher kommst, merkst du eigentlich, wie schnell du bist. Das ist echt unfair. Bei dem Ding hier. Du merkst es zuerst gar nicht. Aber du bist so schnell. Bruder. Das müssen wir mal mit der Fußraubenspinne irgendwie probieren. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ich möchte eigentlich Leute mit diesem Ding hier besuchen. Die Frage ist, wobei ich könnte eigentlich, warte mal. Ey, guten Tag. Ne, das ist, ne. So. Aber ey, das Ding, das ist, das fühlt gut. Ich muss ehrlich sagen, es ist nie so schlimm, wie ich es mir gerade gedacht habe vorhin. Trau ich, dass ich damit voll abgeschützt bin mit Karl-Heinz. Jetzt eine Frage, reicht die Bahn aus? Ich habe das Gefühl, nein. Ah. Ah, doch, es geht. Oh, aber haarscharf. Oh. Alter. Wäre die ein bisschen kürzer gewesen, wenn ich jetzt runtergetaucht. Ging sich so aus. Gut. Jetzt könnte ich eigentlich Katalina auch landen, aber ich lasse das lieber. Das ist mir zu risky, wenn da Leute sind. Das mache ich nicht. Mal eine Fahrzeugausstellung. Ach, warte, das wollte ich mal probieren. Einen. Zack. Der funktioniert. Oh, alter. Sogar richtig gut funktioniert. Barrel. Du Barrel. Das funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, wir stürzen ab damit. Aber nein, das funktioniert. Jetzt könnten wir eigentlich nur noch die Challenge akzeptieren, auf der Autobahn zu landen damit. Aber das wird hart. Ab demit. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber so könnte ich das Ding wenigstens jemandem zeigen, ne? Damit wir auf der Autobahn fahren. Aber schaut mal, wenn wir jetzt auf der Autobahn drüber fliegen, seht ihr jetzt gleich, wie schnell das ist. Schaut mal. Guck mal unten. Und die Autos. Guck mal, wie schnell wir jetzt fliegen. Da muss man ein bisschen weiter runter. Da merkt man es erst. Ja, wir sind sehr schnell. Wir sind jetzt so schnell wie so ein Bugatti. Okay. Also, ihr habt gesucht das Bust. Pff. Oh, ich leb noch. Geil. Oh, oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Wir landen. Gelandet. Äh, das Triebwerk brennt. Äh, ich sag mal so. Es ist halt, ja. Es war jetzt Zufall, dass das passiert ist. Also sollten wir vielleicht, sollten wir das abgestürzte Space Shuttle reporten? Und welche vom, vom, ja doch, sind welche da? Aha, gestürzte Space Shuttle. Shit, ja, komm, wir reporten das. Wir haben ein bisschen was zu tun, wirst du? Okay. Schaut hier, der, der Satelliter da drin ist. Uiuiui. Ja, das erklär jetzt mal bitte denjenigen Leuten, die jetzt vorbeifahren, was da los ist. Oh, hier, äh, Space Shuttle abgestürzt. Mmh, Jobs, LFD. Schauen wir mal. Einfach, dass sie ein bisschen was zu tun haben. Man weiß ja nie. Das war jetzt die Fußraumspinne. Die das fabriziert hat. Bitte, bitte, äh, ja, füttern sie ihre Fußraumspinne. Dass sie genau sowas nicht tut. Ui. Ich mach schon. Safety. Das sieht aber richtig geil. Schau mal, die reporten schon. Geil. Ich muss unbedingt gucken, dass ich da vielleicht in so ein Auto reinkomme, die ein bisschen verarschen kann, dass Fußraumspinne. Lass mal gucken. Wir wollen ja heute Fußraumspinne auch noch machen. Wenn ich das hinbekomme. Ich hoffe. Das ist ja nicht abgesperrt. Das ist ja nicht abgesperrt. Jetzt Glückhabe. Kack, ist doch abgesperrt. Oh, er hat es nicht gecheckt. Ich bin jetzt drin, Leute. Ich bin drin. Okay, was mach ich jetzt so besser als Fußraumspinne? Lass jetzt das Radio alle machen. Das hör ich zwar nicht, aber er hörts. Kannst gleich aussteigen. Ich hab's gesehen. Ach, komm. Und hör auf, am Radio lang zu spielen. Warum sagen sie nicht, dass sie es gesehen haben? Ich hab's gesehen, dass ich sicher bin, dass hier irgendjemand in dem Auto ist. Das find ich jetzt aber uncool. So macht das aber keinen Spaß. Ja, das ist der Flugzeugabschluss da vorne. Mach auch keinen Spaß. Hilfe. Ich bringe Hilfe. Ach du Scheiß. Was ist das? Ich bin der brennende Busch aus der Bibel. Wer hat das Auto zu? Glaub mir. Ich hab's zugespült. Ich kauf dir mehr Kaugummi. Du sollst dir mehr Kaugummi kaufen. Ob das so gesund ist, mitten auf der Autobahn zu stehen? Ich weiß ja nicht. Äh, Hilfe. Gut, dann bin ich bald weg. Tschüss. Ach, kack. Ich hab's gesehen. Ich wusste nicht, dass er da drin sitzt zuerst. Oh Mann, ey. Hätte ja sein können. Ach, das ist ja so eine schöne Buscherspiel. Wenn ich da drin gewesen hätte, dann einfach geklaut oder so. Aber nein. Oh, warte. Da ist aber viel los. Ach du Heiliger. Okay, war vielleicht doch nicht die beste Idee, das hier zu machen. Da ist hier mal richtig viel los. Das ist schlecht. Das wusste ich natürlich nicht. Wo kommt ihr denn her? Guten Tag, ich bin die Schwester Bertha. Sie werden es von mir mitgenommen. Wir hatten euch hier reingebracht. So, ähm, der Herr, der Herr. Was? Oh, das ist die Pizzeria. Natürlich. Hallo, ich bin die Schwester Bertha. Wie sieht's aus? Haben sie heute schon Zapferl gekriegt? So, dann machen wir doch mal ein Zapferl rein. Ich würde es hier auch einmal machen. Das wissen wir machen. Ich hab eh nichts. Der Herr mit den weißen Haaren. Haben sie schon ein Zapferl gekriegt? Äh, die Glotten sitzen wir hier. Das lassen wir mal ab, ne? Wenn wir jetzt heilen was. Richtig, ich hab mal. Gut, dann bin ich mal weg. Oh, vielleicht krieg ich das hin, dass ich hier oben was abspüle, was lustig ist. Aber nee, das ist zu weit weg. Haben wir es schon einmal probiert. Das ist leider zu weit weg. Da gab es nämlich einen Fernseher. Es gibt einen Fernseher. Schau mal den hier. Der einzige Fernseher weit und breit und der geht leider. Wobei, ja. Ah, vielleicht am Eingang. Ah, nee. Doch, wir könnten probieren weiter. Ich probiere es mal. Mach irgendwas Lautes an. Sollen wir irgendwas? Ähm. Wie heißt denn das? Ich finde auch immer lustig Mickey Mouse Wunderhaus. Ja. Ja, das können wir aber dann machen. Das Mickey Mouse Clubhouse finde ich sehr lustig und interessant. Den hab ich nicht geanget. Und das nehmen wir einfach. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Letztes Mal hat es nie funktioniert. Ja, aber es ist ein Erwerbrediger als er heilt von mir wie vor. Aber den hab ich geschenkt. Warte schon. Den würde ich auch gerne bitte behalten wollen. Zack, so. Ich weiß nicht, ob man es hier hört, wenn man hier unten steht. Boah, allein der Besitz ist schon straffer. Naja. Boah, noch viel. Ich muss es nicht machen. Boah. Hey, Mann, komm uns rein, mein Kopf aus. Mann, hör aus. Mann. Ist das ein bisschen leid. Ein paar Leute, wird es kümmern. Wenn du da hinten stehst. Es tut mir so leid. Die Fußabschwinde hinterlässt alles. Es wird nie unlustig, diese Mickey Mouse. Ich schwöre, das ist so dumm. Es wird nie unlustig, dieses Meme mit dem übersteuerten Mickey Mouse Clubhouse. So. Sag mal auch. Was macht der denn hier? Haftgefühl bei der Polizei anmachen, wäre doch was. Stimmt. Oh, sie sind in der Rennbahn. Oh, da habe ich eine gute Idee. Ah, nee, hier unten. Hä, warte. Wait, das ist... Hä? Seit wann haben wir das da drin? Och, das ist das vom Tuner DLC, ne? Sehe ich gerade. Das ist ja genau hier in diesem Spot. Oh, warte mal. Ist ja mal geil. Ich wollte mich einfach zu diesen Typen tp'n und sehe das jetzt hier. Ist ja geil. Ab in den Driftkeller. Na gut, das ist ein sehr geheimer Raum. Den sollten wir vielleicht, ja, geheim lassen. Ein sehr geheimer Raum. Gut, nee, der ist da oben. Aber was man nicht alles findet, ne? Wenn man mit den Leuten ein bisschen alt da fährt, da rum. Bei denen kann es immer richtig erschrecken. Wenn ich da jetzt ein... Hatsache, ich habe eine Idee. Ich fahre jetzt mit so einem Crown Vic an, dass er denkt, ich bin Cop. Und es stärkt einfach keiner aus, außer die Fußraumspinne. Die Frage, wo der Zünder ist. Ich sehe ihn nicht. Oh, nee, das ist weg. Ja, super. So viel zu meinem super tollen Plan, um Leute zu erschrecken. Da müssen... Wobei, da müssen ja noch mehrere Leute sein, die sowas machen. Nee, nur er gerade. Na, der fährt hier lang, guck. So. Wenn ich jetzt... Ah, der fährt da, guckt der fährt da gegenüber. Oder ein LAPD Explorer, der auch nice. Ich fahre neben hier. Das macht es realistisch halt, wenn ich Offroad fahren, wirst du? Ist das eigentlich fies, wenn ich sowas mache? Ja, schon, ne? Oh, nee, wo ist er jetzt langgefahren, der Bruder? Jetzt bleib doch mal stehen. Ich will doch nicht nur erschrecken. Ah! Na, wo ist er denn jetzt? Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, wo ist er denn? Kann doch ehrlich sein, dass der mir zweimal entkommt und ich den die ganze Zeit sehe auf der Karte. Ist er da drüben? Der sucht irgendwas. Der will... Der Bruder will irgendwie... Ich weiß nicht. Der sucht was. Spezielles. Ich glaube, der will irgendwo anbauen gehen. Die Frage ist, würde er anhalten, wenn ein Kopf um die Ecke kommt? Wir machen das soziale Experiment. Das ist das Social Experiment. Aha. Wir machen jetzt ne... Wir machen ne Verkehrskontrolle wie der Fußballspinne, okay? Schau mal. Hahaha. Hahaha. Ah, wir warten kurz. Euhm. Hey? Psss? Tja, da ist grad ein Geist ins Auto gestiegen. Wir fahren jetzt rum. Hahaha. Ich mach keinen Spaß. Wir fahren hier grad mit... Oh nein, auf die Militär. Hahaha. Ja! Und ab durch die Mitte, ich glaube hier hinten drinnen sind, dass du nichts machen kannst. Ich sitze ja hinten, die sind gerade auf dem Polisaggeleiter gefahren. Okay, der alte Typ hat gerade einen Code Zero bekommen, besser als sie sein können. Das wird immer zur Polizei ausliefern, ne komm, das ist asozial. Aber der andere hat gerade einen Code Zero, da kommt ein bisschen Spaß da mit dem. Ich weiß nicht was, ihr springt mir gerade durch die Luft. Er hat vor allem gechillt, aber wir springen gleich in die Luft, er bleibt richtig gechillt. Und jetzt nichts kalt. Und ich überschlage, das ist alles gut. Dann stellen wir den Wagen wieder dorthin, wo er war und tun so, als wäre nie was gewesen. Denken alle, ist er komplett verrückt. Denken alle, ist er komplett der verrückte Typ, den sie jemals gesehen haben. Sag's nicht mehr, ein Geist fährt mich hier gerade rum, Mira. Hier kommt nichts, da kommt wieder der Gast, hier. Heilige Scheiße. Ne, ich hab keinen Bock mehr. Ey, ihr ge... Oh ne, jetzt muss ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, dass ihr rauswartet. So. Der arme Bri. Und der Kocher ist ja auch noch. Ich will das Ding haben. Gehen Sie sofort runter vom Kfz? Meins. Sonst werde ich sie anzeigen. Nein. Meins. Nein, 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 nein. Ich bleib sitzen, das ist... Autsch! Aua, aua, aua. Böses Auto, ganz, ganz böses Auto. Au, 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 au. Mies Mob von der Verkehrseinhaltung, sollten sie sich nicht aus dem Socken machen. Das ist ja unglaublich. Mir tut das Bein weh. Das ist ja schon wieder. Pfff. Egal, dann nehmen wir einfach, dann nehmen wir den da mit. Oh, ne. Nein. Er hat sich mal ein Polizei-Auto geklaut. Nein! Er hat sich mal ein Polizei-Auto. Mann! Ich wollte doch das Auto zurückgeben. Okay, ich lass ihn das Polizei-Auto. Sonst würde ich Spaß damit haben. Die zwei. Schade. Oh, ein Parkplatz ist was los. Hoffentlich da jetzt schnell einsteigen und er das Ding offen hat, aber das wäre super. Ich bräuchte irgendwie so ein Admin-Befehl, dass du dich ins Fahrzeug reinsetzen kannst. Das wäre richtig lustig. Weil dann, dann sehen sie das ja auch gar nicht, ne? Man kann sich einfach so reinwarpen. Wir brauchen so ein Warp-Skript fürs Auto. So, das wäre geil. Ich habe das jetzt nicht gesehen, oder? Alter. Ah, der steht da bei AFK rum mit der Bruder. Ist der AFK, werden wir gleich mal sehen, ob der wirklich AFK ist. Ist er bloß die AFK? Ist er wirklich AFK? Ich mach nichts, ich bin nur... Ja, ja, ist der Pech davor. Den müssen wir mal probieren einbauen, ich glaube das ist wirklich AFK der Bruder. Der ist AFK, guck mal, er chillt im Auto. Ne, ich will mir gar nicht so viel einbauen, dass er nicht rauskommt. Ah jetzt ist er, nein, scheiße. Ah jetzt ist er wach geworden, nein. Ich wollte ihn nicht mal... Oh ne, ich wollte ihn nicht mal rückmachen oder so. Ich wollte nur ein bisschen verarschen, dass er eingebaut ist. Oh man, das wäre so lustig gewesen. Ah schade, jetzt ist er wach geworden. Ich hab ihn wach gerüttelt. Oder der LK-Fahrer war das. Wie lustig wäre es gewesen, wenn er... Also wenn er das eingebaut gewesen wäre, war richtig toll gewesen. Aber nein, er muss natürlich aufwachen. Oh, den kann man gut erschrecken. Oh ja, den erschrecke ich richtig gut. Der wird sich... Vor allem das Weisungsbreich am Kopf. Das heißt, da kann ich ein bisschen Lärm machen. Das heißt, wir fahren da gleich mit einem... Mit dem Polizeiauto an, mit dem Explorer und erschrecken ein bisschen damit. Der arme Bruder. Ob er rennen wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Spinnenpolizei! Spinnenpolizei! Was? Sie bauen aber ein Spinnenort an. Da ist meine Spinnenpolizei hier. Sie müssen weg! Müssen Sie mich so ignorieren? Ja, ist doch so ein Kopf-Auto. Ich dachte eben, was geht jetzt ab? Spinnenpolizei! Bauen Sie sofort ab? Sie bauen auf meinem Nest! Ich habe hier die Spinnenpolizei, Leute! Ich habe hier die Spinnenpolizei, Leute! Sofort aufhören damit! Und abbaut! Und schwupp weg da! Sie haben auf meine Eier gebaut! Sie bauen auf meine Eier! Sie bauen auf meine Eier! Aber bauen tue ich das nicht! Ich baue es auch ab, wenn es fertig ist! Sie sind aber ein ganz lustiger! Und ganz lustiger sind sie! Ich gehe hier eigentlich immerhin, ich habe bisher noch nie Probleme gehabt! Ja, passen Sie auf, bis das der Spinnenbeer sie sind mitbekommen! Dann haben wir ein großes Problem! Ich fasse schon auf! Keine Sorge! Ich kann nicht schon weiterfahren! Was wollen Sie? Ich kann nicht schon weiterfahren! Wenn sie es aufgeknackt bekommen, ist es ihres! Aber dann will ich sie die nächsten Tage nicht mehr sehen! Na ja, aber aufknacken und dann habe ich die richtige woher. der arme aber ganz ehrlich ich glaube es weiter weiter kommt dann stört auch keinen wenn mich weiß aber ich gucke mich im extra mit dem kopf in der nähe ist wie sowas nicht machen weil das sonst zu laut ist und hört das dann wenn ich weit und breit keine spieler sehe da kann es auch unmöglich sein dass einer der bubble das sieht oder hört was ich hier machen natürlich sehr gut in dem fall ich möchte die leute nicht irgendwie ich will nicht sagen wer fußraum stinkt also ich bin da schon ein bisschen und für ihr fußraum stinkt und das vom auto von mir nicht ihr auto war eh zugesperrt ja dann mach ich halt auf aber wissen sie was arme bruder schon mal weit und breit niemand nada gar nichts wo das wäre auch dass wir angeln euch liebe dass wenn jemand angelt und er geht nicht angeln der geht tauchen da habe ich eine richtig gute idee wenn der tauchen geht kommt er mit dem u-boot wartet das ist wie heißt er mal der spawner mal vom u-boot wie heißt das ding nochmal warte 5m zip marine spawn warte ja ist der scheiß irgendwas mit k hieß der ne 5m k spawns codes wo ist er denn hier keine ahnung wie der ding ist perfekt aber damals schon das andere die ganze zeit rausgecrashed mit dem ding ich stell dir mal vor du gehst tauchen und siehst so ein ding aber wir können jetzt das ist so geil ne der brie ist nämlich da irgendwo da nie was ich mach extra oh ne ding obola kacke oh ne das ding schallert durch ne ich drücke aber auch gar nix er macht das mit voller absicht ähm ramme ich da gerade was ich glaube ich habe gerade was die machen das ein bisschen schneller dass das ding aufploppt oder hört er das hinten das ist das ist schon auf neues niveau mit dem u-boot kommen ich glaube ich belaste das mal beim u-boot hier jetzt muss das doch sehen oder ich glaube er sieht das u-boot nicht wie kann man so lust sein der brie ist so abgelenkt dafür das u-boot nicht also weil er da die kisten findet ja gut da ist oh jetzt jetzt hat das da war ziemlich lang gebraucht bis das gerallt hat ziemlich lang gebraucht einmal u-boot bruder einmal u-boot oh da ist ja noch einer u-boot ich ja gar nicht gesehen hä warte ne das ist ein npc deshalb geht er jetzt rauf ne ich schau doch mal könnte man theoretisch das u-boot knacken und damit fahren ich bin grad im u-boot drin alter lassen wir mal gucken ob das klappt eigentlich ich glaube man kann nämlich nicht einsteigen wobei man braucht den schlüssel ja gut das war es mal komplett hier kannst du einsteigen ist das die luke oder ist die vorne ne das ist eine luke ne ich glaube das ist oben die luke die muss hier oben sein ach schau mal er guckt sich grad das u-boot an der kann es aber nicht fahren außer er hat einen dietrich dabei er kann damit rumgucken ich glaube äh vorne ist die luke ne ganz vorne am da ist sie ach da ist die driving luke aber man kommt nicht rauf also du kannst sowieso nicht fahren grad damit das ist die luke hier oben ja da ist sie guck das ist sie da kannst du einsteigen leider im inneren findet man nicht viel im online modus hat das ja so einen richtigen innenraum ne wenn man da rein spawnen das teil ja jetzt geht da rauf er probiert schau er probiert macht er sich auch Foto von aber ich lass ihm das ich finde das sieht ganz geil aus wenn es hier so gestrandet ist das ding ich finde das geil so das muss so mehrere eingänge okay alte postleitzahl ID secret code 162 168 okay was auch immer du damit meinst bruder ich habe keinen plan der bieber rauchen ist ungesund was zum was zum hallo hallo ich bin's ihr pc oh je wir sollten das rauchen vielleicht mal einstellen da ist sehr viel rauch neben mir ja ich hab ich hab keine ahnung von wem das ist ich hab's nicht angemacht geht das sex mit dem league leute guck mal die können scheinbar ihre zigaretten nicht richtig aufmachen ist schon traurig irgendwann zünderziehert das ganze pedieren und dann fragt sich fragt sich jemand was was das problem ist das ist dann auf die zierrette müssen sie ausdampfen müssen sie müssen sie ausdampfen müssen sie die ausdampfen verstehen sie oder kaputt machen es raucht ja immer noch und ein rauchwälder sich auch nicht das wird auch auch immer weiter machen ja ich hab leider nix damit zu tun ich bin marschel am ende war's dann wieder keiner genau wie sie sagen sie sind ja nur marschel sie waren's ja nicht sie hätten die zimmern nicht die zigarette ausmachen können ich sag mal so die zigaretten qualmen immer weiter egal wie sehr ich da versuche die auszumachen ja die zigaretten qualmen immer weiter natürlich wenn wir ein bisschen wasser drüber kippen dann klappt das ganze habe ich auch sie haben ne idee oh ne das funktioniert hier nicht wer sieht das von draußen ja was ist das von draußen Ich glaube das ist... Okay. Der Arme. Boah, ich liebe die Sirene auch, denn die übelst laut ist, aber damit... Also mit der Sirene könntest du sonst übelst die Leute trollen, theoretisch. Das ist dauerhaft nämlich. Thomas, schau mal, was ist denn für einen Euro, Freund? Feuerwehr. Einen und 15 Euro, dankeschön. Na für zwei Euro, bist der beste Steward. Danke, ich hab zu danken, vielen Dank. Daxi, warum hab ich das nicht schon vor einem Jahr vorschlagen mit der Zeitschaltuhr? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Das wurde schon von mehreren Leuten vorgeschlagen. Und jetzt hab ich sie ja nicht gekauft. Zum Glück. Also ich hab sie aber noch nicht angebaut. Ich muss nur anbauen. Schau mal, wer da fährt. Warte, fahren die jetzt eigentlich mit meinem Auto rum? Ich glaub fast, ne? Orangensaft pressen. Orangensaft pressen. Orangensaft pressen. Orangensaft pressen in der Nacht. Na, wie geht's? Wie geht's? Am pressen? Mhm. Mhm. Äh, ich hab Geisterbesuch. Dein Ernst? Was denn? Brauch doch nicht einfach ab. Ich bin gearbeitet. Die Dame presst ihre Orangen gern. Kannst du bitte aufhören zu singen, Jacob? Hallo. Hallo. Was kenn ich denn jetzt aufhören? Orangen hab ich gern. Ach, Jacob. Dein Gesang wieder mal. Wie ging das, wenn denn jemand in die Eier greifen muss? Hahahaha. Ey. Das wär so geil, wenn ich so ne Orangensaft pressen. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne richtig gute Idee. Kann ein bisschen werden nass unten. Ähm. Frisch gepresste Orangensaft, frisch von der Weide. Seit wann kommt Orangensaft von der Weide? Auf was wachsen Orangen? Ich hoffe auf dir. Auf Bäumen? Wo stehen Bäume? Auf der Weide? Nee, glaub nicht, nicht auf der Weide. Auf der Weide, Weidenbäume. Mit Orangen drauf. Bitte was? Auf der Weide liegen. Orangen? Wollen Sie einen Orangensaft? Ich hab noch einen frisch gepressten. Ist er auch nicht drei Jahre alt? Dankeschön. Orangensaft im Orient, hallo? Nur einer bekommt den allerechten Orangensaft. Viel Spaß. Danke. Den allerechten Orangensaft. Der allerechten. Der Orangensaft verschüttet im Ritzkart, natürlich. Es gibt nur einen originalen Orangensaft. Und den hat Moneyball. Den hat er verschüttet im Ritzkalten. Das ist der allerechte Orangensaft, meine lieben Damen und Herren. So, ähm. Willst du nicht die Waffe in den Kopfraum reinnehmen? Ah ja, Stimmen, die verschwinden immer jedes Mal, ne? Wenn ich neu connecte. Das ist halt das Ding an Karl-Heinz. Oh, was? Man kann hier rein? Wiss? So geht das in Admin on Duty? Das wäre vielleicht echt nicht so die schlechte, aber ich bin eigentlich nicht in meinem PRP, also macht das keinen Sinn. Eieieie, was war heute hier für ein Chaos? Aber es hat echt Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Heute war echt Chaos am Start. Alter, wir sind auch kurz von 8000 Likes einfach. 7.913 Leute. Schaffen wir die doch. Da kommen wir auch noch einmal rein hier. Einer geht noch, einer noch rein. Der letzte für heute. Dann haben wir eh die 8000 Likes nicht erreicht. Das ist ja unglaublich, Robert. Einmal einen Robert rein schallern, genau. Heftig, mächtig, köstlich, müchtig. Was in der Pizzerie ist was los? Neben dem Spind. Eine Pizza, Vulgani, bitte mit extra Zwiebeln. Nee, ihr wird heute nicht mehr. Eine Diablo mit extra viel Abführmittel. Ja, die kriegst du aber sofort. Damit es zweimal schallert. Oh ja. Das ist unsere Hausratte wahrscheinlich. Die läuft wieder da hinten zwischen den Fässern rum. Ich bin keine Hausratte, aber es ist okay. Ich mache mir hier mal ein kleines Netz auf und dann wäre ich... Wissen Sie was? Ich werde in die Pizza koten. Ihr hört uns wahrscheinlich zu oft zu. Ich werde in die Pizza koten. Sie verkaufen Kotpizza. Pizza mit Spinnenkot. Ich glaube... Ja, schmeckt. Ja, kommen Sie nicht weiter. Da müssen Sie erst mal am Spinnennetz vorbei. Ich rufe einfach den Kammerjäger gleich an. Nix, Kammerjäger. Wir rufen jetzt gleich mal die Leute da an. Die werden sich dann hier anschließen und werden sagen, du kommst schon nicht raus. Nein, du kommst jetzt nicht raus. Nein, kommt er nicht raus. Nein. Das ist doch... Keine Ahnung, was hat das schon wieder... Hier rufen jetzt jemanden an. Der wird in der Pizzeria gleich mal schauen, was hier langläuft. Weil da läuft so einiges schief. Guck mal. Wenn da... Wenn da Spinnenkot in der Pizza ist, ist die nicht so lecker. Wollen Sie eine Spinnenkot-Pizza? Einmal eine Spinnenkot-Pizza für Sie. Was haben die mir im Oceans eben für Tabletten genommen? Ich höre doch die immer noch. Aber ich habe die gleichen Sachen bekommen. Friedrich, hast du in die? Ich höre niemanden. Ich höre keinen. Ich höre keinen. Scheiße, Britta, wenn du schlafen gehen willst, einfach kurz... Eine Spinnenkot-Pizza bitte zum Mitnehmen. Einmal mit Salami und extra Wurst. Spinnenkot? Spinnenkot-Pizza? Ja, das ist auch... Haben Sie nicht gehört? Hier in der Pizzeria gibt es die neueste Pizza mit Spinnenkot. Und demnächst auch mit Spinneneier. Das ist der Spinnenkabier. Ah, okay. Oh, ist exklusiv. Lieferanten da oben. Wie ist das? Höchst was? So, du. Ah, da ist Spinnenkot in der Pizza. Wäh, da ist Spinnenkot in meiner Pizza. Oh, passt schon. Blitz! Blitz! Ich weiß gar nicht, dass du so eine hohe Stimme hast, Anwalt. Wisst du das nicht? Haben wir ja noch irgendwas im Auto drinsitzen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Blitz! Also ich bin's definitiv nicht. Ich hätte es dir zutrauen können, dass du das aber bist. Und sie blitzen im Auto? So wie blitzen ganzen Tag? Hm? Du sollten sie sich vielleicht mal eine Kotpizza von der Pizzeria holen. Mit ein bisschen Spinnenkot drauf. Hm. Nee, von der Pizzeria haben wir heute genug bekommen. Okay. Die Pizza war bleihaltig genug heute. Bleihaltig? Da würde ich aber das Gesundheitsamt rufen. Vielleicht liegt es auch am Spinnenkot, ich weiß ja nicht. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Blitzen. Und auf ein schönes Blitz. Danke. Tschüss! Ich dachte schon, das wärst du gewesen mit dem Blitz. Das war auch ich. Hahaha. Das ist so dumm. Das ist so blöd. So jetzt Leute, ähm. Jetzt ist auch schon wieder 0 Uhr. Ich hab einfach die 8000 Likes geschafft. Ihr seid heftig Leute. Wirklich, Kuss geht raus. Oh, warte hier. Das ist unser neuer Admin-Spot. Den müssen wir als Admin-Spot machen. Das ist richtig geil hier oben. Mir gefällt's. Kennt ihr den Spot hier oben? Ganz selten. Ganz selten, wenn man hier hinkommt. Aber ich find den schön. Ich find den wirklich schön. Auf jeden Fall Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Leute. Lasst auch kostenlos ein Abo damit mich sehr hart freuen. Wir machen jetzt für heute mal echt Schluss. Und, ähm, ähm, ja. Wir sind's dann höchstwahrscheinlich morgen. Und dann, äh, werden wir mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall haut rein Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Heute echt Action ohne, äh, Zwetschen gewesen. Also das war, ging ja richtig ab heute. Also, dass sowas heute stattfindet, hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber jetzt immer was Neues. Ich bin immer auf was Neues aus. Das heute war mal was Neues und es war etwas crazy, aber why not? Why not? So, mach ich das hier mal aus jetzt. ESP. Yes. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaub euch auch. Wollte mal ein bisschen ein anderer Stream, aber hey. Es muss ja auch ein bisschen Variation rein, hätte ich gesagt. Also Leute, wir sehen uns dann um, äh, es ist ja schon wieder 0 Uhr. Also wir sehen uns vielleicht heute oder übermorgen mal schauen. Oder morgen oder was auch immer. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wirklich eine wunderschöne gute Nacht. Danke auch fürs Moderieren heute. Ähm, ja. Und dann, wie ich sagen, haute rein. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Tschüss Wieskowski und ciao, ciao.